Seit knapp eineinhalb Jahren spiele ich Super Mario Odyssey Hide & Seek mit den verschiedensten Leutnern, hauptsächlich David Shimtex und Wig, aber auch vielen, vielen anderen. Und es sind Massen an Runden seitdem entstanden. In diesem Video schneide ich euch alle Hide & Seek Runden, die jemals auf diesem Kanal kamen, zusammen. Plus ich werde sie in einer geschaffelten Reihenfolge machen. Das soll einfach nur da sein, um die gesamte Hide & Seek Reise, die wir bisher hinter uns haben, mal in einem Video zusammenzufassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Super Mario Odyssey Hide & Seek Film. So, Shimtex ist 1, Wig ist 2, David ist 3. Die 2, Wig sucht! Let's fucking go, ich hab Bock, ich hab mal einen Gott! Okay, ich suche jetzt. Let's fucking go. So, erstmal am Anfang alles durchsuchen. Das sind ja so ein paar Steine. Hey, ich hab das Schlimmste versteckt der Welt, ich schwör bei Gott. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich werde erst das gefunden. Ich fände es gerade wirklich wild, dass hier niemand ist. Boah, ich komm auch nicht drauf. Klar, wie krank das ist. Okay, ich dachte, das wird relativ schnell gehen, weil wir uns ja nicht unter Wasser verstecken. Aber dann hast du mit, ah, dann wurdest du mit deiner Inkompetenz konfrontiert. Genau. Mann, ich hasse es. Kennt ihr es auch, wenn ihr aus eurem Versteck so immer schaut, wo sich der Sucher befindet und ihr seht ihn auf einmal nicht mehr? Das ist so. Ja, das ist richtig. Ja, ich will immer wissen, wo ich bin. Ich will immer wissen, wo ich bin. Ich will immer wissen, wo ich bin. Hä, wo seid ihr denn? Wo bist du? Also, so viel Area gibt es ja nicht. Erstmal alle Kisten zerstören. Krass. Das wäre ein heftiges Versteck gewesen. Alter, ich bin gemutet. Digga. Okay, also ich hau jetzt einen Tipp raus, okay? Du warst insane nah an mir dran. Ich habe eine ungefähre Ahnung, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Alter, David, du geile Sau. Was geht, Digga? Hä, Digga, was? Wo bist du? Hä? Hä? Bruder, ich kann dich jetzt... Ich könnte dir einfach... Ich könnte alles mit dir tun, Digga. Bitte zu alles mit mir. Ich gehe richtig darauf, Mann. Alter, ich höre auf einmal so Stamm-Vertacken und so. Ich denke mir, fuck, Vic ist da und so. Und der Guja ist einfach einer. La Mexicana a la David. David, wo warst du die ganze Zeit? Ich bin wohl und sicher in meinem Versteck. Alter, ohne Witz. Ich erkläre es euch gleich, was passiert ist. Warte mal. Warte, was? Was denn? Alter, ich glaube, Vic, du hast gerade das schlechteste Kamera. Ich habe gestorben. Ich habe Chimtex gefunden. David, wie hast du das überlebt? Na, wenigstens habe ich jetzt Chimtex in meinem Team. Was für Öle. Okay, warte. Ich bin... Hä? Ach, der hat ab. Er hat ab. Digga, als ob ihr mich nicht seht, Junge. Ihr seid ja eigentlich komplett blind. Nein. Wo kommst du her? Wo warst du? Bro, überall und nirgendwo. Hä? Ich kann dich nicht berühren. Es ist unbeschreiblich, was vorhin... Nein, passiert ist. Oh mein Gott. Bro, Vic. Digga, Vic. Ich muss dir das gleich zeigen, was passiert ist. Es ist... Ey, das ist unfassbar. Also ich habe... Also ich freue mich jetzt schon aufs Video, weil ich habe diese Situation perfekt auf Kamera. Ja, Jungs. Jungs, Hubi muss hier irgendwo sein. Also hier oben, wo ihr gerade wart. Irgendwo hier ist er. Chat, ich musste fliehen, weil die wussten, dass ich da bin. Die wussten, dass ich da bin. Also bevor das jetzt noch zu lange geht, ich bin nicht mehr da, wo ihr mich sucht. Bro. Sonst, das wäre jetzt... Ich meine, man kann ja auch fair bleiben. Okay, okay, okay. Boah, die Map ist schon big. Okay, ich durchsuche mal die andere Seite der Map. Ich fange auch mal hier an. Wie so ein Agententeam. Hä? Ich bin voll fokussiert. Ey, ohne Scheiß. Digga, Digga, Digga. Mein Outfit ist aber so schlecht, um sich so irgendwie in so Büsche zu verstecken, weil ich einfach eine riesen Mütze habe und übel bunt wie ein Kanarienvogel bin. Das ist so ein Scheiß-Outfit. Aber dafür hast du swag. Das lohnt sich. Ja. Stimmt. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Na, endlich. Nein! 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 Ich fühle mich! Bis dann! Okay, Junge, es fängt an! Okay, ich mache den ersten Take jetzt. Oh! 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 Das ist echt cool! Holy shit! Aber ich habe nur Angst, dass es die Kamera... Ja, okay, ja! Ja, okay, 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 kann man was machen mit. Kann man was machen mit. Sefi, du als Dresus. Okay. Okay. Eingang schwebt. Das sieht so schlecht aus, wirklich. Ja, aber geh links neben das Schloss. Ich glaube, da ist nur der Brunnen, da ist kein Turm, da ist nur der Brunnen und so. Da ist aber auch kein guter Ort, sich hinzustellen, habe ich schon gesehen. Es gibt generell keinen guten Ort, sich hinzustellen. Es ist alles so hügelig, oder was? Ja, und die Türme selbst, die stehen immer an so super krassen Orten. Ohne Scheiß, teleportier dich auf die geheime Insel. Teleportier dich auf die geheime Insel. Ja, es ist last resort, ich dachte auch die ganze Zeit dran. Es ist ja auch nie, jetzt blöd. Ja, mach, mach, mach. Stell dich einfach in so einen Zaun ran, sodass der Zaun hinter dir abschließt. Ja, ich glaube, so ist okay. Ich glaube, besser geht nicht. So, ich komme, Freunde. Jawohl! Das wäre so nervig, wenn jemand von euch ein Baum ist. Also, wenn du den ein oder anderen Prop siehst, dann denkst du, oh ja. Ja, okay, also das Erste, was ich mache, ist erstmal auf dieser Insel da hinten. Mhm. Sollen wir mal gucken. Oder Stille im Discord-Call. Wäre auf jeden Fall sick, wenn jemand einfach nur so ein Busch ist. Aber ich habe das Gefühl, mindestens einer von euch etwas riesiges. So ein zweites Schloss. Irgendwann kriegt jemand die zweite Odyssey. Irgendwann passiert's. Ja, ja. Ich hätte die so gerne. Einfach ins Odyssey auf Odyssey. Krass, niemand ist auf dieser Insel? Okay, warte mal. Irgendwas. Also, dieses Schild... Sieht halt so falsch aus da unten, als ob das ein echtes Schild ist. Was ist ein echtes? Hä? Nein! Nein! Willst du mich verarschen? Er war der Turm! Was? Was! Der Turm? Ich war der Turm. Ey, ohne Spaß, ich dachte... Das Schild ist real und der Turm ist fake. Ey, ohne Witz. Bei dem Moment, wo du gesagt hast, ich komme, wollte ich schimpرب. Filmtext auch sagen, Bro, stell dich weg vom Schild. Ich hab das noch gesehen. Ja, ich wollte mich auch wegstellen, da hatte ich Angst, dass er mich vorgängig schoss. Oh, zu geil gerade. Also diese Vase, du kannst mir nicht erzählen, dass die hier war. Hä, aber die sah gar nicht schlecht aus, fand ich. Ja, die sah nicht schlecht aus, aber als ob da so eine Vase rumsteht. Also das ist ja eher so ein Ding für so drin, weißt du? Ich hätte das erste Versteck nehmen sollen. Der Bruch. Boah, krass, wie wäre, wenn man so ein Eichhörnchen wäre, holy shit. Aber ich frage mich gerade, Darf man hier auch in Sub-Areas rein? Also wir haben auch gesagt, wir haben jetzt für uns festgelegt, in Schloss darf man, aber nicht in welche, wo so zwei Monde drin sind. Ah, okay, okay. Schloss. Wollen wir doch mal gucken. Chat, er hat jeden Baum überprüft, aber nicht uns. Er hat nicht jeden Baum, also er hat jeden Baum abgecheckt. Und dann ein Baum vor uns dreht er um. Diese zwei Vasen. Warte mal, warum ist das so eine... Warum ist das so ein... Sind das zwei Stühle? Hä? Junge. Bro, aber das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ja. Ich habe meine Kamera so ein bisschen bewegt, der war so, ah yes. Es gibt halt immer so ein Proc, das gibt es halt nur einmal in der Welt, ne? Boah, ich weiß echt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass du draußen halt irgendwie so ein Pilz oder so ein Baum bist. Aber habe ich jetzt Bock, jeden Baum abzuklappern? I don't know. Hast du, Bruder, hast du. Schön einmal rein in jedes Blatt. Gib mal Tipp auf süß. Okay, äh, ich begutachte den glorreichen Norden. Okay, du begutachtest ihn oder du bist im Norden? Nein, ich bin im Norden. Okay, alles klar. Okay, ich sag's jetzt mit ein bisschen Verzögerung. Ich habe gewartet, also du... Ah, nein! Oh, was? Oh, du warst wirklich ein Baum. Ich war wirklich ein Baum. Ich hatte einfach nur keinen Bock, ich hatte einfach nur keinen Bock, die Bäume abzusuchen. In der Gegend hast du, glaube ich, fast alle Bäume berührt, außer mich. Ich habe zweimal was so close. Oh mein Gott. Ich würde sagen, habt ihr ein Problem damit, wenn ich anfange zu suchen? Dann würde ich nämlich auch unsere Neuankömmlinge alle mal quasi sich erst mal verstecken lassen. Okay, dann habt ihr... Mach mal drei Minuten. Ab jetzt. Und alle in den Versteckermodus gehen, indem ihr Steuerkreuz nach oben drückt. Ich gehe suchen, ich komme, ich komme. Also, Achtung, Tim versteckt sich auf der Odyssey. Schade, kein auf der Odyssey. Nee, das macht ja Schimpf-Sex. Ich wüsste gar nicht, wie ich da raufkommen soll. So, wo fangen wir an? Sollen wir auf... Komm, wir schauen jetzt erst mal hier, ob wir auf Entfernung irgendjemanden sehen. Na, das ist irgendjemand, wo ist doch hier... Das ist richtig schlimm, ohne Scheiß. Also, ich bin ja teilweise nervöser in Heiden Sieg als in Among Us. Ey, ist dir dasselbe passiert, Timo? Hä, was tut... Die chillen am selben Versteck, oder was? Ich sehe niemanden von euch. Ich sehe Hybi. Der ist da in der Nähe der Palmen. Okay, okay. Das ist doch jetzt so ein typisches Versteck, oder? Oder? Das ist halt nicht für ein Gerücht. Die Wüste ist halt echt widerlich, Mann. Das ist halt auch ein Riesengebiet, ne? Ja, aber wie gesagt, sobald ich hier einen finde, also es werden ja potenziell mehr Sucher irgendwann. Ich hätte ja gedacht, ich werde schon längst gefunden, aber anscheinend ist das Versteck krass. Genau, und es ist nicht so, dass das Land einfach riesengroß ist und ich glaube, es ist gar nicht die Chance, da irgendwo zu sein. Oder Hybi hat es einfach nicht drauf. Okay, Nerdy, okay. Nächste Runde dann ohne Not-Over-News. Leute, kennt ihr doch jeden Tag einen Mitspieler? So, also irgendwie glaube ich, dass einige von euch sich in der Stadt verstecken, weil das einfach so das Obvious-Versteck ist, wo man hinläuft. So, wer möchte verraten, dass er in der Stadt ist? Schon gleich sagst du gerade das Gleiche wie ich. Ja. Wie seid ihr? Das hier? Habe ich euch jetzt gesehen oder was? Hätte ich euch gerade sehen sollen? Das klingt ein bisschen so, als ist man dem vorbeigelaufen. Ja, ich glaube auch. Die haben jetzt beide erwartet, dass ich sie sehe, aber ich habe sie ja nicht gesehen. Ja, genau. Oh, das war aber ganz schön knapp, Schimtex. Ho, ho, ho. Alter, keiner hat die Eier, sich in der Stadt zu verstecken. Halt doch dein Maul. Also, was ich dir sagen kann, ich habe dich schon gesehen. Ja, Bruder, das ist in diesem Land auch. Ich habe mal gesehen, wie du auf so Sand gelaufen bist. Shit, bro, shit. Krass. Alter, es sind sieben Leute, die sich hier verstecken. Wie kann es denn sein, dass ich noch keine Sau gesehen habe? Mach mal so eine Postbild-Jump. Pass auf. Okay, zeig mal. War krass, oder? Das war heftig. Ey, Hübi, das war sehr beeindruckend. Ja, das war ein krasser Jump. Danke. Es ist sehr warm hier, Alter. Ich habe gerade Eisfoten, ey. Ich würde jetzt gerne kurz in der Wüste sein. Boah, ich hoffe, es ist so sehr. So, und da waren es schon zwei Sucher. Bro, du hast mich gerade bei der Sphinx gestört. Warst du gerade am Eindringen, oder was? Ja, ja. So, also, ich, ich... Du hast echt mich gefunden? Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Er war dabei, doch, nein. Doppelpack. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist passiert? Oh, Mann. Juni, ihr habt schön gekuschelt. Oh, mein Gott. Sagst du wirklich, dass du dich in unser Kuschelversteck nochmal reinsetzt und glaubst, dass ich da nicht nachgucke, oder was? David war doch vorhin auch sogar, aber er hat es nicht weggeportet, also ich glaube, sein Spiel ist abgestürzt. Ja, mein Spiel ist vorhin abgestürzt, ich war da auch als erstes im Versteck drin, aber jetzt suchen schon vier Leute, jetzt wird es ekelhaft. Das muss auch ein Bauseil. Und der Clown? Das bin ich. Okay. Dacht schon. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal um. Oh, mein Gott. Okay. Alter, was ist hier los, Mann? Wer lacht hier? Irgendjemand ist gerade ganz nah an Nerdy. Irgendjemand ist gerade ganz nah an Nerdy. Wieso an mir? Und wer hat gelacht? Niemand hat gelacht. Doch, Alter, Junge, wer von uns ist das? Einer von euch ist direkt an mir vorbei. Okay, ich bin gerade unten bei der OAS. Nee, wer ist gerade auf der Odyssee? Irgendjemand ist auf der Odyssee! Irgendjemand ist auf der Odyssee und rollt von der Odyssee und hört die schütteln! Ich kann die schütteln! Ich sehe ihn! Er rollt von der Odyssee nach links, hinter in die Wüste. Der Game ist schon wieder abgestürzt, Mann. Ach, der ist nicht. Ich weiß, dass wir doch aus dem Versteck rausgenommen haben. Ja, Jungs, also passt auf, der fährt gerade zur Brücke. Achso, nee, wir sind hier an einem Team. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er rollt gerade zu den Ruinen, er rollt zu den Ruinen in der Mitte. Ich habe eine Vermutung, wo, ich habe eine Vermutung, wo er wickelt. Sefi, der ist da! Geh aus dieser Ding raus und jag jetzt David! Der ist gerade an dir vorbeigelaufen, zwei Meter! Wie ist so ein Typ in Nacht? Das ist schlimm, Tix! Warum schwebt der Typ? David düst auf die Ruinen hoch. Er düst auf die Ruine hoch, auf die Mauer. Er will einen Kugelwilli kapern. Du solltest jetzt auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Abonniert den Gottverdammten Kanal! Wo ist David, verdammt? Bruder, ich muss hinterher! Ey, das ist so geil aus! Nein! Ich bin der Mann! Der ist so geil aus! David, fliegt zu der Säule mit dem Mond! Er ist bei der... Ja, Shymtix ist bei ihm! Shymtix hat Jaxi! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Man kann ihn nicht capturen auf dem Ding! Er ist gepunkt! Er ist gepunkt! Er ist gepunkt! Das sieht so geil aus! Ich habe dich berührt! Ich habe dich berührt! Also, ich habe mich legit berührt! Bist du im Spielmodus? Ja, ich bin im Spielmodus drin! Auch als Verstecker! Ich habe Streambeweis, dass ich... Nein, scheiße! Nein, du bist im Spielmodus, Bruder! Bro, doch! Hier! Hier, ist im Stream bei mir! Man sieht's! Hä? Bro, was? Kannst du mal Team wechseln? Warte mal, die werden jetzt Team-Mate angezeigt! Ja, jetzt sehe ich dich als Team-Mate! Typischer David-Moment! Alter! Na ja! Okay, aber das zählt schon als gekriegt! Ja, das zählt jetzt! Ja, also wer ist jetzt noch versteckt? Hier! Ich! Genau! Ich bin auch noch versteckt hier! Alter, Tim, die Sau! Tim ist abgehauen! Er war im Kaktus drin! Das hat man übelst gesehen! Lol! Ja, der war hier in der Nähe! Der war bei den Giftwassern, ne? Ja, ja, genau! Bei dem Sau im Kaktus! Wo ist der? Als Kaktus! Der ist verschwunden! Guck mal, das Ding ist, der muss halt wahrscheinlich irgendwo Richtung Wasser hingelaufen sein! Aber krass, dass noch niemand von uns da war, wenn man den so offensichtlich gesehen hat! Dass ihn einfach noch niemand gefunden hat! Jungs, der ist an der Odyssey, oder? Ja, er ist an der Odyssey! Freunde, er ist hier! Ey, Tim ist an der Odyssey! Er ist an der Odyssey, er rollt weg! Bleib in seiner Nähe! Yo, yo! Ich bin ihn auf dem Fersen, Junge! Er hat keine Chance! Welche Richtung denn? Richtung, Richtung Brücke! Ich... Nein, nein, nein! Ich hab ihn! Hä? Bro, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ah, der Kaktus! Hey, ich kann ihn nicht fangen! Bro, ich hab ihn! Bro, ich kann ihn nicht fangen! Wieso hast du mich immer noch nicht? Ich weiß es nicht! Ich bin in dir drin! Aber bei mir sah es auch so aus! Also, du hast ihn auf jeden Fall berührt! Ja, David, das musst du aber nochmal feier üben, David, ne? Ich war in dir drin, weiß der, hä? Marius, die einfach nur rumstehen! Ist das normal? Steht der einfach nur rum? Oh nein, ja, ja! Bei mir sind alle Marius stehen geblieben! Ja, bei mir auch! Also, ich bin durchgehend an derselben Position! Okay, okay! Weg kann die Stadt sehen! Also, ich mein, er kann ja... Das kann man auch von überall! Er kann ja nicht einfach irgendwo mitten im Sand stehen! Also, entweder hängt er irgendwo am Rand, aber ich... Das schätze ich wirklich nicht ein! Das ist... Das Versteck ist zu lame! Okay, wo ist der? Ihr seid doch jetzt... Wie viele Sucher? Sechs? Sechs Stück, ja! Sechs Sucher, zwei Verstecker! Ich sehe niemanden, ey! Das kann doch nicht sein, dass hier seit Stunden niemand war! Er ist halt... Jetzt ist er schon lange disconnected! Nee, er ist gar nicht mehr... Er ist ja nur auf der falschen Map! Ihr seid schon im Browser's Land, oder? Also, auf der Odyssey bin ich nicht, Bro! Oh mein Gott, er sieht mich! Er sieht mich! Okay, okay, okay! Stopp! Er hat uns in der Stadt gesehen und er hat uns auf der Odyssey gesehen! Äh, äh, und auf der Odyssey gesehen! Verrückt! Ich kann ja so viel sehen! Du bist so ein Schwanz! Okay, okay! Familienfreundlichkeit ist da! So, können wir die beleidigen! Sechstausend Zuschauer unter 18 haben wir das gesagt! Ach, nur so! Hat jemand einen? Ach, nur so! Da hat jemand... Aha, da ist er! Oh, 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 oh! Er war in so einem runden Kaktus, er rollt zur Odyssey! Oh, Scheiße! Ja, ich bin hinter ihm, ich bin da! Ich bin da, schlimm, Tix, ich bin da! Ich häng' ihm auch am Arsch! Noll, was? Wo? Er rollt Richtung Ruin, er rollt Richtung Ruin! Wee! Er rollt genau auf die Storch! Er rollt immer noch Richtung Ruin! Er ist in den Ruin! Er ist in den Ruin! Nein! Einer kann sich auf den... Oh man, ja, ich hab ihn! 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 Okay, Nerd, jetzt brauchen wir noch einen Tipp! Also, ich habe in voller Sicht diese Riesenpyramide, die in der Luft schwebt, ähm, von unten! Okay. Von unten, okay, ja. Von unten, okay, ja. Okay, ja. Kannst du uns die genauen Koordinaten geben, Meister? Nein. Schade. Okay, aber du siehst, du siehst die volle Pyramide. Pass auf, ich geh jetzt auf die Pyramide und du sagst mir, ob du mich siehst. Ich bin jetzt oben. Ich hüpfe. Okay, dann sag mal, wo du bist. Einfach, ob wir dich sehen oder nicht. Danke schön. Ja, an der Kante. Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, okay. Ich war an der Außenkante. Dann hab ich gesucht an der Kante. Ja, ich auch. Ja, dann war ich wahrscheinlich schon. Jetzt stehe ich an der Außenkante. Zufallszeit zwischen 1 und 3. Die 2, Schimtex sucht. Aber wo verstecken sich unsere Kontrahenten vor Schimtex, dem Sucher? David ist links neben das Dorf vor den Höhleneingang gegangen. Später stellte es sich noch heraus, dass dieser Bereich nicht im abgemachten Gebiet war. Dazu aber später mehr. Vic ist ins Dorf gegangen und hat auf einem der Berge am Eingang auf Schimtex gewartet, da er von hier einen sehr guten Ausblick über die gesamte Karte hatte. Und ich hab mich dazu entschieden, direkt ein Versteck beim Spawn zu nehmen. In der Hoffnung, dass Schimtex am Anfang den Spawn relativ schnell verlässt, weil er erst das Dorf untersuchen will und mich vielleicht komplett übersieht. Wer ist auf der Odyssey? Ich hör jemanden. Wer zum Teufel war da gerade? Hold up. Oh, hier auf Geräusche achten. Sehr hilfreich, merk ich gerade. Nein! Ich auch diesen Feuerbruder. Oh mein Gott. Vic, wurdest du gefunden? Oh, was? Bist du gestorben oder hat Schimtex dich gefunden? Bro, was ist passiert? Er ist gestorben, er ist gestorben. Was hast du gemacht? Ich bin einfach runtergefallen. Ey, warum bewegst du dich noch, Digga? Bro, bei dem Versteck, wo ich war, musste man sich bewegen. Ey, wo warst du denn? Ich war, ähm, ja, eigentlich einfach auf so einer erhöhten Ebene. Warst du hinter der Odyssey zufällig? Ne, ich war nicht hinter der Odyssey. War da jemand hinter der Odyssey? Oh nein, ihr habt mich erwischt. Ich guck mal ins Dorf, ne? Ich glaub wirklich, dass man sich am ehesten im Dorf verstecken kann. Ähm. Ja, Dorf ist sick. Da spielt mir auch zum ersten Mal mein Clowns-Outfit in die Karten. Oh mein Gott. Weil einfach dieses Scheiß-Gemüse dieselbe Farbe ist in meinem Outfit. Ach, deswegen hast du so ultra Bock, Schlemmerland zu spielen. Ja, ja, jetzt ergibt es Sinn. Ja, irgendwann muss sich mein Outfit ja auch mal lohnen. Versteck dich in der Kanone. Oh mein Gott. Geht das? Als Sucher. Schon strong. Oh. Guck jetzt überall nach. Was? Ach so. Okay. Guck du im Dorf nach und ich durchsuche das Gewässer. Die machen gerade ganz komische Geräusche. Also safe, einer von uns ist direkt an jemandem vorbeigelaufen. Vor allem rutsche ich die ganze Zeit und ich weiß nicht warum. Aha. Aha, er rutscht. Aber das wird euch kein Hinweis sein, vertraut mir. Aber ich muss sagen, also die Geräusche hier sind schon so ein bisschen auf ASMR angelehnt. Ja, übel. Ey, das ist dieses Blubbeln überall. Ja, ja. Ich penne gleich weg. Also nur zum Verständnis, ich werde hier nicht für immer bleiben. Das ist, weil ich glaube, vielleicht ist es ein Tick zu unfair. Also es ist schon ultra smart. Aber ich habe hier halt eine geile Kameraperspektive. Aber ich glaube, wenn jemand kommt, schieße ich mich. Also ich werde hier nicht meinen, ich werde hier nicht die ganze Zeit drin bleiben. Ah, das Schimmtext schaut sich schön die Dächer an. Du Sack, wo bist du? Ich glaube, die sind in irgendeinem Objekt drin. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe eigentlich alles durchsucht. Ja, aber du bist so klug, Mann. Also wenn du wirklich alles mal angeguckt hast, dann hast du wirklich jedes Versteck gesehen. Ah, das Schimmtext immer noch schön am Häuser-Dach enjoy'n. Rattdicht nach Hause. Junge, nimm halt so ein bisschen Salz mit, Mann, wenn du wieder sauer wirst. Sonst kannst du brauchen, Digger. Junge, Vic auch schön am Goomba enjoy'n. Wait. Ah, das Schimmtext auch wieder schön am Dorf enjoy'n. Komm, was willst du? Wo bist du, dass du alles siehst, was ich mache? Das muss an der erhöhten Ebene sein. Jungs, ich gebe euch mal einen Tipp. Mein Arsch ist richtig am Brennen. Das ist richtig heiß. David, schick mal WhatsApp, wo du bist. Ja, Diggi, ich schick sie kurz rumlungern. David, dieses Gebiet haben wir gesperrt, du Trottel. Nein, wirklich? Er war an dieser Insel neben Jackpot. Ja, Digger, ich frage den Chat, geht das in Ordnung? Ich habe mich zugehört. Alle so, ja, David, ja. Es geht in Ordnung, pass. Ist das du gerade weg? Ist das du gerade weg? Warte mal, ich gehe gerade zu dem. Oh mein Gott, das ist Hubi. Hubi ist ein Hothead. Der haut ab von mir. Wo, 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 wo? Am Spawn. In der Nähe am Spawn. Auf der rechten Seite. Ich bin genau hinter ihm. Wir sind gleich schnell. Oh Gott, so ein Arsch. Okay, er schießt sich mit der Kanone hinter der Odyssey. Hinter der Odyssey? Ja. Oh nein, nein. Oh ja, er hat in der Luft Hothead aufgegeben. Er hat in der Luft Hothead aufgegeben. Ja, ja, komm, da komm zu mir. Er kommt zu mir. Ich habe was gehört. Oh, du bist hier. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist mittig. Mittig. Ich höre ihn springen, aber wo? Ich sehe ihn. Wo? Der, der, der ist. Oh, er fährt gerade in Lava. Er fährt gerade in Lava. Jungs, wo seid ihr gerade? Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, äh, relativ. Okay, tot. Bist du gestorben? Ja. Ja. Loil. Aber wo war es ja am Anfang? War es ja Hothead? Okay, Stommi, Odyssey. Ja gut, dann 10 Minuten Pause oder wie viel so? Ah, du willst Pause machen? Mach so lange Pause, wie du willst. Wir verstecken uns einfach in der Zeit. Ja. Ich weiß eh schon, glaube ich, wo ich mich verstecke. Ich glaube, hier ist am smartesten. Weil theoretisch, oh mein Gott, wir flüchten gar nicht. Wir chillen hier drin und wenn der kommt, wir können einfach hier hinfliegen. Alter, imagine, man schimmelt hier oben in der Ecke. Alter, wer, wer, wer macht hier gerade Paragoomba Action? Hä? Ich habe mir nämlich gedacht, dass du hier bist, aber wo? Bruder. Ja, richtig. Oh. Jetzt eigentlich schon. Absolut richtig, Bruder. Du hast es erkannt. Lol. Vor allem, ich würde dir empfehlen, hol dir auch noch so ein Vieh, weil dann kannst du nämlich zu beiden Ausgängen fliegen. Mhm. Ja. Alter, das ist so ehrenlos. Und ich habe noch ein anderes Versteck, was krass ist. Also, theoretisch könntest du mir dann dahin folgen bei unserer Flucht. Alles klar. Wirklich geht zusammen durch die Kontin. Wir sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ich habe meinen Guma umgebracht. Ich habe es gerade gesehen. Warum bist du ausgestiegen? Ich weiß es nicht. Also dann, ich komme raus jetzt. Alles klar. Wir haben alle unsere Verstecke nicht gespoilert. Ich meinte, Domi wäre die ganze Zeit im Call gewesen. Also, wir haben wirklich alles gespoilert. Ich weiß gar nichts. Ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Der ist gleich so Speedrun. Boom, boom, boom. Ah, da ist jemand. Ah, da ist auch jemand. Ja, passt. Servus. Schönen Abend. Übrigens, Domi, Nerdi ist Pissen. Also, wenn du ihn jetzt findest, flüchtet er nicht. Okay. Ich hoffe, ich habe Glück. Weil ich meine, jemanden gesehen zu haben, bei mir war ich nicht sicher. Nein, das ist nur ein Mond. Ich dachte, ich dachte, das wäre ein Charakter. Alter, komm mal, komm mal. Pass auf. So, imagine. Warte, wir chillen hier so. Weißt du? Und dann sieht das so aus, quasi, als ob wir, ne? Du weißt schon. Warte, ihr seid beide nebeneinander, oder was? Und dann, wenn er kommt, machen wir einfach so. Und für ihn ist Feierabend. Okay, lass mal hier warten. Hallo. Servus. Der erste Tod. Oh, Leute, da ist jemand erwischt. Oh, nice. War Nerdi immer noch aufs Klo? Das ist safe, Nerdi. Ach stimmt, ja, der ist immer noch nicht da. Nein, ich hatte mein Beatport geputet. Alter. Nein. Aber jetzt ist die Frage, ab wann? Der hat ja auch mal alles gespielt. Was, das war jetzt totaler Zufall. Ich wollte einfach nur hochspringen. Nerdi, du scheißt wieder richtig rein, ey. Nein, ich dräng dich an, du bist jetzt Sucher. Los. Ey, King. Er hat so 180 Grad gerettet. Oh. Kommt da runter, ihr Bastarde. Kommt da runter. Wie kommt man da hoch? Hallo. Das ist cheating. Ihr Vollidioten seid viel zu spät losgeflogen. Ich hab's von Anfang an gesehen. Kann mir jetzt mal jemand sagen, wie man da hochkommt? Ich geh sie nicht beeiern, ey. Ja, es ist halt so Betrug, weil ich kann sie nicht erreichen. Weil ich weiß nicht, wie die Steuerung geht. Ich kann nur bis hierhin fliegen. Höher geht's nicht. Ja, ja, das ist normal. Das ist normal. Nutzt ihr einen Bug oder was? Nein, nein. Es ist alles legit. Es ist kein Bug. Es ist wirklich alles legit. Könnte ganz, ganz 100% auch. Nie wieder ein Stream mit Ubi, Domi. Sag's einfach, ey. Was hab ich jetzt damit zu tun? Das war Wixi, nee. Komm rein, ich geh da einfach noch wie NPCs rum. So auffällig. Also ihr schimmelt schon wieder zusammen, ihr beiden Süßen. Denk dran, es gibt dir... Denk drüber nach, wie du zum Secret-Mond kommst. Keine Ahnung, Digger. Das ist fünf Jahre her. Es gibt immer zwei Monde pro Sub-Area. Und ein Mond ist hier die Mondmedaillen im Gift. Also im Grunde kommst du nur höher als Goomba, wenn du irgendwo raufgehst. Ja, wenn du von einer höheren Plattform abspringst. Wo sind die denn? Also in welcher Area bist du denn jetzt gerade? Gerade hinter dem Turm ist eine Tür. Digger, chill einfach bitte am Eingang hinter dem Turm. Ihr beide. Beide. Wenn die rauskommen, killt die sie bitte. Aber ich muss doch in der Sub-Area sein. Oh, shit. Geh jetzt sofort dahin. Die kommen gleich raus. Nö, die machen jetzt lieber. Seid ihr jetzt endlich da oder nicht? Das krieg ich direkt Els aufs Maul von Doministen. Hinter dem Turm. Ja, ich war hinter dem Turm. Hä? Alter, ich hab dir aufs Geld geachtet. Ich hab nur gelacht. So dumm. Alter, das war echt dumm. Aber verdient. Verdient. Ja, ja, ja. Ich akzeptier's. Ist Vic raus oder was? Habt ihr Vic jetzt gefangen oder nicht? Nee, er stand einfach neben ihr, Bro. Wie ist das so nichts gemacht? Ich flieg da mal weg. Zur nächsten Sub-Area. Hä? Ihr habt ihn einfach flüchten lassen? Ihr habt einen Eingang bewachen müssen. Ihr habt einen Job. Nächstes Mal, wenn wir das spielen, muss jeder vorher einen IQ-Test abgeben. Nächstes Mal, nächstes Mal machen wir Mario-Könse. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Die Hände zu dritt vor dem Eingang warten sollen. Einfach nur hier chillen. Hier. Hier, so chillen. Einer da? Ja, einiger da. Also entweder ist er zum Turm vorne wieder rein. Das ist der schnellste Weg. Oder er ist in eine links oben da im Dorf gegangen. Weil auf den Turm hochkommt er nicht ohne teleportieren. Ja, ich gehe mal hier rechts in die Tür. Ihr könnt ja... Ich bin vor der Eingang hoch. Okay, da ist ja keiner schon so lacht. Nee, ich verstehe halt nicht, warum ich nicht gefangen wurde. Ich auch nicht! Also, wenn ich das im Video sehe, gibt es ein Dislike. Ich meine... Oh, Tim! Hallo! Oh! Na? Scheiße, ich habe gehofft. Mann, ich habe gehofft. Ich bin vielleicht der Letzte. Das heißt, Vic hat das gewonnen. Ja. Ja, ja. Hättest du ihn nicht mehr fangen können, dann hätte ich schon wieder die Runde gewonnen. Aber Vic kam dann nicht bei dir vorbei, Tim, oder? Vic kam nicht an mir vorbei, nein. Okay, dann ist er nicht vor deinem Gang Turm, weil dann hättest du ihn sehen müssen. Ja, dann ist er bei... Links oben in einem der beiden. Soll ich einen Tipp geben? Ja, Horos. Ja. Ich mag Frösche. Okay, alles. Ja, Frösche. Alle Fröschen? Ich mag Frösche. Ich mag Frösche. Ja, wir sind alle oben, Hübi. Ja. Wer ist in... Hä? Vic, bist du das? Alle drei. Nee. Nee, wir sind alle oben. Ach, das bist du? Doch, das ist Vic! Hä? What the hell? Was ist das denn? Bruder, ich wusste nicht, dass du das bist. Junge, der ist hier. Der ist hier. Oh mein Gott. Wo ist denn? Scheiße, ich habe ihn verloren. Weg hier, weg hier, weg hier. Er ist bei der Tür. Er ist bei der Tür. Pass auf. Wo ist er jetzt? Äh, er war... Hey, Nuno, der ist bei der Tür. Geil. Ich glaube, die... Hey, ich habe alles durchsucht da und ich... Oh Gott. Oh Gott. Ah! Rein da, rein da, rein da. Hey, wo ist er hin? Wo ist er hin? Im Turm. Im Turm. Bei dem Fröschen. Im Turm. Unten. Haupteingang. Okay, du bist da. Achso, auf einer Audio. Nein! Ah! Oh mein Gott. Vic ist der erste Sucher. Let's go! Let's go! So, und um wieder etwas Clyde in die Verstecke zu bringen, ich habe mich für den großen Turm in den Ruinen entschieden. Hier oben habe ich Fluchtmöglichkeiten in alle Richtungen und habe auch immer die gesamte Map im Blick, also da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Shimtex hingegen hat sich in diesem kleinen Secret Raum im Treibsand versteckt. Eigentlich ziemlich offensichtlich, wenn er mich fragt. Und David ist ganz nach hinten in die Ecke gegangen und hat sich dort hinter der Ruine versteckt. So, Freunde. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier oben, weil wir von hier Vix sehr gut beobachten können. Der fängt uns nicht. Wir können in jede Richtung runterhüpfen. Okay, komm raus, ich komm raus. Ich habe noch gar keinen Verstecks gerichtet. So, erstmal gucken, ob jemand den Schlimtex macht. Ich habe überlegt. Fuck, ich bin... Bin ich gerade wirklich jetzt runtergefallen? Leute, du bist tot. Wisst du was? Ich bin gerade runtergefallen. Komm, gönn Schlimtex nochmal einen Versteck. Ja, komm, ich gönne... Okay, pass auf. Ich gehe nochmal rein und du hast eine Minute Zeit, um dich nochmal zu verstecken, okay? Junge, Alter, David. Da, wo du bist, ist nichts. Ich habe eine Idee. 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 Ja, da ist, Bruder. Bruder, was machst du da hinten? Bruder, vertrau mir. Das ist meine Taktik gegen VIX. Die funktioniert immer. Das stimmt tatsächlich. Da oben ist ein Mond. Nimm den mit. Hier, bei mir? Ja, da kannst du einen Stamm-Attack auf den Google machen. Achso, du meinst den hier? Ja, man. Easy. Aber weißt du was? Was? Ich sammel den nicht ein. Alter, Maschallah. Maschallah, du Bad Bull. Die Frauen fliegen auf ihn. Ich sage es mal so, mein Versteck basiert sehr viel auf Reaktion. Okay, 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 okay. Das checke ich irgendwie nicht. Vorhin jetzt wird es ehrenlos, glaube ich. Yo, 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 bleib her, du König. Bleib her. Bleib her. Könnt ihr schütteln? Ich kann nicht schütteln. Doch, der ausgeht. Bei mir geht es nicht. Okay, das müssen wir da nochmal einschütteln. Scheiße, ich weiß, wie ich ihn kriegen soll, ohne Schütteln. Ja, das ist natürlich ein bisschen ehrenlos, ne? Wer war gerade in einem Kugel-Really? Da ist David. Da ist David. Ich sehe David wieder. Halt doch deinen Maul, Digga. Ich sehe auch jemanden. Ich sehe auch jemanden. Aber ich werde euch nicht kriegen. Ihr seid alle schneller als ich. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Pass auf. Ich check mal. Pass auf. Oh, nein. Oh, mein Gott. Okay, du kannst auf X noch rollen. Dann machen wir es so. Wir können ja sagen, dass wir alle nicht schütteln, sondern nur die Rolle verwenden. Dann haben wir alle denselben Speed. Willst du euch den Tipp geben? Jemand ist tot. Hast du mich gesehen? Ne, ich wollte das gerade kaputt machen. Was? Ja, die Hitbox sind einen Tick größer geworden, glaube ich. Oh, mein Gott. Wie geil. Ich sehe keinen von euch beiden. Bei mir ist es sehr kühl auf der Map, wo ich gerade bin. Aber Sub-Area ist schon verboten, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, es ist keine Sub-Area, aber es ist sehr kühl hier. Es gibt eigentlich nicht mehr viel Eis auf der Map. Es gibt so kleine Eis-Drops. Hat nichts mit Eis zu tun. Hat gar nichts mit Eis zu tun. Ah, da bist du. Okay, krass. Also, ich vermute, dass du da bist. Ich gebe einen letzten Tipp noch. Es ist das Nächste an einer Sub-Area, was keine Sub-Area ist. Hm. Wie verwirrend soll es sein? Ja. Junge, David lässt gerade schön die Kamera drehen. Denkt, er wäre jetzt auf einem smarten Platz da oben auf dem Gebäude. Schaut sich um. Lacht jetzt so ein bisschen, weil ich ihn hardcore abfacke. Aber er will nicht lachen. Also, er grinst nur so in die Kamera. Und jetzt wedelt er so mit den Armen so. Ja, laber nur. Genau das macht er gerade. Das Ding ist, ich höre die ganze Zeit so ein Piepen in den Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob die einfach kaputt sind. Ja, ich glaube, das ist nichts. Also, David, ich bin südlich von dir. Als Tipp. Alter, er ist an einem kalten Ort. Oh, okay. Sehr nah an einer Sub-Area, was keine Sub-Area ist. Nee, nee, nicht sehr nah an einer Sub-Area. Aber es ist am ehesten verwandteste mit einer Sub-Area. Ja, ich habe eine Idee. Die Gattung der Sub-Area. Bruder, Vicky ist schön am rumrollen. David hüpft zum 38. Mal über dieselben Dächer. Glaubst du, du findest jemanden, wenn du permanent dieselbe Route laufst? Vielleicht habe ich einen Geistesblitz, Rigi. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo Schimtex ist. Oh mein Gott, das könnte ultra smart sein. Es ist so ein simpler Ort eigentlich. Also, alles, was du gesagt hast, passt halt sehr genau da drauf. David, bist du am mittleren Kartenviertel? Nee, ich habe mich gerade geportet. Ich meinte Schimtex. Ups, sorry. Ah, was bin ich? Was bin ich? Bist du relativ mittig in der Karte? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, das ist eine Idee, wo ich bin, Vicky. Ja, ich weiß ziemlich safe, wo du bist. Oh mein Gott. Jemand hat mir gerade geschrieben, dass man mich in David's Dream gesehen hat. Ich habe das Bedürfnis, zu Schimtex zu gehen. Das wäre so lustig. Ja, geht aber hin, geht aber hin. Gute Idee. Ich muss jetzt wissen, ob Schimtex da ist. Hä? Oh mein Gott. Ich dachte, du wärst hier, aber du bist hier nicht. Bin ich nah bei dir? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh mein Gott. Ich hätte schwören können, du bist da. Ich sage es mal so, ich kann meine Kamera nicht bewegen in diesem Spot. Das ist halt ein ehrenloses Versteck hier. Also hier, das ist halt. Da dachte ich, weil, obwohl, nee, stimmt. Das ist ja, hier ist ja nicht kalt. Mann, was bist du? Ey, was? Nimm dich nicht. Äh, der Raum ist. Das finden euch nicht. Ah, ja, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Oh mein Gott. Das ist so ein simpler Ort, oder? Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Alter, hier ist echt, aber kühl ist auch ein bisschen fies, weil die Wüste ja eigentlich eingefroren ist. Man denkt ja mal Eis, aber, aber, ja. Wir haben extra gesagt, kein Eis. Kein Eis. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Ist ja saulustig. Das zählt doch nicht als Sub Area. Ich hab, ich hab, ich hab da extra nicht nachgeguckt, aber ich hab, das zählt in der Sub Area. In meinem Kopf die ganze Zeit so, nee, da darf ich nicht nachgucken. Das ist ja eine Sub Area. Bro, wo? Wirklich? Okay, also. Wo, wo, wo sind die beiden? Oh, oh, ja, ich bin raus, ich bin in das Loch gefallen, also, und damit bin ich indirekt in eine Sub Area gegangen. Okay, also Sub Area ist für euch, wenn da so eine Ladezone ist. Ja, richtig. Ja. Aha. Okay. Auf der Odyssey. 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 Oh mein Gott. Wichsus. Das ist völlig okay. Okay, passt auf. Ich hoffe, ich krieg das hin. Nein! Hä? Shit! Scheiße, Chat. Das wird nix. Das wird nix. Okay. Es geht los. Und bevor jetzt Vic auf die Suche geht, möchte ich euch natürlich auch noch die Verstecke zeigen. Ich hab mich notgedrungen oben bei der Checkpoint Flagge in einem Knochen versteckt. Shimtex hatte einen ganz ähnlichen Gedanken und hat mit dem T-Rex einen großen Felsen kaputt gemacht und zwar der, wo die Röhre drin ist. Und David hatte ebenfalls das gleiche Versteck und zwar auch in einem Felsen in der Nähe der 2D-Sektion. Ich komme! Ich hab so ein paar Ideen, wo ihr seid. Oh ne! Ich glaub, mein Spieler hat den Schuh gemacht. Bruder, mein Versteck war so smart. Okay, scheiße, scheiße. Okay, ich muss das jetzt irgendwie an Dick vorbeischaffen. Äh, mit dem Dino kann ich auch Leute berühren, ne? Äh, nein. Ich konnte vorhin Shimtex mit dem Dino nicht killen. Oh, okay. Das ist gut zu wissen. Es geht ab. Es geht ab. Hat der jemand von euch? Äh, ja. Ich hab Shimtex entdeckt, aber der ist weg. Wo ist der Shimtex? Eben war doch noch hier. Moin moin! Mann, Alter! Boah, das wär eigentlich auch ein krasses Versteckgefühl. Oh, ne! Oh mein Gott! Hübi ist unten. Ich hab ihn nicht getroffen. Wo genau, wo ist er? Bei den Ketten unten. Ah, ich bin runtergefallen. Die Jungs. Nein! Er sagt vorhin wirklich, ja. Ja! Ja gut, pass auf. Geh da lang und ich geh nach hinten. Ja! Let's go! Ey, das ist so ein gutes Versteck. Es gibt halt extrem viele Plattformen, die man kaputt machen kann. Ja, ich glaub, ich mach die jetzt mal alle kaputt. Ich glaub nicht, dass David nen, ich glaub nicht, dass David nen Dino geköpert hat. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So. Oh man, du geh nicht. Scheiße, aber ich wär jetzt nen Dino. Oh, schade. Soll ich euch mal was erzählen? Ja. Äh, in der letzten Runde, Hübi, hatten wir so nen Vic Küstenland-Moment, wir beide. Echt? Ja. Und jetzt hatte ich das schon wieder mit Vic so nen Küstenland-Moment. Haha! Vic, wo warst du als letztes? Jetzt ein bisschen länger her. Also das, dann muss das ja irgendwo in der Nähe der Odyssey sein. Also der muss sicher... Sag mal so, den Moment hattest du, als du Hübi gefunden hast. Bei der Odyssey ist der oder was? Da muss er bei der Odyssey sein. Du hast ja bei der Odyssey gefangen. Also die Sache ist, ich bin an die Knochen dran so gelaufen. Ihr habt hier alle Knochen kaputt gemacht. Ja? Alter, läuft der immer so richtig beschissen um die Odyssey drum rum oder so? Ja, das frag ich mich auch. Das frag ich mich auch. Der alte Move. Bruder. Hä, wie kommst du da? Warte mal was? Hast du Pause gedrückt? Hast du da oben Pause gedrückt? Ich hab dich grad gefunden bei mir. Ach lol, da oben. Ich hab dich grad gefunden. Aber wie hättest du da stehen können? Siehst du? Digger, ich hab dich gefangen. Hä? Du hast Pause gedrückt. Ich hab den Screenshot-Modus eingeschaltet da oben. Ja, aber Bro, das ist doch verboten. Ja, Bro, das haben wir doch extra gesagt. Das haben wir doch verboten. Das haben wir doch verboten, Bro. Oh mein Gott. Ihr habt gesagt, wenn man sich ganz weit in die Luft yeetet. War das weit in der Luft? Ja, genau. Ich hab... Ein ehrenloses Versteck geschrieben. Aber das machen wir ja nicht. Du kannst dich irgendwo richtig weit in die Luft schleudern. Und dann einfach Pause drücken. Nee. Boah, yo. Ja, genau. Ich hab grad... Yo, mein Chat hat mir grad einen Vorschlag gemacht. Aber den machen wir nicht. Und zwar, wenn man irgendwo weithin springt und den Screenshot-Modus anmacht. Oh mein Gott. David, Bro. Das ist genau das. Wir verstecken im Schlemmerland. Wir gehen nicht zu der Insel. Okay, ich bin David. Ich geh zur Insel. Um es klar und deutlich zu machen, das Spiel muss laufen. Ja. Werden wir uns verstecken. Okay. Okay. We are ready. You can go. Okay. Go, 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 go. Run, run. Gibi, wir müssen alle pissen. Mach eine krasse Technik. Mach Speedrun. Pinkeln. Okay. Okay. So, taktische Besprechung, Jungs. Vic. Du gehst in die Sub-Areas. Geil. David. Du suchst den nördlichen Teil der Karte ab. Ja, genau im Norden. Richtig. Schlimmtext. Du suchst die Sub-Areas im Süden ab. Alles klar? Okay, nice, Digga. Dann such ich die Overworld im Süden ab, Männer. Und dann machen wir das Ding. Einer für alle. Alle für einen. Los geht's. Junge, das wird was, Leute. Das wird was. Moin, moin. Ich habe eine taktische Teambesprechung gemacht. Ihr habt alle zugestimmt. Haben wir einen krassen Plan? Du bist der Erste. Ich war die ganze Zeit allein. Oh. Also, es gibt in dieser Welt ja nur 300 Sub-Areas. Es gibt 300 Sub-Areas und 500.000 Spots auf der Oberwelt. Die Runde wird mindestens 40 Minuten dauern. Oh, mein Gott. I don't know if Vic saw me or not. Tatsächlich ist niemand bei den Münzen, wo Nintendo oben die Münzen versteckt hat. Ja, 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 ja. In der Jackson-Areas ist jemand. Ich wusste es. Haha, ich habe es wieder fest. Da war ich. Nein, er ist erst tot. Er konnte nicht flüchten. Er war in der Lava. Ah, let's go. Junge, ist der dumm. Wenn der da einfach hingeblieben wäre, ich wäre da nicht hingekommen. Aha! Okay, dann gehe ich noch mal in die Boss-Area. Weil da gibt es ja noch viel mehr Säulen, wo man springen kann. Okay, okay. I'm at my spot. That's fine. I'm at my spot. You really just gonna... Ah! 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 Vic jumped up the other side a second time! And I was on Vic's screen almost. Keine Ahnung, ob da schon gefragt wurde, aber war jemand bei diesem Google-Willi Raum? Da war David. Okay. Ich gehe wieder zum Boss. Ich bin grad beim Boss. Musst du nicht. Ich guck mich jetzt an. Alles klar. Ah! Ah! Hier ist jemand! They found me. They found me. I'm leaving. Das ist glaube ich Small-End. Er düst zur Boss-Area. Er düst zur Boss-Area. Ah! Ich hab ihn! Ich bin auf ihn gebounced! Ich hab den Bounce auf seinem Kopf gemacht! Ach, come on! Er ist jetzt in der Boss-Area. Er fliegt zur Boss-Area. Geht in die Röhre bei der Boss-Area. Aber wo geht er jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich hab zu großen Abstand. Ich hab keine Ahnung. Da sind die. Ah! Er ist eine Stromleitung! Er ist eine Stromleitung! Oh ja! Ich warf mich hoch. Aber er könnte jetzt hier in die Sub-Area gegangen sein. Jungs, ich bin mir nicht sicher. Weg, 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 Weg! Scheiße! Das bin ich. Die 2D-Area. Unten links in der Ecke. Da ist jemand. Ich glaube, da hat sich grad... Hier? Da wartet jemand. Siehst du den? Da ist jemand! Da ist jemand! Er springt runter! Er springt runter! Er dreht um! Er rollt außen rum. Er rollt Richtung Odyssey nach unten. Ja, ja, ja. Er ist bei der Stadt. Er ist bei der Stadt. Er rollt wieder zur Mitte der Map. Ja, ja. Richtung Mitte ist er. Er macht einen Jump. Bruder, Wieler kann er abhauen. Ah! Ja, er ist gepumpt! Er ist gepumpt! Ich hab ihn! Wir haben Smaller! Wir haben Smaller! Ah! Don't worry, I have the God Spot. No one will ever see me here. Yo, warte, was? 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 Es passiert. Sie haben den Respekt für uns. Sie ist in die Sub-Area rein. Okay, ich muss hier einfach nur warten. Sie macht die Mission. Sie macht die Mission. Aber sie muss vielleicht wieder zurückkommen. Ich warte hier einfach auf sie. Siehst du sie? Sie kommt gleich. Ist Ausgang gleich Eingang? Sie kommt davon zu. Aber willst du sie jetzt überhaupt drüber? Ja, guck mal, die wartet da jetzt. Pass auf. Okay, ich mach. Du musst hier warten. Okay, kannst du die Mission? Ja. Ja. Amethyst, was? Jetzt! Was jetzt? Was ist hier zu machen? There's one doing it and there's one waiting at the pipe. You might be able to capy bounce them to get into the pipe somehow. Okay, Amethyst. Kommt jetzt rüber. Für den Mond, ne? Ja. Sie ist einfach auf mich gesprungen. Okay. Okay. Sub Area top right. Das kann eigentlich nur Pyramide oder Eishöhle sein. Ist das nicht, ja? Ah, er steht in der Ladezone zur Pyramide. Er kommt aus der Pyramide unten raus. Oh, scheiße. Er hüpft. Ich hab ihn. Er geht wieder rein. Er hüpft runter. Er geht ins Loch. Er geht ins Loch. Er geht zur Boss-Area. Okay, er landet bei der Eis-Area. Ich bin auf seinem Kopf. Das ist doch kacke, man. Er geht wieder in die Röhre. Er geht wieder raus. Er geht wieder raus aus der Eis-Area. Er kommt vor der Pyramide raus. Oh, oh, oh. Hier ist er. Hier ist er. Er ist gebund. Ja. Was? Alter, der Ping ist so hoch. Ich bin vorhin auch Smallhand auf den Kopf geschoben. Er rollt Richtung Oase. In der Mitte. Ich komm angeflogen. Ich komm angeflogen. Ich komm angeflogen. Ich hab... Ah, Mann, Alter. Ey, Digga, ich bin ein... Digga, das ist doch kacke. Das ist peinlich, was gerade passiert. Ich schwör, ich hab den schon mal berührt. Er muss einmal bomben. Er muss einmal bomben. Ah, jetzt. Oh, damn. Ich komme. So. Wie zufrieden seid ihr auf einer Skala von eins bis zehn mit eurem Versteck? Eins von zehn. Wirklich. Ganz freudig. Also ich kann nicht beruhigen. Niemand von uns in einem Baum. Hä, wo ist der? Sieht ihn jemand? Nein. Boah, ich hab ein bisschen Angst, ne? Vor allem Hybi ist auch so ein Ekliger. Wenn der einen sieht, der wartet auf den letzten Moment. Ja, ja. Damit der rufen kann. Ich komme einfach noch. Ey, Hybi. Wenn du dir hier so die Clip mal anguckst, hast du dann so Randomizer Traumata? Nein! Wolltest du da nachgucken? Was? Ähm, ich hätte reingeguckt, glaube ich, ja. Oh Mann! Okay. Weißt du, wo die anderen beiden sind? Wenn ja, sag's mir noch nicht. Okay. Du hast mich gesehen, ne? Du hast mich gesehen, Bro. Ich hab dich nicht gesehen. Okay, also inzwischen bin ich... Ich treu jetzt nicht. Also du bist ja... Du bist ja ganz oben gewesen zuerst und ich bin dann runtergejumpt zu so einem Baum. Ne? Ich hab... Meine Kamera war null auf die Bergspitze ausgerichtet. Ach krass. Ich hab von der Bergspitze... Und dann bist du runtergejumpt, wirklich straight up zu dem Baum, wo ich war. Und ich bin dann von dem Baum weggejumpt und hab mich weggerollt. Ne. Als ob du das nicht gesehen hast. Ne. Ne. Ich bin ja... Was? Chat hat's auch nicht gesehen. Mein Gott! Stimmt! Stimmt! Ich wusste nicht, dass du da bist. Junge! Ey! Chintix! Er ist hinter dir! Er ist hinter dir! Oh! Oh! Guck mal, da unten ist Vic! Der Goomba! Der Goomba! Oh, nee! Ja! Ah, Mann! Okay, here we go! Hey, kann man sich safe nices Versteck raussuchen? Bro, nein! Ey, Jungs! Meine Käppi wurde grad gestohlen. Ich hab mir überlegt, wo ihr euch verstecken könntet. Weil die Map ist ja an sich gar nicht so groß. Es gibt oben ne Höhle, es gibt eine Insel. Ich hab's mir auch grad gedacht, Lea. Ich hab's mir auch grad gedacht. Er sagt, es gibt ne Insel. Aber ich sehe, wenn er kommt. Also er kann nicht überraschend kommen. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass er angeflogen kommt, schleudere ich mich weg. Und dann verstecke ich mich irgendwo in dem Wald. Kommt der? Kommt der? Er hüpft da? Er hüpft da? Er ist in Gleidon, glaub ich, gegangen. Ist er in Gleidon gegangen? Er ist in Gleidon. Gleidon bewegt sich. Fliegt der rüber? Fliegt der zu mir? Fliegt der zu mir? Fliegt der zu mir? Fliegt der zu mir? Er fliegt zu mir. Aha! Aha! Wer haut da ab? Wer haut da ab? Irgendwer hat sich verpisst. Hier ist doch grad jemand. Ah, was geht? Nein! Hä? Du hast doch einen Dreisprung nach oben machen wollen! Warum hast du den Dreisprung gemacht? Ja, ja, wollte ich auch. Was geht? Wihi! Scheiße! Wen hast du gefunden und wo? Bro! Easy. So, ist hier jemand? Ja, er ist mit ihr! Boah! 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 So, jetzt beginnt wieder eine David-Runde! Ja! Eine so genannte David-Runde! Digga! Sind wir eigentlich ein Brain?! Warum? Ja, wir waren vor uns im gleichen Versteck und vielleicht sehe ich Schimtix jetzt gerade wieder. Habt ihr eigentlich alle schon den Mario-Film gesehen? Bruder, bitte stell die Frage nicht Warum nicht? Ich werde seit Tagen damit zugespampt Und also das ewige Fragen nimmt mir die Lust auf den Film Ich habe keinen Bock mehr Einfach weil mich der Chat damit so auf Keinen Bock mehr den Film zu sehen Ja, weil er mir so bei jedem Trailer und überall Mario-Filme Wie so ein trotziges Kind, Alter Ihr seid mir jetzt so lange damit auf den Sack gegangen Ich schaue den Scheiß-Film nicht so Aber ich gebe euch mal einen Tipp Das habe ich inzwischen so gemacht Wenn irgendwelche Fragen häufig gestellt werden Nehmt es für Soundboard auf und spielt einfach den Sound ab Das ist schon strong, ja Darf man sagen, wo der Sucher und die anderen sind? Nee, also grundsätzlich nichts sagen Bei mir ist wortwörtlich die Nachricht angepinnt Wer spoilert, stirbt Ja, ich hatte die letzten Male immer Als angepinnte Nachricht hatte ich immer Also nicht auf Heiden Sieg Bei dir ist war ich auf Heiden Sieg bezogen, ne? Ja Ja, aber ich hatte immer Als angepinnte Nachricht Ich habe den Mario-Film noch nicht gesehen Oh mein Gott Das bringt leider nichts Weil niemand an Auf Twitch Dieses Ich weiß nicht, wo das Phänomen herkommt Niemand liest den Titel auf Twitch Niemand Ja Warum? Warum? Aus welchem Grund? Hä? Ich check's nicht Ich frage mich, wenn man am Handy guckt Sieht man den nicht, den Titel? Doch, man sieht den Man sieht den ein bisschen abgeschnitten Aber man sieht die ersten 50 Zeichen oder so Was aber noch mal viel schlimmer ist Ist die Kategorie Also die liest ja wirklich dann gar keine Leute, was spielst du? Ja Was man nicht unbedingt kennt Dann wird immer gefragt Also da guckt halt echt niemand nach Am Handy muss man kurz tippen Und dann sieht man Was? Aber in der Übersicht Ja, als ob ihr aber nicht einmal Auf euer scheiß Handy tippen könnt Um euch eine verkackte Information zu holen Diese Generation von heute Das ist wie Erklär mir mal, wie ich eine Mod installiere Dicker, jeder einzelne YouTuber Hat alle seine Informationen Von YouTube Tutorials Jeder Das ist ein sehr emotionales Thema Für Hügel Alter Ja, aber zu Recht Ich fühle es zu wundert Ich hab früher jeden Scheiß gegoogelt Wirklich jeden Scheiß Aber ich hab so viel Sauviele Haben einfach googeln verlernt Ja, mein Ausbild Ich hab eine Informatika-Ausbildung gemacht Mein Ausbilder hat gesagt Die wenigsten Leute können vernünftig googeln Und das ist so true Weil eigentlich googeln ist ja nicht Nicht, dass du deine Frage da komplett reintippst Sondern im Endeffekt Du haust ja zwei, drei Keywords raus Es gibt Leute, die die Frage da reinschreiben Ja, nein Es ist wirklich Safe Safe Ja, wenn du nach Mods installieren suchst Dann gibst du ein Mario Odyssey Äh, was weiß ich No Moons Mod oder so In der Hoffnung, dass du da einen Mod findest Der was ohne Munde Aber dann Vielleicht noch Tutorial oder Game Banana oder so Noch als Tag-Wörter Also einfach verschiedene Tag-Wörter Ja, genau Aber man gibt nicht die Frage rein Wie installiere ich eine Mod? Also klar, du könntest es vielleicht finden Aber das machen, glaube ich Das machen 80% der Leute, glaube ich Also ungelogen Jetzt wirklich eine realistisch geschätzte Zahl Einfach Chat-GPT für alles benutzen Ja, also theoretisch Theoretisch wird das gehen inzwischen Ich habe das Also ich finde Chat-GPT geil Aber andererseits habe ich das Gefühl Das ist noch ein Schritt weiter für Wir müssen nicht mal nachdenken Das ist Jemand hat es gerade perfekt beschrieben Die Kunst des Googlens ist es Den einen Reddit-Thread zu finden Der die gleiche Frage hatte wie du Ja Ja, ohne Witz Du musst hinter dem Problem einfach nur Reddit schreiben Und es gibt in 90% der Fälle Perfekte Lösung Ich muss aber sagen Das ist so nervig Wenn man so ein Thread findet Wo Leute genau dasselbe Problem haben Und dann schreibt jemand drunter Diesen Thread gab es schon Ja, genau Benutzt die Suchfunktion Dann geben wir eigentlich die ersten Tipps Andi, David ist ja gerade erst reingekommen Moment mal Hm? Was soll Oh, ich habe hier gerade jemanden gehört Wer ist am Lachen? Ich habe meine ganze Hausaufgabe mit Chat-GPT gemacht Ja gut, ich glaube, das machen viele Ja, ich habe letztens einen Vortrag an der Schule gehalten Und da haben wir dann auch in die Runde gefragt Wer mit Chat-GPT arbeitet Und so ein Drittel hat sich gemeldet Und die haben gesagt Ja, ich lasse alle meine Referate Alle Aufsätze Lass sich alle von KI schreiben Oder AI Was willst du als Lehrer dagegen machen? Du hast keine Macht darüber Ja, eben Richtig Inzwischen müssen Schüler unterschreiben Dass ihre Hausaufgaben nicht mit Chat-GPT gemacht sind Denn alles ist so insane Ja, wer kontrolliert das? Ja, aber das ist vielleicht einfach der Punkt Wo man dann den Unterricht anpasst So, ne? Ja, genau Ja, oder einfach den Lehrplan halt auf Soziale Kompetenzen zu legen Und auf Steuern machen und so Also Sachen, die nicht AI für dich erledigen kann Mhm Ja Ihr kennt doch alle Kase, ne? Den Modder Ja, ja Yes Ich habe mir voll das geile Video heute von dem angeguckt Wo er sein Code für seine Mario 65 Mod optimist hat Kenn ich Mit Chat-GPT Und es hat auch tatsächlich funktioniert Also das ist so crazy Also er hat nicht alles richtig gemacht Aber in den meisten Fällen hat er seinen Code tatsächlich optimist Ja, aber das ist ja auch geil Also es ist ja auch geil Aber wie gesagt Deswegen denke ich halt auch Dass wir als YouTuber niemals aussterben werden Weil je mehr Roboter für einen erledigen können Desto mehr sind halt diese menschlichen Werte gut, ne? Wie einfach Unterhaltung, Kreativität und der ganze Shit Weißt du, hier President Plays Mario Bros etc Ja Aber trotzdem, das wurde von den Menschen geschnitten so Es wurde einfach nur die Stimme übernommen Sollen wir die ersten Tipps geben? Weil wir haben noch gar nichts gesagt Bitte Okay, also ich bin nicht in einem Baum Wow Wow Ja, come on, Bro Also hier sind überall Bäume Ja, das ist kein Tipp, Digga Ich bin auf keinem pinken Gegenstand Ja, Bro Hier sind überall Bäume und jeder versteckt sich in Bäumen Nein, niemand ist in einem Baum Okay, pass auf, pass auf Ich bin eher im unteren Bereich der Welt und nicht oben bei den Dächern Jetzt müssen die anderen aber auch Tipps geben Ja, ich bin eher im oberen Bereich Ich bin auch eher im oberen Bereich Okay Laber nicht Hast du nicht bewegt? Wer weiß Ne, hä, nein, Bro Hast dich bewegt? Okay, okay, ich dachte schon, Alter, ich dachte schon Wir denken leider zugleich gerade Ich weiß nicht, das ist faszinierend wirklich Ja, Jungs, irgendwie funktioniert, hä? Funktioniert gerade nicht Seht ihr mich? Nein Seht ihr mich? Wo bist du denn? Warte mal, ich schick mal Ich schick euch ein Bild auf der Rotzap Bist du auf dem Rathaus? Ne, wir sehen dich nicht Check mal, check mal Rotzap Bist du, hä? Ich stehe in euch Du bist nicht bei uns Ne, wir sehen dich nicht Ja, geil, okay Vielleicht bist du wieder rausgeflogen Warte, ich wechsel mal Team Hä, doch, ich seh dich Aber du bist da unten Du bist da unten, ja Du bist da unten, ja Jetzt hast du dich hochteleportiert Jetzt bin ich tot Ja, Digga, die Leg-Mod wieder Ja, okay Okay, das ist schon ein bisschen unfair Ja Ja, Vic, an deiner Stelle würde ich jetzt ganz schnell laufen Ja, Bro, aber als ob das zählt Ja, gut Ja, wie als ob das zählt? Digga, wir speechern immer, dass wenn jemand gesucht wird und dann Fänger wird, dass er sagt, wo sich die anderen versteckt haben Nein, das waren doch jetzt Technical Issues Ne Fuck Ich hatte Vic gerade Jetzt habe ich ihn verloren Aber wurde Schimtex gefangen? Ne Hä, was? Bro Du bist hier? Du bist das? Das ist so ein Betrug, Digga Schimtex war gerade wieder auf dem Weg nach oben und ist dann mit dem Motorrad abgehauen Ah ja, hier Schimtex ist hier unten Wo? Wo? Vor dem Rathaus, vor dem Rathaus Komm, 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 komm Das finde ich nicht gut Chat-TBT lässt mich nicht registrieren Ach, jetzt wieder ganz lame mit seinem Roller Denk dir mal was Neues aus Er ist wieder unten, er landet Er landet wieder Richtung Hauptplatz Er geht in die Seitengasse Er hüpft, er biegt nach links ab Da, wo man vom Start herkommt Ach man, jetzt wirklich wieder nach oben? Wo ist er jetzt wieder hin? Weiß es nicht Ich bin, ich hab mich teleportiert, weil ich dachte, ich kann ihn irgendwo abfangen Der ist vielleicht irgendwo ausgestiegen in der Stromleitung Er, er, er fährt auf der Hauptstraße mit dem Roller Er fährt auf der Hauptstraße mit dem Roller Alter, ich raste aus Ohne Scheiß Bro, wir müssen jetzt nach, wenn ich nochmal so einen Moment habe, dann Bro, ich bin in Digga Och, danke Ich hab dich schon dreimal berührt, Digga Also ich hab den vorhin Also das ist aber, also ewig her, ne? Der war bei dem, bei dem Schild von den, vom, von dem Slot Game Hinge, hinge oben am Schild Dann ist er bei hinten Ja, das war ja vor 30 Jahren Ja genau, dann ist er hinten Richtung Captain Toad gelaufen Ach, vor 30 Jahren Ist dann, glaube ich, aufs Dach hoch, aber da hab ich ihn dann verloren Ja, ich bin in einem Baum, ich bin in einem Baum Ja, so viele Möglichkeiten gibt's doch gar nicht, wenn du weiter oben bist Außer du bist in dem Ah, er ist wirklich hier, äh, Rathaus, Richtung Rathaus Rathaus? Er ist unten beim, vorm Rathaus So, ich hab mir auch einen Scooter geholt, ich hab mir auch einen Scooter geholt Wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft? Das kann doch nicht sein Ja, ich bin schneller als du, Bro Hey, Bro, Bro Hey, Digga, ohne Scheiße, ich hab dich viermal berührt, so Alter, holy shit Ja, Bruder Was machst du gegen MC Scooter, Digga? Hyper, hyper Also das Ding ist, ich kann halt dieses krasses Moreland-Versteck, aber die Wahrscheinlichkeit ist 9 von 10, dass sie's auch können Ja, die Säule kennen die Safe auch, die kennen alles so Ja, überall wo wir denken, ja man, jetzt haben wir ein crazy Versteck, so Feierabend Oh shit, ich glaub, da muss man die durchspielen, oder? Ich probier's von hier, fuck it Cringe, wenn nicht Cringe, wer hier nicht gewinnt Richtig, genau so ist es, genau so ist es Ich muss jetzt auf gut genug einfach irgendwas suchen Oh, scheiße Okay, ich glaub, ich muss die Sub-Area durchspielen Egal, ich versuch jetzt einfach, dass sie steckte gehen Oh, absolut keine Ahnung Oh, jemand kommt hier Oh nice, der hat mich bestimmt gesehen Oh, ich bin runtergefallen Nein, der sieht mich Also an mir ist auch schon jemand vorbeigelaufen Ja, da muss ich jetzt einfach Zeit schinden Was, wieso ist er schon hier? Er muss den Kampf nicht machen, im Gegensatz zu mir Aber die muss man immer machen Mann, wieso haben die bessere Spielstände? Die muss man immer machen, egal was es ist Nein, er nicht, er ist direkt unten Hä? Das kann nicht sein Doch Ich bin tot, ich bin tot Fuck, ich glaub, der sieht mich Ich glaub, der sieht mich Ich bin tot Ich glaub, der sieht mich Ey, das ist einfach nur deprimierend Warte, bist du jetzt runtergefallen Oder wurdest du gefunden? Oh, shit, der macht den auch Der macht den auch Der macht den auch Shit, was, okay Die schlimmste Height-and-Seek-Runde meines Lebens Ja Ich muss sagen Ey, bro Der macht den Trick auch Ich bin so am Arsch Ich glaub, hier sind sogar zwei Ich glaub, hier sind sogar zwei Bro, soll ich einfach Bro, hier sind so viele Die alle diesen Trick versuchen Das ist, Bro, die haben mich gleich Aber Ich weiß nicht, ob Ich seh halt nichts, ne? Nee, eigentlich muss ich gehen Pass auf Oh, nein! Die haben mich ab Nee, der ist reingegangen Der ist reingegangen? Warte mal, irgendeiner Ja, vielleicht carryst du das hier Ja, einer hat die Area verlassen Nee, aber Die sind zu zweit oder zu dritt hier drin Die Aber Warum ist der Ach, der fängt mich safe ab Bro, ich würde das Auge Einer steht am Eingang Die sind zu dritt hier drin Oder einer Warte, draußen Ich glaub, gehen die alle auf mich? Ja, okay Wahrscheinlich, wahrscheinlich Haben die sich echt gesehen Ja, aber Ich war da oben Aber einer geht hoch Und der andere steht unten am Eingang Oh, scheiße Oh, nein, der hat mich gesehen Guck mal, Timo In ihrem Mondladen Müsst ihr den Kampf einfach nicht machen Oh, Bro Bro, ich will nicht mehr Bro, wie die mich hops nehmen, Mann Nein, der dritte kommt jetzt von oben Nein Ich bin so am Arsch Freunde, ich will leben Ich gehe in die 2D-Area Bruder Ich will leben I want to live, please Der, der hüpft da rum Der hüpft da rum Was macht der da? Hä? Haben die mich nicht gesehen? Hä? Was passiert hier? Mein Timer läuft so Oh, nein He's coming Shit Ja Oh, die sind zu zweit Ja, ich seh's Ich seh's Nein Hä? Als ob deren Hitbox immer so funktioniert Ja, deren Hitbox ist perfect Ah, Bums, mein Leben, Digga Hey, Jungs, Jungs Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist Ich verstecke mich da im Torbogen, ne? In dem weißen Licht Am Rand Du bist in dem weißen Licht Und? Und da ist gerade jemand vorbeigelaufen Der hat mich nicht bekommen Obwohl er extra die Kurve gelaufen ist Oh mein Gott, die denken, du bist safe David, Digga, du hast schon 47 Minuten Äh, das ist so crazy Roto, eine Stunde, Jungs Das ist, das ist komplett deine Das ist komplett dein Match Oh, David Nur im weißen Licht Jemand schreibt gerade Wenn die das nochmal abchecken Sollst du springen Aber ich weiß nicht, ob die dich dann hören Aber du würdest der Hitbox entkommen, so Oh mein Gott Oh, oh, oh Er hat mich gesehen Er hat mich gesehen Ja Als ob er da nachgeguckt hat Ich kann's nicht glauben Der wäre direkt in dich reingelaufen Der wäre direkt in dich reingelaufen Ja, er hat mich Ja Kannst du in so ein Bowser-Gemehre springen? Oh, ich weiß es aber nicht Oh mein Gott Ja, Mondland Mondland Fangen ist richtig Umdrehen, umdrehen Oh mein Gott So, Bounce Ah, okay Bruder, was soll das Der wäre direkt in dich reingelaufen Der wäre instant mit dir gecrasht Das Springen war schon richtig Aber schade, dass man nicht gesehen hat Als du gesprungen bist Das wäre krass gewesen Wenn man dich nicht gesehen hätte Ja, ja Boah, Digga, wo verstecken wir uns, Mann? Ja, Leute, Leute, da wirklich Das bringt nichts Also es ist ja schon zu spät Die suchen schon Oh, ich sehe schon einen Ja, aber da hat mich schon im Visier So ein schlechter Versteck eigentlich Ja, ich sehe es auch, ich sehe es auch, Junge Wow, ich sterbe in so zwei Sekunden Zwei jagen mich Weil man guckt dann so oben bei den Säulen Ich bin tot Ich packe es Nein Scheiße, nein, ich sterbe in der Lava Was? Nein Nein, oh mein Gott Hä? Ich bin gestorben, bin aber immer noch im Versteckermodus Warte mal, gilt das hier gar nicht? Ich bin gestorben, aber bin nicht Sucher Ja, aber das ist, glaube ich, eher ein Bug Das ist ein Bug Ich weiß auch nicht Warte mal, ich schreibe in den Chat Okay, jetzt wurde ich auch gefunden Während ich getippt habe, alles gut Bei David gucken sie nicht nach Weil die da schon waren Und bei mir gucken sie nicht nach Weil es einfach ein Baba-Kastik ist Einer jumpt gerade die Kirche hoch David, pass auf Hoch, hoch Die Kirche hoch Ja, einer ist gerade auf dem Dach Auf dem ersten Dach Ja, 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 ich sehe es auch Oh, jemand ist bei mir Jemand ist bei mir Okay, er ist hier Let's go Wir haben ab, Leute Wuuu Ihr kriegt mich nie Ja, er wartet vor der Kirche Er wartet vor der Kirche Ja, ich sehe es, ich sehe es Ah, ja, der kommt einem entgegen Der kommt einem entgegen Oh, einer kommt entgegen Scheiße, jünger Alle vier sind auf deinem Nacken Alter, Vic, du lebst noch? Anifis wartet am Ausgang Go, 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 go Drei warten am Ausgang Du bist auch draußen Geh wieder rein Oder Oh, Bruder Junge Meinst du, Spitz ist ein gutes Versteck? Nee, oder? Nein, sehr Ach, verdammt Das ist halt einfach der krasseste Digga, das Anfängerglück so heftig Ich liebe es Also wie kann dein Versteck das letzte sein? Real talk Bruder, Willenskraft Willenskraft ist alles Wie? Wie? Ah, da kommt jemand hoch Es kommt jemand hoch Der hat dich safe gesehen Oh, fuck Nein Ja, ich glaube schon Oder? Ah, da kommt doch jemand von der anderen Seite Doch, die kommen alle in die Kirche Oh, die wissen, was du da bist, glaube ich Der Frosch, Junge Ach, du bist ein Frosch Aber wir sehen nicht, dass du ein Frosch bist Ach, deswegen sah das Versteck so dumm aus Du hast bei mir als Mario voll Also, du standest da voll offensichtlich Du bist für die kein Frosch Achso Scheiße, Digga Bro, wo bist du? Wo bist du? Hinten auf der Kirche Scheiße Oh, scheiße Wir haben uns gerade gespeedrunnt Ich packe es nicht Ja, weißt It was a speedrun Oh, ist das so Oh, wow Es zahlen sich schon eins und zwei Eins Wegsucht Ja, das ist gut Aber ein Tipp Ich habe die Map vorhin schon mal getestet Ob alles klappt Wenn ihr zu der Bienenkönigin geht Dahinter zu diesem großen Turm Dann müsst ihr durch zwei Wirbelstürme hüpfen Um da irgendwie nach oben zu kommen Das ist richtig aufwendig Ja, genau Hast du es geschafft schon? Nein Ja, genau Also, der ist gar nicht so einfach Oh, ich habe es aufwendig Aber es ist ein Baba-Versteck schon Weil Vic kommt dann auch nicht dahin Es ist halt hart, dahin zu kommen Bruder Ich bin wieder so knapp Sollen wir dann danach hoch Ja, ich bin auch oben Boah, hier ist eigentlich ein ganz Ist hier ein Baba-Versteck? Ich weiß es nicht Nein 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 Ich muss nochmal machen Oh mein Gott Shit Shit Alles klar Jetzt geht es los Jetzt geht es wirklich los, Freunde Okay, let's go Also, mein Versteck ist entweder extrem billig oder genial billig Ja, Bro, ich hüpfe gerade auf dir, ne? Halt dein Maul Ja, Bro, ich hüpfe wirklich auf dir Guck mal in den Stream, wenn du mir nicht glaubst Aber da passiert irgendwie nichts Äh, warte mal Ich mach mal Reconnected Server Weil ich spring gerade die ganze Zeit auf dir Irgendjemand ist gestorben Irgendjemand ist gestorben Ja, ich glaube, ich musste Reconnected Server machen Man Man Hast du mich instant gesehen? Ja, Bro, ich hab noch ausgeguckt, wo da warst du halt Ich bin verreckt So, wo ist, wo ist Hubi? Warum denn mich? Du musst auch Schimtex suchen Nee, ich bin gerade verreckt Ich bin gerade verreckt Ich bin gerade verreckt Wo die Bienenkönigin ist, sagst du? Ja, wir müssen halt hoch, aber da kommt keiner hoch Ja, das ist das Ding Hubi ist da oben und ich hab auch die ganze Zeit versucht, da hochzukommen Ja, aber wie kommt man denn da hoch? Mit den Wirbelstürmen Mit so Impossible Jackson, so einem Bums Ach so, da ist der andere Ja, okay, easy, easy Das ist nicht easy Jetzt, wo ich's nicht mehr brauche, krieg ich's hin, oder was? Ja, ist immer so Ja, aber es ist immer noch nicht vorbei Wo ist Hubi? Okay, warte, 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 warte kurz Das kann ja nicht so schwer sein Hä? Ja, genau Deswegen bin ich gestorben Oh mein Gott, ist das stressig Also, ich bin ganz oben, aber wo ist Hubi? Da ist noch eine Schleuder Kann es sein, dass er wieder am Anfang ist, Bro? Führt die Schleuder zum Anfang hin? Das würde mich nicht wundern Ja, das führt wieder zum Anfang Also, der ist wahrscheinlich Ist der Typ Ach, halt dein Maul Eben war er doch noch hier Hast du's dann, Typi, oder? Soll ich noch weitermachen? Ja, ja, bitte, das war gerade ganz gut Alter, ich könnte anfangen Schimtex mit seinen eigenen Waffen zu battlen Was meinst du damit? Was willst du damit jetzt sagen? Was ist da? Was für ein Spiel ist das? All right Hier kommt man da oben auf den Baum Achso, guck mal, hier sind so Wolken Ey, Hubi, auf welchem Level ist dein Rathaus inzwischen? Moment, ich bin nicht auf dem scheiß Baum Aber der ist er nicht, ne? Okay, soll ich euch mal einen Tipp geben? Okay, ich stehe auf Holz Wow Bro Hast du schon mal mit einem Psychologen darüber gesprochen? Nein, sehr viel auf dieser Map ist Gras und Dreck Und ich habe mich seit Vic sucht, um keinen Millimeter bewegt Okay Ja, aber da muss er ja irgendwie Ich habe mich nicht bewegt, seit du suchst Timo, du hast doch gesagt, er ist da nach oben, oder? Der ist er auch, aber dann Doch, ich sehe gerade jemanden am Rand der Insel stehen Jetzt geht er wieder Springt er jetzt? Äh, ich glaube ich habe... Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt Ah, ja, ich sehe zwei Leute da irgendwie so Wandsprünge am Baum machen Okay Jetzt hüpfst du wieder zurück auf die erste Insel Jetzt bist du wieder auf der Insel Ja, du musst auf der ersten Insel sein Wo willst du denn sonst sein? Ne, das ist... Ich bin so offensichtlich... Ich bin wirklich sichtbar Ihr seht mich Also ihr müsst eigentlich nur eure Augen öffnen Ich hüpf jetzt sogar Also von der Kämpfe kann man mich sehen Blinden Hunde, macht doch mal eure Augen auf hier Dreck, das kann nicht sein Also ich sehe ja alles Aber warum sehe ich nicht Hubi? Oh Mann, ey Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Gigajet-Versteck ist Oh mein Gott, Sekunde Oh boy Okay Oh boy Passiert jetzt was? Ich höre einen Weitsprung Bruder, diese Wolfe sind so kattel Wieso fahre ich denn selber wieder runter, Alter? Scheiße Mann, ich hasse diese Stelle so sehr Okay, Vic, Vic, okay Bevor Vic jetzt noch Ultras heute wird Du musst den Wirbelsturm nicht benutzen Der steht doch bestimmt irgendwo da unten Der muss irgendwo unten sein Wait a minute Ja, ich habe ihn Man sieht das von der Käferinsel eindeutig Ich habe die ganze Zeit da geguckt von der Käferinsel Digga, nein, das sieht man gar nicht Ne, das sieht man gar nicht So gar nicht Ne Ja, Digga Also irgendwie bin ich so am überlegen David könnte ich halt echt Hops nehmen Aber ich glaube, ich nehme Ne, ich mache nicht dieselbe Taktik nochmal Ich suche was Neues Oh, ich habe eine Idee Da unten, da unten in dem In dem Da unten drin Oh, Captain Toad Das ist so smart Das ist so smart Aber da braucht Nein, das ist wie Oh Oh mein Gott Wir merken uns, dass er da ist Und wenn wir Fänger werden, fangen wir ihn einfach Oder sollen wir Kommen wir Ich ziehe durch Vic stirbt vielleicht Vic stirbt vielleicht Wir chillen da zu zweit Fuck it Fuck it Wir machen das Wir machen das So, ich bin gespannt Wie ein Bettlaken Er wird uns niemals finden Er wird uns niemals finden Ich frage mich, wo du dich versteckt hast Meinst du mich? Bist du schon Suche oder was? Noch nicht Okay Ich bin gerade da philosophieren Wo ich verstehe Ich habe das Beste versteckt Ich habe das Beste versteckt Ne, ne, ne Ich habe ein viel besser versteckt Ich schwöre Wir können am Ende vergleichen Okay Ich wette, meins war besser Ne Dafür muss ich euch erstmal finden Was ist so lustig Was ist so lustig hier? Ich habe einen Leuchter Ja, wo bist du? Ja, Digga, komm halt Okay Ja, es kam schon mal vor, Meister Okay Also David, ich kann dir einen Tipp geben Ja, danke Du bist schon mal sehr nah an mir vorbeigelaufen Die Frage ist halt natürlich, wann, ne? Gib mal einen Tipp Also es ist schon Also ich sage mal so Hier würde ich schon eine Dame beglücken Ah, interessant Da, wo ich bin Würde ich das L-A-G-E-R-F-E-U-I-R-L-E-E-D-Lied Singen Never ever Als, als, nein Hä? Wo ist das? Wo habt ihr euch hier versteckt? Hä? Bruder, Bruder Abflug Was? Wie habt ihr das hier gemacht? Ich bin da doch gewesen Junge, die dreckigen Pferde Wo seid ihr hin? Nein, ich hab euch verloren Ja, geil Ich hab euch beide aus dem Auge verloren Kann man nicht sein, hä? Was ist denn so los hier, Junge? Nein, nein Junge, ihr seid solche dreckigen Hunde Ihr seid solche dreckigen Hunde, Mann Nein, nein Das ist, glaub ich, das Winzigste, was mir dieses Jahr passiert ist Uff, uff, uff Komm, stimmt, es gibt doch auch mal einen Tipp, wo du bist Jetzt machen wir jetzt diesen Ja, ist doch, Digga Wir haben schon Uns hat er ja schon mal gefunden Wir konnten nur entkommen Ich kann einen guten Tipp geben, ne? Ich geb dir ein Code-Word Offensichtlich Boah, Bruder, uff Warte mal, kann man? Wie geht nochmal diese, diese First-Person-Sicht? Äh, steu kurz nach oben Ah, nee Das geht nicht, weil wir Ne, äh, rechten Stick Ist jemand gestorben, der ertrunken ist? Ich auch Ich bin auch Hä? Das ergibt keinen Sinn, dass ich gestorben bin Same Ich bin einfach gestorben Hä? Wir sind einfach gestorben? Ich bin einfach gestorben Warte mal, vielleicht mal die Zeit ohne ist? Ach, Digga Wir haben Team gewechselt Beim Raus-Aus-Probieren der First-Person-View Oh, oh, oh Das ist Instant-Karma Ja, das ist wirklich Karma Aber, äh, es war dran Okay, aber jetzt gehen wir alle auf Stimtex-Suche Ey, aber, Digga, ohne Scheiß Ich dachte so, Bruder, ich bin jetzt übel feifett Gehe wieder ins selbe Versteck Ich gehe runter, auf einmal hüpfst du wieder hinterm Zelt Oh, oh, oh Das bin ich Achso, das bist du Ich gehe noch einen Tipp Ich sehe zwei von euch Okay, das sind wir beide, ja Ja, offensichtlich heißt ja irgendwas mit der Odyssey wahrscheinlich Aber ich dachte eigentlich, ich wäre da schon gewesen Ist das nicht in irgendeinem Push oder so? Ja, die Büsche hatte ich eigentlich schon abgecheckt, dachte ich Hä? Bruder, auf der Odyssey Nein Auf der Odyssey Allt sind es halt da Allt sind es halt da Allt, man kann in den Pömpel rein Das muss ich gar nicht Das geht im Singleplayer nicht Das geht im Online-Modus Das geht im Online-Modus Bro, never ever Im Singleplayer kann man da nicht rein Jawollo Da kommt Slowbo, Tim Ja Tim, du schaffst das, Meister Oh, ich bin da Okay, ich würde sagen, wir lassen Tim nicht suchen Er gibt sich so viel Mühe Okay, wenn Tim uns findet, dürfen wir nur in Gehgeschwindigkeit flüchten Mit so einem Rollator Mit so einem Rollator Okay, pass auf, dann lassen wir, dann lassen wir Schimtex suchen und einmal, einmal Nerdy suchen Pass auf Okay, Schimtex, du suchst So Drei Minuten sind vorbei Oha Du nimmst das aber genau Bei mir sind es erst zwei Minuten Ich habe einen Timer eingestellt, du Lass mich in Ruhe Oh, jetzt wollte er wieder beleidigen Er war wieder kurz davor, das männliche Genital zu verwenden Timo, Timo, wenn du NERDY, du bist im falschen Team, deswegen sehe ich deinen Namen Wie geht's? Äh, NERDY? Ja? Ich bin gerade wortwörtlich in dir Ja, aber warum passiert schon wieder nichts? Weil du im falschen Team bist Nein, ich bin im Verstecker-Team Bei mir bist du im Sucher-Team Ach, komm Ich habe deinen Namen in dem Baum gesehen Ach, komm Es tut mir leid, Mann Ey, dann war das ein Bug, aber dann Was ist, vielleicht sollte er sich nochmal kurz verstecken So 30 Sekunden Zeit geben, auf Ehre Ja, komm, gönn ihm Schimtex, gönn ihm Ja, auf jeden Fall Ich geh nochmal rein, Dördy Versteck dich einfach im Baum daneben Ja Oder mach mal so, ich such, ich such woanders weiter Du kannst dich währenddessen verstecken Ja, Ehren-Schimtex Alter, Timo, Junge Timo, wenn du 30 Euro donatest, sage ich dir, wo Hübi ungefähr ist Ähm, an Wigs Chat kann jemand mal Nein, 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 du musst nicht Dein Geldbult muss leiden Du kleine Keuschel Ich hab aber nur 32 Schreib einfach als Name Schimtex hin, das passt schon Er denkt an, ich bin das Aber du bist schon am Suchen, ne? Ja, er läuft rum Er läuft zum Irrgarten Aber in dem Baum ist, glaube ich, niemand Den nicht, aber vielleicht in den anderen Wig, siehst du ihn noch? Ja, ja, er ist im Irrgarten Okay Ich versuche wieder von den Perspektiven Okay, das ist immer so schwer zu kommunizieren Wig, gib mal Tipp, wo du bist Warte mal, siehst du mich jetzt? Ja Okay Das heißt, in die Richtung stehst du? Ja, ja Okay, hab ich auch vermutet Von dem, was du so gesehen hast Wig, kannst du dich mal mir zeigen? Schimtex ist gerade weit weg Ja, okay Ah, da, ja, exakt, da hab ich Okay, alles klar Ich bin so ein Genie Ich hab dich exakt da vermutet Geil, Alter, geil Okay Oh, ich glaub, das gibt's sogar ein gutes Thumbnail, Alter Da kommen wir wieder die guten Ideen hierbei Wig, wo ist Schimtex gerade? Oh, zum Teufel seid ihr Auf dem Zylinder Hast du überhaupt schon jemanden gefunden? Wig, gib mir Bescheid, wo er ist Jetzt chillt er, ich glaube, da unten bei den Goombas Okay, er geht doch weg Jetzt geht er doch wieder hin Jetzt bleibt einfach stehen Jetzt geht er zur Rakete Jetzt in einen Baum Okay, du hast gesehen Dass ich hier beim Wasser war Mann, ich hasse diese Bäume Ah, Sefi, da ist er War er in einem Baum? Ja In einem Baum? Ja, war er in einem Baum Alter, ich dachte, in dem Baum findet mich niemand Einer von 10.000 Bäumen, endlich Ach, da ist Schimtex Er versucht, auf diesen Turm raufzukommen Bro, da ist niemand Wie kommt man da hoch? Weiß nicht, ob das überhaupt geht Ja, find ich auch interessant, Vic Den ich gerade im Fotomodus beobachte Oh, Vic, der hängt dir wirklich am Arsch Na, wie ist da oben? Wie ist die Luft also? Vic, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben Hallo Wo ist er, wo ist er, hallo? Sefi, der ist auf diesem Turm da Äh, Sefi, er ist hinterm Schloss Hinterm Schloss, auf dem Berg, wo ein Turm draufsteht Ach, da oben? Ja Ja, das ist doch schön Vic, es wäre, glaube ich, smart Pass auf Ich versuche es aus deiner Perspektive zu sagen Okay, Schimtex ist im Fotomodus, um zu gucken, ob du noch da bist Alles gut, ich bleib hier oben, bis jemand hochgekommen ist Alles cool Der ist da immer noch Der steht ganz oben auf der Spitze Wie kommt man da hoch? Wir müssen erst Jübi fangen, weil der kann die impossible Ist das so ein impossible Ding? Sefi, pass auf Weg, flüchtet Er ist weg, Sefi Äh, Richtung Schloss Ja, äh, das Problem ist Oh shit, da sehe ich die Verfolgungsjagd Über die Brücke Ich habe ihn verloren Baby, das ist zu spannend, oder? Heftig, oder? Heftig Die haben mich verloren Gefühle sind dafür da, um sie rauszulassen Wenn Leute, wenn es Leuten gut geht, dann freut mich das Ich frage dich im Frex auch gut Schimtex, was geht, du Motherfucker? Ada, ich hatte Bruder, willkommen in der Bronx Bruder, nein, no way, hä, alle, oder was? Hä? Ist hier Downtown, oder was? Sind hier insgesamt vier Leute? Das wäre wild Ich glaube schon, weil ich glaube, Leon und David waren am selben Ort Und wenn David mich begrüßt hat, dann muss Leon da sein Und Victor ist Ich spring einmal hoch und ihr sagt mir, ob ihr auch hier seid, okay? Okay Ich höre, ich höre schon Ja, 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 Bruder, alles, alles korrekt Ja, ja, ich kann dich auf jeden Fall sehen, Meister Als ob hier alle sind Als ob hier alle sind Alter, das ist wie dann, das ist wie so ein, wie so, wenn du in so ein Bienennest dann reinstehst Sobald ein Sucher kommt, Alter Flucht in alle Richtungen Hä? Hä? Wo seid ihr, wenn ihr so nah beieinander seid? Das kann es nicht sein Wait Es ist gefreezed Es ist gefreezed Jetzt kann es nicht sein Oh mein Gott, dieser Sound, der war so gut Aha Mein einziger Kollege ist gemutet Sefi ist einfach immer in seiner eigenen Welt Ach, nö Nein Mein Controller backt rum Mein Controller backt rum Geht doch, Alter Ich habe wieder mega delay Viel zu lang hat es gedauert Vor allem, wisst, merkt ihr eigentlich, dass es Tim einfach immer noch gibt, ne? Der existiert einfach so, ne? Tim, gib mal einen Tipp, wo du bist Warte, ich bin doch noch nicht mal ansatzweise letzter Ja, aber ich will wissen, also, verdammt Alter, da unten steht gerade, ich glaube, Sefi steht gerade einfach nur rum Sefi, was machst du da? Alter, Sefi, du stehst nur rum, was machst du? Nee, nee Ich bin Hä? Ich sehe jemanden in einem weißen Hut und Bowser-Kostüm Ja, dann Wo siehst du den? Wo bin ich? Hübi? Nee, Sefi steht auf Dreck zwischen Bäumen, oder? Stimmt das, Sefi? Nee Doch, ja, stimmt Hä, wer ist das? Da unten steht jemand Ja, sag mir doch, wo du mich siehst, Digga Ja, du stehst auf Dreck zwischen Bäumen hinterm Schloss Nein! Ich komme, Sefi! Nein! Oh, nee! Hä? Hast du ihn? Bro, bist du echt auf den Enkeltrick reingefallen? Oh, fuck's sake Habe ich nicht bekommen Hübi ist, glaube ich, irgendwo auf dem Schloss am chillen Ohne großartig zu spoilern von mir aus Er ist immer noch hier! Hübi ist beim Schloss oben Er spricht zu den Gumbas hinter Vom Gumba Richtung Irrgarten Er rollt Wo, wo, wo? Du musst sagen, wo? Unten Bei der Ranke! Bei welcher Ranke? Beim Bienennest Ach, Bienennest! Runter weg! Ich versuche ihn abzufangen Komm her! Hä? Sind wir vorbeigelaufen? Hey, wait, wait, der war hier Da ist er! Da ist er! Oh mein Gott, was hat er gemacht? Oh nein! Geh, 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 jetzt Wir jagen ihn zu dritt, alles gut Let's go! Äh, ist er unten? Ja Er ist unten, er ist unten Okay, ich gehe von rechts, ich gehe von links Er ist vielleicht in einen Baum gesprungen Nein, du hast den Baum voll kratscht, du! Ja, ja, ich hab ihn lagen Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh mein Gott! Oh mein Gott, als ob das der erste Baum ist, den du abcheckst Alter, die Flucht war so insane Ich hab so viele Moves gebracht Immer noch vier Leute, super Ich dachte eigentlich, das wird ne übel schnelle Runde, weil es gibt hier nicht viele Verstecke Ich auch Wie du da so rumspringst, jetzt neben dem Stein am Strand Willst du dich das rauflegen? Was soll ich machen? Neben dem Stein am Strand So, jetzt am Turm, vielleicht hast du da eine bessere Aussicht Hä, du hast du hier eine Übelung zu sagen? Oder? Was? Aber es hat ewig gedauert Alter, und das war so eine offensichtliche Position Wirklich, ohne Scheiß Alles lebt Alles Und ausgelockt Der hat einfach disconnected von der halben Scheiß Nein, hab ich überhaupt nicht Ich stand nur auf diesen einen Turm da oben Die ganze Zeit Und ich denk so Pfff, interessiert ja keinen Und es sind Leute um den Turm rumgelaufen Und haben mich nicht gesehen Aber wenn er dich am Strand zieht Das gibt nicht viele Orte Ja, ja, und deswegen ja die Insel Hast du die Bäume und alles hier angeguckt? Nein, nein, hier, die waren ja vorhin in der Bronx Die hätten ja hier Wieso nicht teleportieren? Ja Ja, aber es geht ja um David Vergesst man gute Laune-Typ nicht, von dem sieht und hört man nichts Also irgendwie werde ich langsam echt skeptisch, ne? Also wie können denn fünf Leute auf dieser Map ohne Bäume Nicht niemanden finden Okay, nein, schau Du bist eh gestorben Du bist eh gestorben Hier, siehst du mich? Ja Wieso werde ich nicht gefangen? Warum werde ich denn nicht gefangen? Hä? Ach doch auf der Insel, oder was? Ich war doch da Ja, guck mal die Sache ist Ja, ich weiß Ihr seid wirklich, also du und noch jemand anderes der Suche Weil ihr seid nicht alle Büsche Durch alle Büsche Bis auf den, wo ich drin war Weil ich da drin gecroucht habe Aber jetzt gerade hat mich jemand gerüttet Aber ich bin trotzdem nicht gestorben Was gibt's doch nicht? Ich bin hier doch alle gelaufen Dacht ich Nein, das ist nicht Das ist ein einziger nicht Jetzt bin ich gestorben Okay, wow Der muss auch hier sein Weil der war ja in der Nähe von ShamTanks, ne? Hey, ich hab dich berührt! Oh, du hast mich gewonnen, Digi Ich hab dich berührt Ich bin auch, ja, okay Aber ich bin auch, ja, 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 okay Aber Leon hat mich aufgenommen Äh, Tim Aber es hat ewig gedauert Aber es hat ewig gedauert Scheiße Wer ist denn das hier? Hä? Wieso hast du mich als Person gesehen? Weiß ich nicht Was warst du? Ich war die ganze Zeit der Goomba Und du bist der Einzige Du hast mich als Figur gesehen Das ist voll gemogelt Ja, du Da wo ich die ganze Zeit dachte, dass es Sefi ist Das warst du Oh, geil Ja, genau Aber das ist halt voll dumm Weil ich hätte fast das Ding hier durchgerockt Und du Bei dir gab's einen Bug Und du siehst mich als Spieler Scheiße Scheiße Das ist Eine Eidechse Sie lebt In den Deep Boots Entspannt mit dem T-Rex Eine richtig gute Doku hier Eigentlich habe ich echt Bock's zu suchen, muss ich sagen Ich hab echt Bock Ich hab's ja freiwillig starten Darf ich mich freiwillig melden? Ja, safe, why not? Also von meiner Seite schon Ich hätt übel Bock hier zu suchen Okay, pass auf Okay, alles klar Ich geh hoch, ihr habt zwei Minuten Let's go Ja, ich bin ready Ja, komm, lass Okay, ich springe runter Die Verstecke in den Deep Boots sind eigentlich recht easy erklärt Shimtex hat sich einfach auf einen dieser großen Steine gestellt Die man eigentlich mit dem T-Rex kaputt machen kann Vic hat ein ganz simples Versteck genommen Und zwar hinter der Blumenvase, wo die Ranke drin steht Ich weiß nicht genau, wie man dieses Teil nennt Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine Und David hat sich in einem Baum hinter einem Capture-baren Stein versteckt Ich bin gelandet Oh, ich seh einen Spaß Also, ein Versteck Ein Versteck ist sehr obvious Bro, sei... nein David, nee, das ist so offensichtlich Das ist so offensichtlich Das erste Versteck Ja, warte, ich hab ein anderes Versteck, aber dann wurde ich umgebracht und dann hast du rumgeholt Ja, war eigentlich mal Digga, ich häng das auf Was? Ja, ist in Ordnung Alter, ich konnte hier an dich ran Oh, Dino! 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 Nein! Dino! Scheiße! Nein! Nein! Oh, Scheiße! Fuck, 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 scheißen Kotenpissen Nein, ich hab ihn verloren Der Scheiß, Dino! Ich dreh hol Verpiss dich jetzt Du bist schon ausgestorben, Alter, friss Meteore, du Sau Nein, ich hab David verloren Warte mal, kann man... oh, 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 oh Kann man da klettern? Oh, 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 boi, das öffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten David, du bist so hin Äh, nee, ich will nicht zu viel verraten Bruder, wie? Also, ich glaube, es gibt irgendeine Form von Versteck, die ich noch nicht umreiße Die ich noch nicht stecke Der geht nicht K.O. Also, ich muss... jetzt geh... lauf in diesen Baum rein Jetzt halt, okay Ah! Nein! Ich kann dich nicht capturen In dem... Ah, jetzt! Nein! Ich hab den Plan B! Scheiße, Alter! Bruder, der Plan B ist aber nicht mit Godzilla gemacht worden Du warst in so einem Stein drin, oder? Nee, ich war auf dem Stein Ah, lol! Hä? Ich bin auf David gelandet Beim Respawn Ja, boah, ist das fair, Digga? Ja, komm, David, du darfst dich nochmal verstecken Na? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht Ich auch nicht Ja, wow Ja, wow, Digga, wow Ich muss das ja nicht sagen Oh, oh, nein Ich bin tot, weil der Dino mich gefehlt hat Junge Oh mein Gott! Was zur Hölle? Nee Ich kann aber nicht rollen, ne? Ich kann nicht schnell rollen Du darfst nur X drücken beim Verfolgen Schlimmtext Oh mein Gott! Dig! Dieser Dino! Dieser Dino! Nicht schütteln, nicht schütteln, nicht schütteln, nicht schütteln Oh mein Gott! No, no, no Den kriegen wir Nein, der Dino! Der Dino! Ey, der Dino ist auf meiner Seite! Jungs, was soll ich sagen? Mein Game ist wieder abgestürzt Die Switch 2 läuft nicht gut Ja! Geht doch! Ich hab ihn, ich hab ihn Stabil! Ja, Jungs, wollen wir es nochmal probieren mit mir? Ey, sehr gerne, sehr gerne Mal gucken Ob es jetzt vielleicht klappt Also Jungs, ich wäre wieder in meinem Versteck Okay, dann suchen wir ihn noch Pass auf, wir suchen ihn noch Ich check mal die Ranken hier Ja, eine andere habe ich auch schon Dann gehe ich auch nochmal weitere Ranken absuchen Oh nein, ich bin aus der Map raus Ja, das ist halt übel risky Ja, ne, ich glaub nicht, dass er auf der Ranke ist Soll ich euch den ersten Tipp geben? Ja, mach mal bitte Ja, mach Hat was mit dem männlichen Morgenphänomen zu tun Okay, ne Latte Okay, er ist aber irgendwo auf einem Baum Ja, eben Also, er muss auf einem Baum stand sein Aber bei dem, der über der Klippe hängt, waren wir schon Ja, wir müssen gleich mehr nach oben gucken Wait, nee, das könnte auch ein Ranke sein, oder? Ja, da hängt er doch an der Ranke Haben wir nicht alle abgecheckt? Ja, lass mal alle abchecken Ah, die bewegt sich Ja, Jungs, scheiß drauf Mein Game ist wieder abgestürzt Ich war an der Ranke Oh mein Gott Wir haben nicht alle abgecheckt Ich bin dran Oh nein Nein Wir können uns nicht mehr unter Wasser verstecken So verschissen Ich hatte gar keine Chance, sorry Der Chat kann bestätigen Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Soll ich Ich bin dran 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 Johann Nein Den Schmtext machen Irgendwann haben wir so ein Mario Odyssey Buch mit den verschiedensten Verstecktechniken Und benennen sie so Das Schmtext Versteck Das Schmtext Versteck Ich will ja nicht angeben Ich kann daskmast behauptzen das mein bestes Versteck bisher Mhm Okay ich hab ne Ahnung Warte mal Kann man hinten auf den Drachen rauf? Du kannst ja mal versuchen von hinten in den Reihen zu kommen Ja das versuch ich jetzt Das wollte ich schon immer mal tun Seid ihr alle in derselben Raketen area? Oh nein Guckt bitte nicht in der area nach Ja ich will mich hier noch beim Drachen bisschen umsehen Also, wenn sich von euch wirklich jemand in der allerersten Area versteckt hat, dann holy shit. Digga, bist du immer noch in dieser verdammten allerersten Area? Ah. Hä, wo seid ihr denn? Also, ich muss sagen, meine View könnte gerade einfach so ein Wallpaper sein. Ja. Wie kriege ich dich da jetzt? Mit wem redest du? Ja, mit dir. Versteckst du dich hinterm Finger? Was meinst du? Oh, jetzt komme ich einen Finger näher. So, jetzt bin ich direkt über dir. Erkrankt. Dann flieh mal. Ah, nein! Du bist ja runtergefallen. Da rutscht man ja runter. Guck auf dem untersten Finger, Digga. Aus dem untersten Finger? Ja, der war noch ein Finger unter mir. Oh, ich sehe es. Nein! Nein! Ich glaube, er stirbt auch. Ich muss einfach gar nichts tun. Ich habe euch einfach nur zugesehen, wie ihr beide über den Tod springt. Ey, habt ihr gesehen, wie mit der Rakete weggeflogen ist? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Ja, der ist, glaube ich... Ja, okay, ich fliege jetzt mit der Rakete. Schön, aber das ist schön. Ich bin mal wieder der Rinner, Alter. Alter, wir könnten wirklich ein Kreuzworträtsel machen. Das wäre richtig gut, Mann. Vielleicht findet mich da noch mal jemand. Ich habe ja noch nicht alles abgesucht. Ich habe ein bisschen Angst. ähm, David, du bist nicht in der 2D-Passage, oder? Äh, nee. Okay, passt auf, passt auf. Falls er ganz oben sein sollte und aus der 2D-Passage dann rauskommt, kurz bevor wir am Ende sind, warte ich draußen auf ihn. Wann mal? Okay, ich mache mich auf den Weg. Puh. Okay, ich habe durch, aber hier ist keine. Hier ist nur eine Rakete und ein Mond. Echt? Ja. Bro, hä? Aber die Sache ist, ich glaube, ich habe echt ein bisschen Angst, dass er bei der ersten Passage ist, aber dann frage ich mich, wie? Ja, ich habe da gerade auch noch mal alles zerstört, also ich weiß nicht wo. Okay, Jungs, ich glaube, ich muss langsam echt mal einen Tipp geben. Ich bin in einer Sub-Area auf jeden Fall. Du bist in einer Sub-Area. Wollen wir vielleicht noch mal splitten? Das ist eine gute Idee. Ist halt die Frage, ob es schlau ist, wenn jemand bei der Rakete wartet, weißt du? Junge, Schimtix wird jetzt Fallfährt. Jetzt wird es schwierig, weil wenn Schimtix jetzt unten noch mal kommt und Vic im selben Moment hochkommt, dann kriegen sie mich. Da muss ich, also es kann sein, dass sie mich jetzt kriegen. Oh, wait, 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 wait. Ich habe vielleicht noch eine Idee. Zitat vorhin von Hübi. Wollen wir noch eine Mini-Runde machen? Hä? Wie soll das? Nee, da kann er nicht hingekommen sein. Ich habe so ein bisschen Angst. Okay, ich gebe euch noch einen Tipp, okay? Ich bin in Sub-Area 1. Hä? Wo bist du denn da? Ich habe da alles durchsucht. Okay, lass mal koordinieren. Einer wartet draußen, wenn Hübi flüchtet. Ja, okay. Ich warte. Ich warte. Er lässt... Ja, da ist er! Er ist hier draußen! Er ist draußen! Er flieht, Digga! Och, Mann, nö! Ich habe mich gerade zurückgelehnt! Er ist gepunkt! Es kann nicht sein, ich will mich gerade zurücklehnen, kommt der Hund aus seiner Röhre heraus. Er geht wieder rein! Er geht wieder rein! Hab ihn! Hab ihn! Okay, pass auf. Zufallszahl zwischen 1 und 3. 2! Ich suche! Gott sei Dank! Okay, aber ihr dürft euch, wie gesagt, überall verstecken. Also auf Dächern oder auch am Boden, aber nicht... Also wieder keine Ladezonen. Keine Sub-Areas. Nee, wir können mehr Outfit wechseln, was soll's. Komm, wir machen ein Dr. Hübi-Outfit, was soll's. Jetzt auf meine Bedüsen los. Ich komme! Ja! So, jetzt ist der Spaß vorbei. Also, bis jetzt war's ganz lustig, aber jetzt kommt der Ernst des Tages. Ah, er checkt die Obis, eh? Ah, okay, Sefi macht schon wieder den, okay. Er macht so dieses Schlau, er checkt wenigstens die Obis hier am Anfang. Ich hab übrigens mein Outfit jetzt auf Dr. Mario gewechselt, um den Ernst der Lage zu unterstreichen. Ah, interessant, Hübi, wie du da... Ja? Ich hab absolut keine Ahnung, was du machst. Okay, passt auf. Oh, 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 ja! Ja, jawoll-o, jawoll-o, irgendjemand hat einen Mond eingesammelt. Jawoll-o! Wer hat denn dein Mond eingesammelt? Oh, boy. Egal, als ob. Du hast einen Mond eingesammelt. Du bist da irgendwie aus der Mülltonne rausgekommen, wie du den Mond eingesammelt hast. Ja, schon, aber die haben ja auch gesagt, du hast den Skin gewechselt, bist jetzt Arzt. Deswegen dachte ich mir, das ist er nicht. Du bist jetzt Arzt. Ich hab's am Anfang der Rudi gesagt, warst du wieder full mute. Wenn du jetzt Arzt bist, bist du dann Dr. Hübi? Das ist absolut korrekt. Übrigens, Domi, ganz ätzend, man kann sich hier in den Bäumen verstecken. Also jeden Baum, den du siehst hohe. Ja, ich war da auch zuerst. Ah, okay. Ich war da auch zuerst, dann ist Vic gekommen und ich dachte mir, nee. Der Ehrenlose. Ja, imagine in den Bäumen verstecken. Bäume verstecken ist halt wirklich ein bisschen. Oder in Kisten verstecken, das wär so wack. Junge, wie Tim einfach gerade gespoilert hat, dass er sich in den Baum versteckt. Sag auf Ehre. Stimmt das? Ich bin in keinem Baum. Auf Ehre. Okay, okay. Yes. Was? Wo kamst du denn her? Ehe, Bruder. Wie, dein, was gleiche? Ich bin weggegangen. Nein. Kamst du von oben? Nein, von unten, Mann. Aber du warst nach oben schon. Das war's. Ich war ja als in den. Hast du jemanden gesehen, Vic? Ja, also ich hab dich rumspringen sehen, aber das war's dann auch schon. Ah, verdammt. Aber warte mal, wie viele suchen jetzt? Drei. Domi, du und ich. Ach so, okay, dann hab ich doch jemanden gesehen. Okay. Warte, warte, ich bin relativ weit oben. Also ich kann überwachen, wenn er flüchtet. Wo? Also Tim, ähm, hab ich in der Mitte der Stadt gesehen, wie er Richtung Odyssey zurückgelaufen ist. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er wirklich zu Odyssey ist oder vielleicht bei den Seils, also beim Seilsprung-Game ist. Ja. Aber ich glaub, er ist in der unteren Hälfte. Aber er sagt, er ist in keinem Baum. Ja, war er vielleicht vor zehn Sekunden nicht. Er ist wahrscheinlich genau in dem Moment rausgesprungen. Ja. Wo ist ein smartes Versteck? Wir checken mal die Kisten ab. Wo ist der? Ach so, bei der Odyssey war ich auch überall. Da ist niemand. Ach so, wollte ich nämlich gerade nachschauen. Nee, da ist niemand. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Warte. Ich dreh hol. Stell dir vor, du bist Taxifahrer in New York City, Alter. Du arme Sau. Das ist irgendwie 30 Meter Straße. Ja, aber so groß ist es nicht. Ich schaff nicht. Schon geil. Hast wenig zu tun. Stell dir vor, du musst hier den Führerschein machen. Tschüss. Oh. Und random rennt einfach immer so ein Mario vor dein Auto und dann so, ja, durchgefallen, nicht auf Fußgänger geachtet. Oder es capturiert jemand ein Auto, während du Fahrrufen hast. Du baut einen Unfall und du musst erst beweisen lassen, dass es wirklich so ist. Ja. Ja, so ein Kleppter, der halb so groß ist wie ich. Der war's. Mario kommt einfach rein, steigt ein und sagt, bring me to the Panzers. Und dann weltweit. Ja, dann fährt er dich einfach straight nach Irak. Ja. Warum hast du eine Belastungsstörung, wenn du Taxifahrer warst in New York City, Alter? Ich hab Bauchschmerzen irgendwie am Arsch. Ey, wo sind die, Mann? Ich hab keine Ahnung. Vor allem, also wir müssen jetzt mal wie Tim denken. Tim ist prinzipiell nicht dümmer als ich. Also ich glaub, Tim ist jemand, der würde sich irgendwo festhalten. Ich glaub auch. Nee, nee, nee. Also wenn ich mir Tims verstecke in letzter Zeit. Tim hat sich immer in was reingeduckt. Also im Wüstenland war er in was reingeduckt. Oder er capturiert was. Aber hier gibt's nichts zu capturern, außer das Taxi. Also ich glaub, Tim ist in irgendwas reingeduckt. War es hier schon ganz oben? An der höchsten Spitze? Nee, ganz, ganz, ganz oben. Aber man kann hochgucken, da ist niemand. Also ich seh dich da rumhampeln. Du bist ein Arzt, Mario Hübi. Ich bin Dr. Hübi, ja. Er ist eben kein Arzt. Oder ist er jetzt doch Arzt? Ich bin Arzt. Hä? Aber du warst gerade noch nicht, als du mich gefunden hast. Doch, da war ich auch Arzt. Hä? Nein, bei mir saßt du noch nach... Es kann aber sein, dass das Outfit vielleicht nicht geladen hat bei dir. Das kann sein. Hä? Was ist das für ein Beschiss dann? Weil ich bin extra nur rumgelaufen, weil ich extra geguckt hab, ist das jetzt Arzt? Nein. Nein, das war der Höhlenmensch. Und dann war ich mir sicher, okay, das kann er nicht sein, weil die mir alle gesagt haben, er ist Arzt. Wie, du bist nicht der Höhlenmensch? Ich bin jetzt Arzt, ich bin aufgestiegen in der Rangordnung. Also eine Sache kann ich euch als Tipp verraten, ich schaff keine krassen Impossible Jumps oder sowas, ne? Okay, das ist ein krasser Tipp. Danke, Bro. Ja, gerne. Komm, ich hau noch einen raus. Ich bin in der Nähe von einem Gebäude. Und du spielst Mario Odyssey? Also spielen wir wirklich dasselbe Game? Ja, ich bin im Cityland. Und du? Ah, okay, krank. Warte, warte. Nee. Also die müssen ja ihr Versteck ändern. Boah, das ist jetzt ärgerlich, wenn ich Tim Gute-Laune-Typ heiße. Wo bist du denn hin? Du hattest mich gesehen und wolltest mich von oben holen, ne? Ich hab dich, er war hinter dem Rathaus in einem, in einem, äh, so einem Pöller drin. Aber das wurde, also der Pöller wird nicht angezeigt. Also ich hab dich einfach als Mario da oben gesehen. Hast du eine Ahnung, wie lange, ihr seid schon so oft an mir vorbeigelaufen, ne? Ja, und dann hab ich mich hoch teleportiert, um dich in Sicherheit zu wägen. Ich hab deinen Atmen gehört. Ich hab gehört, dass du Luft geholt hast. Und dann hab ich gewusst, er hat mich gesehen. Moin, moin! Oh, jetzt geht's dir aber Schlag auf Schlag. Was geht's? Wo war er? Er war ganz oben links. Also nicht, äh, nicht außerhalb. Ja, neben dem Pool, oder? Genau, das linke Gebäude, das sind ja diese Gabeln, wo du dich hoch, äh, katerpultieren kannst. Und er hat sich in so eine Gabel verwandelt. Moment, Moment, Moment. Ja, das war bei mir auch so. Nerdy ist der Letzte, der noch lebt. Und ich hab ihn, glaub ich, gefunden. Am fucking Start. Achso, ja gut, er ist ja gesporned. Ich dachte, da war niemand. Er ist ja gesporned. Er hatte ja Disconnect. Genau, er musste ja neu starten, deswegen macht das schon Sinn. Ey, das war taktisch. Taktischer, taktischer Crash. Mann, Nerdy. Nein! Nein, ich will nicht, dass du Motorrad fahren. Nein! Nein, ich hab ihn berührt. Wo war's? Bist du im Suche, Mann? Nein! Ich hab dich berührt, Digga. Da, ich bin in dir drin. Bist du im Suche, Mann? Sag doch, der Cheatet. Äh, wir haben dich jetzt schon... Ich hab dich zehnmal berührt. Oh, wegen dir, Brühe! Ja, egal, gewonnen ist der Letzte. Er hat ja gewonnen, weil er ein Disconnect hatte. Nice. Ja, das lassen wir nicht zählen. Ja, das ist die Neuerrunde. Ja, das ist die Neuerrunde, ja. Oder wer ist das Erste? Pass auf, stellt euch mal auf, stellt euch mal auf. Ich mach einfach... Ich frag Siri nach einer Random Number. Passt auf. Okay, Schintex ist eins, Vic ist zwei, David drei. Nein, ich drei und David vier. Zufallszahl zwischen eins und vier. Drei. Dann bin ich der Erste Sucher. Alles klar, dann stellt ihr jetzt auf Weglaufer und versteckt euch. Okay, jetzt kannst du eigentlich suchen, oder? Zwei Minuten um. Okay, wir düsen los. Alright. Alles klar, Männer. Ich lauf los. Ich bin on the run. So, also wie gesagt, in keiner Sub-Area, aber ansonsten darf man theoretisch überall sein. Genau. Ich hab so viel Splatoon gespielt, ne? Da hab ich so... So eine... Ja! Ah, der wick den Sohn! Easy peasy Lemon squeeze. Oh mein Gott, ich hab... Das war so sch... Das war wirklich ein gutes Versteck. Äh, als ob... Ich hab so ein Scheiß Versteck. Ja, same! Ich wollte gerade weglaufen, damit war es leider schneller. So, aber jetzt kannst du mitsuchen, Meister. Die Sache ist, ich weiß auf jeden Fall, wo einer ist. Ich weiß auf jeden Fall, wo einer ist. Die können ja auch noch die Position wechseln. Die können ja auch die Position noch wechseln. So ist ja nicht. So, ich glaub, hier ist irgendwo einer. Ich hab so ein Scheiß Versteck. Farf mich nicht. Junge, wo ist der Sohn? Ich glaub, ich hab grob gesehen, wo Schirmtext hingeflogen ist. Wo? Geflogen? Das ist doch schon mal... Ja, ich meine, er ist geflogen. Okay, ich bin auch gerade im Gumba unterwegs. Boah, das ist aber mit dem Nebel, ist das echt asozial, ne? Ja. Wie wir hier ankommen. Ja, wick auch, Junge. Arschli, wir haben rumgeiern. Meins, meins. Vielleicht läuft jetzt auch irgendwo über die Map, weil er Panik schiebt, der kleine... Der kleine Hund. Hä, ich würde sowas nie machen. Komm. Also, ich checke hier die ganzen Hüte ab. Ich bin jetzt gerade bei den Hüten am Spawn gewesen. Ich flieg mal so ein bisschen außen rum. Hä, wo ist der? Das ist auch noch nicht. Gute Frage. Ich hab mein schlechtes Versteck zu einem besseren Versteck gemacht, sag ich mal. Junge, er hat sich wegt. Ich war fast gestorben. Ich wäre fast gestorben. Wo ist denn der unterwegs? Der muss doch irgendwo sein, wo Akkrund ist, wenn er fast gestorben wäre. Ich checke es auch nicht. Hä? Ich bin gestorben. Scheiße. Wo warst du? Was? Oh mein Gott. Ich war hinter diesem Riesengebäude ganz, ganz unten. Ich bin da als Bringer rumgezogen. Junge, David sucht an. Ich war da. Der ist nicht wahrer. Da ist der auf jeden Fall. Ey, ich will da nicht aufmachen. Das ist halt zwischen 1 bis 4. Die zwei Vickes-Verstecker. Oh, chill. Los geht's. Du hast ein lila Outfit an, ne? Boah, dieser Modus bringt mich so unter Druck, ne? Ich will nicht der Letzte sein. Also, ich kann sagen, ich hab bisher noch niemanden gesehen. Okay. Eins, du schimmst ein Sub-Area-Schimmler. Mann, ich hasse diese Sub-Areas. Ich hab gar keinen Bock, die zu erkunden. Ja, Kaskadenland hat echt keine guten Sub-Areas. Ich will kennen, hängt da an irgendeiner Klippe, Alter. Ja, aber dann würde man ihn sehen. Also, dann würde er uns sehen. Also, bei vier Leuten, die über die Overworld speeden, hätte er jemanden sehen müssen. Wenn er auf der Overworld ist. Achso, ich bin in der Sub-Area. Ja, jetzt müsste man nur noch Sub-Areas kennen, ne? Ja, true, true. Bruder, bitte, sei denn der, in der ich gerade bin. Die ist auch so scheiße, die Sub-Area. Nee, also, Kaskadenland hat echt kein Premium-Content. Vic, bist du sichtbar, wenn man bei dir ist? Oder muss man in irgendwas reinglitschen? Ja, du weißt, irgend kann ich dir nicht sagen. Oh nein, der ist wirklich hier irgendwo. Oh nein, bitte sag mich, er steht in der verfickten Steinsäule. Timo, kannst du mir einfach sagen, wenn du ihn findest, so, auf süß? Nein, nein, nein. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Spaß, um die Reise. Um die Freunde, die man auf dem Weg gemacht hat. Richtig. Das Ding ist, ich struggle ja schon damit, dass ich Sub-Area bin. Ja, aber es gibt doch gar nicht so viele Sub-Areas hier, oder? Ich meine, zwei, ja. Oh Mann, ey, ich habe keinen Bock mehr. Vic, hat dich schon jemanden gefunden? Ja. Ihr schaut mal auf die Anzeige. Also wir können mal, wir können es damit eingrenzen, ihr müsst in keine Mondröhre rein. Also es sind die normalen Sub-Areas mit Türen und grünen Röhren. Ja, ja, es ist in der Tür auf jeden Fall. Digga, ich habe jetzt gerade die zweite Tür entdeckt. Ich bin zum allerersten Mal in dieser Sub-Area drin. Yo, Chad, haut mal raus, wo finde ich die Sub-Areas? Ich habe nur so... Ja, dieser, dieses weiß. Aha. Ey, Jungs, ich grüße euch. Oh, David, mashallah. Ja, links vom Wasser, ganz im Süden. Okay. Da in der Nähe ist das. Na gut. Okay, Leute, wie viele Steine muss ich kaputt machen? Ja, so mehr als zwei. Ja, Mann, was? Moin, Sepi, was geht? Wisst ihr, was der Witz ist? Ich habe ganz am Anfang an diese Sub-Area gedacht, aber ich hatte keine Ahnung, wie man hierher geht. Let's go. Ja, das Bauern. Hier we go. Ey, das wäre funny, wenn die sich auch hinter das Zelt verstecken. Ja, abchecken. Müssen wir abchecken. Das sehe ich irgendwie, das sehe ich irgendwie. Ich glaube, die machen das. Hä, ist jemand von euch bei diesem Bunny? Hä? Oben? Nein. Hier ist gerade einer rumgeschammt. Hä? Wo ist er hin? Ach, da ist er. Da ist er. Der hat sich noch gar nicht versteckt. Im Wasser oben einfach. Was? Was? Hat er sich erst cheap cheap versteckt und das wird bei dir nicht geladen? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Wo ist der? Der ist jetzt oben. Der ist jetzt irgendwo am Abhauen. Ah, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, okay, ja, okay. Sub-Area rein. Er geht in die Sub-Area rein, wo ihr wart, wo ihr euch versteckt habt. Okay, dann machen wir es so. Du jagst ihn, ich warte unten am Eingang. Geh schon mal rein. Ja, okay, alles klar. Ja, warte am Eingang, warte aber drin am Eingang. Warte drin am Eingang. Nein, aber dann kann er den aus, wenn er die Endröhre nimmt. Ach stimmt, gibt er noch die Endröhre. Man kommt da unten raus, ne? Oh, unten, unten, ja. Ich glaube, der ist schon weg. Ach, er geht in die Röhre, er geht jetzt in die Röhre. Okay, okay, ich bin draußen, ich warte draußen, ich warte draußen. Ja? Da, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ach nee, der hat wieder den Spawnschutz. Ich hab ihn berührt, aber ich jag ihn, ich jag ihn, ich jag ihn. Ich bin unter ihm. Er hüpft über das Wasser, er hüpft durchs Wasser, er hüpft durchs Wasser. Okay, er geht zurück, er geht zurück, wieder da, wo wir gerade hergekommen sind. Ach, Digga, ich hab ihn noch berührt, was soll das? Oh, Bro, Mann, ey. Was macht man da, wenn man weiß, dass da jemand rauskommt? Was ist die beste Art und Weise, den Kollegen zu snacken? Ich glaube, er geht wieder in den Raum. Nee, doch nicht, er ist runter, er ist runtergespallen. Er ist runtergefallen, ja, er ist wieder am Wasser. Ich fange ihn von oben. Wo ist er? Er ist wieder am Wasser? Ah, er geht ganz runter. Er geht, glaube ich, in die Kuppel, er geht unten in die Kuppel, ne? Ja, ja. Ich komme von oben, ich komme von oben. Nein, hier ist die Tür zu. Ach, Bruder, wo ist er hin? Ist er wieder runtergesprungen? Nein, er ist hier beim Reißverschluss, er geht wieder rein. Nein, da ist noch jemand, da ist jemand, ist Team Team. Ah, oh, warte, ich sehe hier jemanden, wow. Ja, genau, genau. Wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er hin? Wie, zurück? Ich bin im Wasser, ist Team Team. Ah, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bleibt Team Team? Nein, ich kann er nicht durch. Ich hab, Pio! Oh, shit. Bro! Hä, Digga, was, der läuft da auch, der läuft im Nichts. Der hat da irgendwas aktiviert, was ich nicht aktiviert habe. Alter, er hat die Jesus-Mods angemacht. Ja, ach, der hat da, oh, Bruder. Yeah! Ja, hallo, ja, hallo, wow. Okay, ich komme in die Reißverschluss-Area, Reißverschluss-Area unten. Oh, wie macht man das denn? Was denn? In dieser Sub-Area. Ah, ich sehe es, ja, 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 ich sehe es. Ja, warum machen, glaube ich? Man muss Kappy nach oben werfen, glaube ich. Ja, ja, ich versuche es, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Kappy, ab, Bro, ja, ich versuche es, ich versuche es. Ah, ja, ja, warte. Pass auf, das schaffe ich. Ja, lass mal boosten einfach. Oh, nein, Bro, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Los. Ja! So, Hammer, wir haben gefahren, wir haben gefahren. Oh, ich hab, Bruder. Haben wir gut gemacht. Es ist einfach die Räuberleiter, ey. P. Habt ihr den Typ schon gesehen vor einer Minute? Alle sind in der Sub-Area. Okay. Okay. Dann ist safe jemand bei diesem Reißverschluss, was du in dem Video da geschickt hast. Nein, da war gerade jemand. Den haben wir gefangen. Den haben wir gefangen. Ja, ja, aber hier ist safe noch einer. Hier ist so viel Nebel. Ja. Vielleicht, wenn man hier was verschiebt. Ja, verschiebe mal. Ach so, das ist von anderen Zeichen. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Ich hab ihn. Ich hab, ich hab Juli Gunn. Nice. Ich hab Juli Gunn. Der hat nicht mitbekommen, dass ich da war. Der ist einfach nicht losgerollt. What the fuck? Let's go. Drei von vier. Okay, jetzt noch eine Sub-Area. Wart ihr in dieser Sub-Area, wo wir gerade waren? Egal, ich gehe da jetzt einfach hin. Dienstag, Kübi und ich uns versteckt haben. Ach so. Ja, da ist vorhin einer reingeflüchtet. Aber ich mein, die können wir noch mal angucken. Da hab ich doch schon einen gejagt. Egal. Ich mein, die sind in der Sub-Area. Und so viele gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Denkt an, der ist hier. Der ist hier in der gelben Wand. Welche haben wir runter? Er ist tot. Er ist tot. Wir haben ihn. Er ist tot. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Let's go. Oh mein Gott. Und da das Wolkenland nicht gerade groß ist, sind die Verstecke ja auch recht simpel. Ich hab mich hier außen an die Plattform gehängt, da ich mir hier eine gute Fluchtchance erhofft hatte. Und Vic ist gemeinsam mit Shimtex zusammen hier in diese Sub-Area gegangen. Es hätte noch eine andere gegeben. Das war es aber auch schon. Okay, ich höre schon raus, dass ihr euch am selben Ort versteckt. Hä? Hä, was war das denn für ein Move? Bro, what? Hä, wie ist das denn möglich? Ach, mit dieser Plattform. Ja, Digger, come on. Ich wusste das nicht mal. Junge, ich hab wie viel halt instant entdeckt, Junge, jetzt ist er weg. Ich mach gerade, äh, Impossible Challenge. One Hit. Same, same. Hast du da auch noch einen HP? Ja. Ja! Was macht ihr, Jungs? Racer. Verpiss dich. Ich bin das. Nicht ihr. Also nicht David. Ach so. Ja, aber ich bin das denn. Warum? Ich bin euer Friend, Alter. Hä, wo geht ihr hin? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Siehst du gleich. Wo ist eigentlich David? Ich hab auch keine Ahnung, was der macht. Ja, ich erkunde so ein bisschen die Gegend, wisst ihr? So 100% playthrough, fang ich gerade an. Das ist aber schon unfair. Alter, das ist null unfair. Das ist überhaupt nicht unfair. Also es ist eigentlich ultra obvious einfach. Ja, es ist nicht mein Versteck. Hä, versteckt ihr euch alle am selben Ort? Nee. Nein, niemals. Oh nein. Oh mein Gott. Junge, ich bin so blöd, Digga. Es ist so unglaublich schrecklich. Es ist so unglaublich schrecklich. Die Sache ist, ich hab halt nur noch einen HP. Ja, das ist übel dangerous hier. Oh mein Gott. Ich raste aus, das ist so schlimm. Hä, Jungs, ich hab euch jetzt schon mehrmals gesehen. Das ist schon ein harter Progress. Wer ist gestorben? Ich. Keine Ahnung. Nein. Ich hab die Lava geküsst. Ja, gut, ne? Ja, das tut mir jetzt leid, Stimtext, ne? Aber... Hä, warum kann ich dich nicht fangen? Ach so, du bist es. Stimmt scheiße. Ach so, ich kann dich direkt wieder nehmen, was? Oh, ich seh wieder. Oh nein. Aber ach, also, Vic schimmelt noch hier drin. Bleib du hier oben. Ja, hier ist es. Ich jag ihn. Ach, nein. Der ist gerade schon geflüchtet. Was ist das für eine Robile, Alter? Die Runde. Das ist so great, ey. Es ist halt zwischen 1 und 5. Wenn ich suche muss, bin ich so geflüchtet. Okay, das ist einmal David, der sucht. Aber Achtung, wir machen noch ein zweites Mal. Verdammte Kacke. Zufallszahl zwischen 1 und 4. Drei, das ist Leon. Ich. Schön. Alles klar, auf geht's. Sefi, Vögelchen, Switcher, du bist noch gar nicht im Hide and Seek Modus. Du müsstest mal kurz L und Steuerkreuz nach links drücken. Sefi? Sefi ist wieder in der 3D-Challenge. Sefi ist gerade in Dire Dire Docks. Ich glaube, ich muss jetzt Sefi donaten, dass er den Spielmodus aktiviert. Sucht ihr eigentlich schon? So, jetzt. Leon, los geht's. Let's go, Alter. Leon geht jetzt erstmal dahin, wo die Nuss in der Sackgasse ist, um zu gucken, ob sich da jemand versteckt. Okay. Was ist los? Sehr interessant, Hübi, sehr interessant. Dass ich dich sehe. Das ist, ich wollte gerade, was machst du da jetzt, Alter? Du bist in dieser, in der Pflanze, ne? Das sieht übel wack aus. Ich halte ein bisschen Ausschau. Ja, ja. Könnte man sagen. Alter, ich prophezei, dass ich in meinem Versteck eher an Selbstmord sterbe, als dass mich jemand findet. Uh, ich weiß, wo du bist. Oh, wer bist du denn? Hallo? Tim, grüß dich, Junge. Warte, ich dachte, du kommst erstmal nach oben. Ja. Wo war er? Wo war er? Der hat sich hier, warte mal, A3 hat er sich da versteckt, hinter so einer Ecke. Ja, ich war eigentlich in der Nuss und ich hab gedacht, du kommst nach oben und dann bin ich schnell nach unten gedroppt. Bro, ich hab mich schon gewundert. Warum bewegst du dich nicht? Hab ich ja. Ich hab gedacht, ich bin voll clever, aber du warst 500 IQ. Oh, das hast du gut erkannt. Hä, lol, what? Digga, ich hab Strip-Jacks gefunden. Nein. Mein Spiel ist nicht so gut. Nein, mein Spiel ist nicht so gut. Ich kaste aus. Nein, ich komm hier nicht durch. No way. Oder? Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Mein Spiel ist abgestürzt. Scheibenkleister. Bibi, falls du da bist, wo ich gerade denke und wo ich mich auch mehr oder weniger befinde, wie bist du hierher gekommen? Okay, ich weiß nicht, ob wir über den selben Ort kommunizieren. Ich würde mit dir kommunizieren, wenn ich wüsste, wovon du redest. Ah, ja, ja. Also, ich könnte vielleicht die Möglichkeit haben, dich zu sehen, aber ich seh dich nicht. Ey, warte mal, wer ist denn jetzt eigentlich noch Verstecker? Ich seh David hier. Ah, ich seh David! Du bist auf der Blumenwiese, oder? Ja. Okay, okay. Bro, wo ist denn? Also, ich würde dir sagen, wenn ich schlimm tickse, aber ich seh ihn nicht. Ich glaub, der ist nicht da lang gegangen, wo du lang gegangen bist. Digga, shit. Kann ein Controller auch reagieren, bitte? Oh mein Gott, Alter. Geh da jetzt einfach hin und guck. Wo soll er sonst sein? Oh. Oh, Leon ist tot. Ehrenlos. Ja, du solltest vielleicht die Hechtstrung ein bisschen präziser setzen, ne? Du, Nödi, komm da mal raus, da gibt's eh nix zu holen. Ich war da auch grad schon drinne. Ja, aber wir sind jetzt fünf Sucher, oder? Alter, David, das ist sehr dangerous, wo du dich bewegst, ne? Pass auf, dass du keinen Fehltritt machst. Ist ja nicht schlimm. Danke, Meister. Ich spiele es euch auf eine Bioshow, Junge. Das ist zum Kotzen. Ich glaube, ich war gerade wortwörtlich neben einem Seeker und der hat mich auch gesehen. Ich hab dich schon auch gesehen, du Sackgesicht. Ich meine ich nicht. Ich meine ich nicht. Nee, nee, David ist nämlich auf diesem Drahtseil-Akt und da ist Schimmtext nicht. Oh, Leon nimmt ein frisches Bad. Dicker, das gibt es doch nicht. Wo bist du denn? Ach, übrigens, habt ihr den Kanal abonniert? Ich dachte, ich frag einfach mal. So, mehr, mehr, mehr mach ich gar nicht. Alter, Leon, Leon müffelt halt auch ehrenlos, ne? Komm, hüpf nochmal rein, dann geht vielleicht so die schlimmste Schicht weg. Oh, Bruder, jetzt teleportiert er sich. Jetzt ist er wieder im Modus. Jetzt hat er wieder Verdacht geschöpft. Ja, Leute, ich hab ein Disconnect. Ich sehe hier den Clown oben drauf sitzen, aber ich kann ihn nicht berühren oder so. Wo? Wo? Oben auf dem Gitterrand. Ganz außen. Doch, jetzt ernsthaft jetzt. Ich sieh's ihm an. So, Bibi, jetzt seh ich dich. Oh, scheiße. Er ist im Wasser. Vielleicht hab ich mich auch nur eingewildert. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, dieser dreckige Clown, Alter. Oh, Bruder, krass da aus. Wo, wo, wo ist er hin? Hier, er ist jetzt gerade ganz am Anfang. Nein, es freesed. Nein, es lag, es freesed. Nein, 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 Bruder. So, da bin ich wieder. Tim, siehst du mich? Ich seh dich, du Clown. Okay, wunderbar. Wo bist du? Das ist alles wieder einmal frei connected. Also, Shimtex und Wix sind jetzt noch am Verstecken, richtig? Genau. Ja. Ich sag's mal so, ich bin die ganze Zeit am selben Versteck. Hm. Er lacht hier. Okay. Irgendjemand, ich weiß nicht, hier wird mir jetzt normaler Mario angezeigt. Ah, da. Irgendjemand stand gerade auf mir. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich hab bestimmt in irgendeinem Gegenstand oder so. Vor allem, wer auch immer du warst, du standest so fünf Sekunden auf mir drauf. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum es bei mir dann Freeze ist, weil ich durch die Tür unten bin. Wahrscheinlich hat er irgendeine Loadzone geladen und dann war er vorbei. Oh Mann, Shimtex, ich hab ihn am selben Mord, Junge. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist hier, Mann, wie beschreibt man das denn? Ähm, ähm, oh, Digga, was? Diese, diese komischen Dinger, die so nach oben wachsen. Oh Mann, ich kann das nicht beschreiben, Junge. Äh, Leon, wo ich gerade war, da in diesem Ding. Oh shit. Oh, er bombt, er bombt, Junge. Er ist in dem Ding, in dem Ding da, wo die Pflanzen wachsen. Warte, 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 ich mach's, ich mach's, ich mach's, Digga. Nein, ich hab ihn. Oh shit, ich bin in die Sackgasse gelaufen. Warte, Digga. Okay, die Sache, ich bin ja der Letzte, ne? Deswegen muss ich ihm einen besseren Tipp geben. Markiert mal die Flagpole Metallkäfig, das ist so mittig. Weißt du, was ich meine? Ja. Flagpole Metallkäfig. Genau, ich bin südlich von Metallkäfig. Bruder, ja, dann ist es doch ganz am Anfang, wie ich es vermutet habe. Gott, das war so lustig, Alter. David, du standest für fünf, du hast alle Blöcke in E-Mail kaputt gemacht und standest außer der E-Mail kaputt gemacht. Er hat nicht. Sag mal, Sefi, bist du noch versteckt oder nicht? Du kommunizierst irgendwie null mit uns. Ja, ja, ich bin noch versteckt. Ah, was ist denn? Oh, was ist denn? Ach so. Dann gib mal einen Tipp, ich dachte, ich wäre der Letzte die ganze Zeit. Also, ich kann euch einen Tipp geben, ich bin vorher mit zwei von euch rumgelaufen. Ah, ja, jetzt weiß ich's. Nächster Tipp, ich bin ein Mensch. Okay, ich gebe noch einen Tipp. Ich habe ein richtig langes Ding vor mir. Also, Sefi, du hängst irgendwo von der Wand runter. Ich bin an der Wand. Also, ich hänge nicht runter, aber ich bin an der Wand dran. Und vor mir ist ein großes Ding. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wuhu! Mit dem großen Ding hat er die gelbe Stange gemeint. Da, wo der Eingang zu diesem Pflanzenlabyrinth ist. Genau, ich hättest du hier runter. Ah, lokal. Okay, Sefi, David, schon Zufallszahl zwischen eins und drei. Eins! Sefi versteckt sich. Auf geht's, Sefi. Los geht's. Ja, ich glaube, 90 Sekunden sind vorbei, oder? Sefi? Ja, let's go. Also, ich habe einen guten Versteck, aber ich brauche locker noch 20 Sekunden, bis ich da bin, weil, nee, wenn ich das sage, dann verrate ich zu viel. Ja, okay, er ist auf der Pyramide. Welche Pyramide? Okay, los geht's. Here we go. Let's go, let's go. Boah, ich bin echt nicht sicher, wo ich suchen soll. Warte mal, wir dürfen uns teleportieren, ne? Ja, ja. Dann teleportiere ich mich vielleicht mal. Ab auf die Pyramide, oder? Das ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Hi, Hübi. Hi. Ich habe eine Idee. Alle denken, er ist auf der Pyramide, aber ich kenne seine wahre Identität. Okay, gehen wir erstmal in die Stadt. Okay, fangen wir mal ganz classic in der Stadt an, Chat. Boah, nee, ich glaube, ich weiß, was so ein Seepie machen würde. What the f... Oh, ich bin Büchse. Das ging ja flott. Was? Was? Hast du die schon gefunden? Ja, ich bin Büchse. Boah, wie schnell. Aber okay, wait, ich habe keine Ahnung. Habe ich da gerade Drecksack gehört? Drecksack, Alter. Junge, hops genommen. Egal, Chat, wie sie alle in die Stadt rennen, wie sie alle in die Stadt rennen, weil ich extra noch gesagt habe, ich gehe in die Stadt. Alter, das sehe ich wie, du bist echt die erotischste Büchse, die ich je gesehen habe. Ja, Hübi hat gesagt, er geht in die Stadt. Zack, er hat ihn gefunden. Ja, aber in der Stadt ist nichts. Ja, oder auf dem Weg hierhin. War er auch auf der Pyramide? Nee. Oh, Büchse. Nein, ach komm. Oh, boi. Drei Büchsen. Moin. Was geht? Was geht? Dieser Modus ist echt so, diese Angst davor, die Lust zu sein. Es ist auch scheißegal, ob du Erster wirst. Man will einfach nur nicht Letzter sein. Ja, richtig. Darum geht es. Und mehr nicht. Wenn alle in der Büchse schimmeln, doch man selber nicht. Das musst du wehren. Seid ihr da? Nein. Was soll man dazu sagen, ne? Ja, gut. Nein. Bin ich ja Trottel der Runde? Ich glaube, du hast den... Aber, also, Schomm ist noch nicht bei uns. Aber er ist eine Büchse. Er hat uns berührt. Ja, aber, nee, wenn man... Doch, er ist eine Büchse, das stimmt. Ey, wie Schomm jetzt David absichtlich in die Irre führt. Ja, oder? Ja. Ja, aber Timo, du bist auch noch ein einzelner Fisch. Ja, er muss... Jetzt ist er Büchse. Ja, aber hat der euch gefunden? Ja, er hat uns gefunden. Ach, Bro. Komm, aber auch zu uns. Ja, ich komm rüber. Ey, das ist jetzt einfach der Walk of Shame. Sofa ist zahl zwischen 1 und 3. Die drei Freunde, Schimtex sucht. Ah, ich wollte mich auch stecken. Warte. Okay. Let's go. Freunde, ich weiß ganz genau, wo wir hingehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß... Ich habe auch so eine ungefähre Ahnung. Also, wenn es überhaupt geht. Also, man kommt hier relativ einfach hin. Ich glaube, das ist nicht asozial. Ich glaube, das ist einfach nur schlecht. Bruder, was musst du denn sagen? Ja, Bro, das war mein erstes Versteck. Ah, nein. Warte, pass auf. Ich will nicht mit dir im selben Versteck stimmen. Es ist nicht heit ein Sieg. Es ist heit ein Krieg. Tschüss. Okay, doch. Ich glaube, hier bleibe ich. Drei, zwei, eins. Ich komme. Ich suche euch jetzt. Doch, doch. Das Versteck ist gut. Alter, ich glaube, Schimtex will zum Todesberg. Was ist denn da los? Schimtex, du musst nicht zum Todesberg. zweiten Dungeon. Hier ist so ein schöner Überblick. Ey, man kann da rumlaufen? What the fuck? Würde ich jetzt auch sagen, wenn ich irre werde. Ein Rund, Mann. Irgendwer da hinten, oder? Oh nein, bitte guck nicht nach. Alter, ich habe eine geisteskranke Idee, aber das ist... Oh, scheiße, das hätte ich machen müssen, wenn Timtex sich noch versteckt. Freunde, wie zeige ich euch jetzt? Da, hier. Da, hier drauf. Mach trotzdem YOLO. Nee, noch nicht. Sei Macher. Der Chat will einen immer so richtig zu so risky Manövern zwingen. Ja, ja, ja. Mach, Bruder, mach. Mach einfach, kein Problem. Alter, jetzt biete ich mir mein Chat Geld, dass ich in das riskantere Versteck gehe. Wie viel? 10 Euro. Wenn du Eier hast, halt. Du willst nur, dass ich sterbe, dass du die dicken Punkte abgreifst. Nein. Wo seid ihr? Ich check's nicht. Oh, Schimtex. Schimtex genießt die Aussicht. So schlecht. Und das, was er probiert, ist... Oh, oh, oh. Oh, der. Oh, da ist er. Oh, scheiße. Ich werde niemals das erste gefangen. Oh, das hört mir stinken. Hä? Du bist durch die Wand, Alter. Du bist so ein... Ah! Oh, er ist gebongt, er ist gebongt, er ist gebongt. Oh, wie weit warst du weg, Schimtex? Er ist gebongt. Ja, übel. Oh nein, Schimtex. Nein. Oh, jetzt darfst du nicht aus den Augen verlieren. Oh, Habik, was machst du da hinten für crazy shit? Scheiße, ich hab so Angst, Digga. Wo ist er? Wo ist er? Du bist safe. Du bist safe. Du bist safe. Aber ich glaube, dass er jetzt jemand anderen findet. Wo seid ihr denn? Alter, Gravity ist wirklich geflohen. Nein, ich bin Out of Bounce geclippt. Ich muss die Ranke wieder machen. Ey, Fun Fact. Wenn der Out of Bounce fällt, dann müsst ihr die Ranke wieder machen. Also dahinter quasi. Aber das ist sauders gut versteckt, David. Das war jetzt echt nur ein Zufall, dass ich dich gesehen habe. Hä, wo ist der? Timo, bist du? Ich bin aus der Welt gefallen und musste die Ranke wieder machen. Ja, ich bin auch aus der Welt gefallen. Ich habe versucht, ins riskante Versteck zu gehen und bin gestorben. Ich dachte mir jetzt, wo Timo tot ist, kann ich das Risiko gehen und ich habe es ganz knapp nicht geschafft. Also die waren bei dem Eingang zum Friedhof. Ich meine, da sind ja auch noch so komische Bäume und so Shit. Warte mal, was geht hier? Schade, das wäre gut gewesen. Ich hätte einfach mein Versteck stimmen sollen, der hätte mich nie gefunden. Also ich war oben in den Bergen und dann aber hinter noch mal so eine extra Wand. Da war so extra Boden, so total skurril. Aber... Genau da war ich! Er ist auf den Bergen oben! Er ist auf den Bergen oben! Genau in dem Versteck war ich! Und von da habe ich versucht, das Versteck zu wechseln. Er macht den wieder, er macht den wieder. Okay, pass auf, pass auf. Bewach du den Eingang. Bewach du den Eingang! Mach nicht den Nerdy! Nein, er jumped da hoch! Er jumped da hoch! Kannst du ihn einholen? Er ist actually oben. Hab ihn! Nein! Ja, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, ich hätte selber nicht erwartet, dass man da hochgehen kann, Alter! Wie cool ist das denn? Ja, Bruder, du wirst vom Impossible Jump King verfolgt. So, David war ganz am Anfang auf einem Dach oben. Also, ich gehe mal in den Brunnen rein. Ich glaube nicht, dass er da ist, weil man da nicht flüchten kann, aber... Doch, er ist hier! Er ist im Brunnen! Wo, wo, wo? Er kommt raus! Er kommt aus dem Brunnen! Er kommt aus dem Brunnen! Hast du ihn? Ja, alles gut! Du hast mich schon! Ach, ich hab... Oh, ich hab's gar nicht gesehen! Ja, du hast mich schon! Also, ihr könnt euch ruhig ein bisschen asozialer verstecken. Ich glaube, ich weiß, welche Verwandlungen es gibt, aber... Mal sehen! Okay! Äh, ich mute mich! Moment! Ich bin weg in 3, 2, 1... Okay! Drei Tage später! Okay, warte mal! Ich step nochmal rein! Okay, also, ich wär jetzt dann ready! Okay, ja! Ja, ja! So, Freunde! Also, wir wissen, es gibt verschiedene Steine! Wir wissen, es gibt verschiedene Steine! So, wir müssen auf jeden Fall die Fossilien überprüfen! Warte mal, war die schon immer hier? Ich versuch jetzt mal nicht... Bro, der sieht sass aus! Der sieht sass aus! Der sieht... Scheiße! Kennt ihr diese Videos, wo so Seife so voll satisfying geschnitten wird? Ja! Ja, das hab ich grad laufen! Digga! Super nice! Ey, ich bin... Ohne Scheiße! Ich überprüfe jeden Stein wie so ein Volltrottel, ne? Ja, aber anders kriegst du es ja fast nicht hin, ne? Ja! Aber es wäre natürlich schon bosshaft, wenn du halt direkt sozusagen das ansteuerst, was es dann ist, ne? Warte mal, die Säule sieht auch sass aus! Oh, nein! Shit, 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 shit! Warte mal! Schade! Bruder, auf einmal achtet man so auf alles, ne? Ja, 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 ja! Nächste Mal, warte mal, war dieser Stein schon immer hier? Haha! Warte mal, das... Ah, nee! Fuck, das sind zwei! Oh, ich dachte jetzt grad, ich hätte jetzt was gefunden! Jaaaa! Oh, Mann! Ah, die zwei sahen richtig weird aus! Ja, Bro, das Ding ist, du kannst ja auch nicht weglaufen! Das sieht voll... Wie will man als Stein weglaufen? Ja, nee, kannst du auch nicht! Alter! Aber ich hab... aufgefallen, muss ich sagen! Also, ich hab da so ne komisch schlitschende Wand gesehen, an der hab ich's dann erkannt! Aber es war nicht schlecht platziert! So, warte mal, hier, das sieht's aus! Jaaaa! Oh, ich wusste, dass da kein Stein ist! Direkt erkannt! Jawollo! Let's gooo! Schnelle Runde, Junge! Schnelle Runde! So, jetzt geht die Shit los, Freunde! Kannst du noch einmal eine Sekunde warten? Äh, ja, ich seh dich auf der Straße im Stand rumrollen, im Menü! Du bist im Menü, oder? Nein! Ich bin in nem Versteck! Warte mal, wer ist komplett in Weiß? Das bin ich! Alter, du spinnst komplett... Bruder, du bist einfach ein fucking Beyblade! Ich berühr dich jetzt, was passiert jetzt? Ne, hä? Digga, du machst einfach den Beyblade bei mir auf der Straße! Das ist mein Versteck! Das ist mein Doppelgänger! Ich hab alle Büsche abgecheckt! Hast du mich da gesehen? Was? Ne, ich bin einfach random durch die Büsche gelaufen! So, David! Ja? Was geht? Ach, Mann! Ja, du wusstest, wo ich bin! Was? Hat dich jemand gefunden? Ja, du oder nicht? Hä, warst du in dem Baum drin? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will in Lost Kingdom spielen! Lost Kingdom? Ooh! Interessante Wahl! Indeed! Ich glaube, sie haben einen super secret Plan! Nein! Nicht wirklich! Bereit? Ja, los! Let's go! Bruder, ich hab keinen Schimmer, wo ich hingehen soll! Ja, Bruder, die haben das secret Plan, Alter! Ich glaub, wir haben für die so richtig Genius gewirkt! Oh, ich krieg nicht mal den Palmensprung hin! Ja, nein! Ich bin mir relativ sicher! Ich bin in zwei Minuten tot, vor allem, weil ich hier nicht wegkomme! Wisst ihr was? Ich hab auch keine Club! Scheiß drauf! Ich mach auf der Odyssey! Ist mir scheißegal! Ich sag, also ohne Scheiß, drei Minuten, drei Minuten, dann sind wir weg! Ich hab so Angst! Ich bin schon bei 32! Ich hab so Angst! Achso, ja, stimmt! Aber sie sind alle von mir weggelaufen! Ja? Keiner hat auf der Odyssey geguckt! Kurs Versteck! Kurs Versteck, Bro! Ah, wie gut! Wie gut! Bro, das ist so ein Kurs Versteck! Du hast einfach Stein-Shit! Wie wir es von Anfang an gesagt haben, wir müssen eigentlich die richtig braindeaden Uga-Booga-Verstecke nehmen! Ja! Oh nein, ich hör schon was! Einfach ein bisschen Uga-Uga und die finden uns nie! Small Endes hier! Small Endes hat's geblickt! Nein! Shit! Egal! He's off! He's off! Ne Bro, ich bleib mit meiner Palme! Also ich zeig... Er hat mich, Alter! Es ist ja legal! Also ich zeig ja so ein bisschen Körperhaut! Bin tot! Bin tot! Man, auch der Schicks! Auf der Schicks! Wir haben es schon eineinhalb Minuten geschafft! Gib auf, Bro! Guck nicht auf der Palme nach! Verpiss dich! Er geht weg! Ja! Er hat mich gesehen! Endlich mal! Geil, Digga! Erfolgserlebnisse! Ich finde, wir können auch ein bisschen stolz davon sein! Wir haben halt direkt der Champions League zum Duell zugestimmt! Auf jeden Fall! Nein! Nein! Ich glaub, Amethyst findet mich! Piraten-Outfits haben, weil die so lila sind. Das blendet so ein bisschen mit der... Oh, Bruder! In die Lava! Ey, dieses... Ja, dass man auf Cappies von anderem bouncet, ist für die Flucht das beschissenste überhaupt! Ja, das ist krass! Was? Wie sie sieht, dankeschön! Oh mein Gott, wir werden das grad alle... Nein! Ich hab's gesagt! Ich mach das! Ich mach das! Die werden mich niemals finden! Keine Angst! Wieck, du bist so ein geiler Hund! Das sieht so lustig aus grad! Der fliegt und das sieht aus, als würde Mario durch die Luft laufen! Oh, ich glaub, da kommt da jemand! Doch, da ist jemand! Da ist jemand! Da ist jemand! Ah, er hat dich, oder? Na aber nicht! Doch, er hat dich, oder? Hä? Hä? Als ob er dich nicht... Hä? 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 Bruder, er läuft einfach rüber! Wieso denn? Hä? 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 Ich glaube, die werden nie wieder zu sein, bei ihnen treffen! Ich glaube, die werden nie wieder zu sein, bei ihnen treffen! Ich glaube, die werden nie wieder zu sein, bei ihnen treffen! Junge, imagine! Du carries so hart! Das wird doch gewinnen! Ja, so in vier Stunden jetzt, oder so! Nein, die haben auch vorhin irgendwann Bilder geschickt, nach 30 Minuten oder so! Also... Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! Ich mache das hier für Deutschland! Oh, jemand ist da! Amethyst ist da! Oh, ich glaube, jetzt hat's... Ja, sie hat dich! Ja! Oh mein Schicksal! Ja! Hallo! The fact, I looked there several times! You fell for our plan! Ja! Alter, was geht denn mit dieser Bitbühle ab? Die rastet ja komplett aus! Echt? Ich sehe sie nicht! Ah! Die verletzt mich! Digga! Springen wir dagegen! Wait! Mein Controller vibriert grad ununterbrochen! Alter, meiner auch! Ich leg den mal auf meinen Tisch, okay? Oh mein Gott! Meiner auch! Meiner auch! Alter, diese... Zerbetbühle! Yo! Die hat mich voll weggefetzt! Später nach dem Stream! Oh, wow! Okay, ich hab grad so'n heftigen Stern eingesammelt aus irgendeinem Grund! Willkommen! ISD! Adventskalender! Was?! Ich bin auf einer anderen Web! Wie du bist auf einer anderen Web? What the fuck?! Oh mein Gott! Hä? Da ist ein PNG im Spiel aufgeploppt und so'n toten Kopf der... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Entschuldigung! Das ist grad so gruselig! Was soll das? Hast du diesen Stern eingesammelt? Ja! Ich will diesen Trip auch machen! Okay! Ich hab ihn auch eingesammelt! Das ist ein Schild, ja! Das ist der Hard Mode! Keine grünen Sterne hier! Jo! Der Totenkopf! Der brennende Totenkopf! Junge! Und wieder in der Mitte auch noch... Jaja! Und... Bruder! Was ist das für ein Cursed Shit? Zufallszahl zwischen 1 und 4! Ich halt's nicht gern! Bitte lass mich nicht suchen! Es ist die 1! Schomm sucht! Was geht? Oh mein Gott! Nein, Digga! Es ist ziemlich belastend! Bruder! Ich dachte gar nicht, ich hätte voll das krasse Versteck gefunden! Und dann ist da einfach ein Stern versteckt! Aber... Also ist es vom Spiel so gewollt dahin zu kommen! Ja, ich glaube... Ich glaube, das sagt einiges aus! Dann ist es kein gutes Versteck! Brom! Kann ich... Kann ich... Kann ich... Ja, 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 ja! Für die Gang! Für die Gang! Ich habe einen Bock auf! Ich habe einen Bock auf! Ich habe einen Bock auf! Alter, Vic! Mach mal ein bisschen mehr! Ja, 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 ja! Vic, gib mir noch ein Scra und ein Juice! Abus! Brrrrrrrrrrrrrrrr! Machst... 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 Digga... Seid ihr ready, oder gibt es Probleme? Wir haben einfach Auto-Tune, Vic gerade abused, für lustige Begriffe Digga, bin ich ready Digga, ich bin nicht ready Ich bin nicht ready, waaain Oh mein, ich hab Fauchweh, Alter Nein Lass mich nochmal kurz verstecken, ich bin leider gestorben Ich hab grad das verrückte aller Zeiten Also, mein Spiel ist gefreezed Aber es ist auch nicht gefreezed, weil ich kann die Kamera noch bewegen Ey, diese Map, die läuft richtig instabil, Digga Der Totenkopf Ey, Digga, was ist denn das? Ich war schon so weit und auf einmal gefreezed diese Kack-Map Oh mein, wir freeze, diese Kack-Map Nicken Vodafone möchte, dass du endlich deine Musikkarriere startest Ich glaube auch, Vodafone hat gar keiner auf mich gespielt Okay, Sean, suchst du schon? Nein, ich warte nur in der Odyssey Wie lange soll ich noch in der Odyssey warten? Ich glaub, du solltest nur in der Odyssey bleiben Nene, alles gut, alles gut, ich bin wieder drin Also, du kannst meinetwegen anfangen Okay, dann fang ich an Let's go Auf geht's! Los geht's! Very interesting indeed Ah, cool Ich bin auch immer da rein, was der Fall ist Bist du runtergefahren? Alter, ich bin 28 Mal gestorben Digga, mein Controller reagiert zwischendrin einfach nicht Hä? Oh, ich hör jemanden, aber bist es du, Sean? Wo bist du grad? Ah, ich hab David! Ich bin wieder rausgeflogen Siehst du auch, wie viel FPS ich aktuell laufe? Nein! Ich hab den Mond eingesammelt, es freest! Nein! Ich hab den Stern eingesammelt und wurde dafür gefreest Das macht gar keinen Bock mit Vodafone Alter, David! Das ist ein perverses Versteck! Man zieht nicht so gar nicht Und da Kannst du mich bitte da nochmal verstecken? Das war so richtig un... Kennst du diese Birno-Memes, wo sich jemand unter so einer Decken, so einer Lampe versteckt? Also, das ist wie so ein typisches Meme, wo sich jemand hinter so einem Grashalm versteckt Ich hab grad keine Luft mehr! Nein! Du bist nämlich reingejumpt! Oh, ich bin gefreezed! Ich bin gefreezed! Ah, scheißegal! Ich bin auch da, wo ihr seid, ein Goomba! Ah, ja! Bestimmt davon! Ja, ja! Ich bin gefreezed für die Gang, ja! Ey, Victor hast gewonnen, niger! Keiner hat den Bock auf diese Map! Der ist richtig krass! Das wäre die 4! Das ist Vic! Vic sucht! Ja! Let's go! Alle in den Suchermodus! Los geht's! Hey! Oh! Let's go! Okay. Wir haben ein saugutes Versteck. Und Vic macht erstmal den Shintex-Move und guckt, ob jemand auf der Odyssey ist. Findet aber niemanden. Was mach ich jetzt? Ich glaub, du bist in dem Stahlträger verschwunden. Ne. Interessant, interessant. Da weißt du, wo ich bin. Ich weiß genau, wo du bist! Du wirst mich niemals finden! Oh! Leute! Okay, was war das mit dem Versteck? Äh, das war eigentlich ein typisches Versteck. Ich hab gedacht, du gehst direkt nach unten! Nee! Warte, fuck! Okay, Freunde. Ich hab ein Problem mit meinem Versteck. Ich hab ein Problem mit meinem Versteck, weil ich hier nicht gut flüchten kann. Oh mein Gott! Die Kiste da unten! Die Kiste da unten ist auch mega strong! Ich muss believen! Ich muss believen! Ich werd mich eher so auf unten beschränken! Oh, ich hör was! Ich hör was! Pass auf! Pass auf! Wenn du dich auf unten beschränkst, klappe alle Bäume ab! Alle Bäume! Ja, okay! Alter, Nerdy ist grad einfach gestorben! Ist Nerdy grad einfach in den Abgrund gelaufen? Nerdy, hast du grad einfach Suizid begangen? Mann, ich wollte an der Wand springen! Okay, dann bist du in meinem Team! Du bist im richtigen Team jetzt! Du bist im richtigen Team jetzt! Erstmal aufs Klo, erstmal was essen! Boah, hier du blabst! Ist du das weg? Nee! Ja, ich spring hier so rum! Ach, du bist das! Ja, okay! Ich bin grad auf dem Hauptplatz! Ich suche jetzt grad die Bäume ab! Alter, ich hatte... Nein! Bro! Ich hatte den Fail des Jahrhunderts! Was? Digga, das kann ich... Bro! Mann, Nerdy! Warum läufst du denn da so komisch rum hier oben? Oh, danke schön! Ich glaub doch überhaupt nicht! Wer ist denn das hier? Ach, das ist ja wirklich jemand! Ich dachte mir grad, wer steht denn da die ganze Zeit? Digga, was passiert hier? Der Controller hat einfach die Verbindung verloren, Alter! Oh nein! Ich denk die ganze Zeit, dass irgendeiner hier im Kreis läuft! Dabei bin ich das selbst! Ohhhh! Ich denk, dass da jemand im Kreis läuft, dabei bin ich das selber! Das verstehe ich auch nicht ganz! Ich bin in der Außenpresse, die wir verschliesseln! Und da läuft die ganze Zeit so ein Mario im Kreis! Und ich denk so, da treuht doch jemand die ganze Zeit! Da bin ich das selbst! Weiß ob! Wir wissen auf jeden Fall, wer der Profi in der Runde ist! Alter! Tim, siehst du ja grad ganz entspannt auf einer Straßenlaterne? Nee, das ist Sefi! Den haben wir nämlich gerade gefunden! Warte mal, wir haben vier Sucher, oder? Äh, ne, sechs mit... Äh, fünf! Schimtex, Leon und ich sind noch! Alter, Sefi, was machst du auf dieser Laterne? Bro, ich bin Spiderman! Lass mich sein! Warte mal, wenn du ihn auf der Laterne siehst... Warte mal, guck mal! Wenn er dich hier gesehen hat auf dieser Laterne, dann können wir relativ viel ausschließen! Bruder, ich kann überall sein! Wenn du auf einem Dach stehst, siehst du sehr viel! Warte mal! Ah ne, das ist ein Vogel! Das kann man gut nutzen! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist wirklich ein Vogel! Lass mal auf jeden Fall Hübi zuerst suchen, weil ich hab immer keinen Bock, dass der gewinnt! Oder aus! Lass mal Hübi zuerst finden! Hübi suchen, wie auch immer das gehen soll! Lass mal bitte nur nach ihm suchen! Ja, nur nach ihm! Ich hab so ziemlich die Technik! Wäre natürlich fies, wenn sie dich jetzt in einem Baum versteckt haben, den ich schon hatte oder so! Jaja, ich glaube, also Hübi ist halt so einer, der erinnert halt immer sein Versteck, wenn er die Möglichkeit hat! Oh nein! Ich bin gebombt! Nein! Als ob es gegen die Scheißstraße! Oh, okay, okay, okay! Du wolltest die Kiste absuchen, ne? Du wolltest die Kiste absuchen! Ja, ja! Ich hab alle die Kiste abgesucht! Also Hübi haben wir! Ja! Ich bonk gegen die verdammte Straßenlaterne, die zwei Pixel breit ist! Ja, Alter! Ich hab das gesehen! Bei mir sah das so aus, als wärst du einfach nur gegen die Luft gebombt! Wie viel Pech kann man haben? Ja, okay, da waren sie noch zwei! Dann fehlen noch Leon und Timo! Ich hab noch das scheiß kranen! Ey, Sittix düst in die Stache über die Stromleitung! Was? Wirklich? Ich war auf Dauern, ich seh die ganze Zeit! Ey, er rollt auf der Hauptstraße, geradeaus Richtung Rathaus! Ja, ich greif ihn von oben, aber pass auf! Bip, 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 bip! Nein! Oh, Bruder! Wo ist er hin? Er ist dahinten! Bro, schau ihn doch! Was soll ich die Sacke? Bei mir sahst du als hier er gepompt! Ne, ne, jetzt ist er, ähm, hier ist er, er ist hier! Bruder! Hey, ich hab dich! Wohin willst du? Komm, mach! Ja, Bruder, hier ist Feierabend! Pass auf! Nein, er ist oben! Oh, ne, das ist die Stromleitung! Du hast uns vergessen! Er ist wieder runtergesprungen! Er ist wieder runtergesprungen! Er ist wieder runtergesprungen! Er ist hier auf der Straßenlaterne, er läuft wieder Richtung Mitte! Er läuft Richtung Mitte zur Hauptstraße! Ah, ich seh! Nein, er geht wieder zurück! Wo ist er? Wo ist er? Er ist hier vorne! Riecht du geradeaus! Riecht du geradeaus! Riecht du geradeaus! Er ist da oben auf diesen Säulen! Hier oben! Hier oben ist er hin! Okay, okay, Leonie! Er ist auf dem Dach! Er ist auf dem Dach! Er ist auf dem Dach! Ich bin tot! Oh mein Gott, Alter! Ey, Respekt, Digga! Respekt für die Flucht! Boah, das war heftig! So, jetzt fehlt nur noch Leon die Sau! Ja, mir wurde jetzt geschrieben, Vic hat mich schon gesehen, stimmt das? Ich habe dich gesehen! Hä, mir wurde von mehrfachen Leuten geschrieben, Vic hat dich schon gesehen! Also ich weiß, du warst schon sehr nah an mir dran, aber du hast mich bisher nicht gefunden! Okay, dann habe ich das Gefühl, dass Leon irgendwo unten ist und nicht oben! Wart ihr schon auf diesen beiden Hochhäusern, die so außerhalb stehen im Nichts? Ja, ja! Okay, okay! Ist es schon Zeit für einen Tipp? Ja, ich denke schon! Ja, okay! Ich hänge an dem Gebäude! Nerdy, ich habe übrigens dein Selbstmord vorhin instant beobachtet! Ich war zwei Meter direkt über dir! Du bist einfach unter mir gelaufen und in den Abgrund gehüpft! Das war alles, also... Ja, das war alles geplant! Ich musste direkt auf den Klo! Hab ich mir gesagt! Du warst doch vor... Hä, du warst doch schon! Hast du irgendwie so eine Blasenschläge oder sowas? Ja, ich bin kurz vor der Börse! Ja, Nerdy ist nicht bei der Jüngste! Hast du irgendwie psychische Störungen oder so? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wo, wo, wo? Ja, er ist äh... Ach komm, ich sammel ihn kurz rein! Hey, wieso fällt es so langsam? Ruckt das bei dir? Ich weiß es nicht! Ich ruck ihn über... Ja, es ruck ihn über bei mir! Oh, schade! Okay, warte dann! Ich hab dich berührt, aber es ist nichts passiert! Wo bist du? Weg geht's! Sag halt! Ähm... Ja, ne... Also du bist... Okay, das ist wahrscheinlich wieder ein Bug! Alright! Also wurden alle gefunden! Richtig! Chimtix sucht! Oha! Oha! Sehr schön! So, na dann! Abfahrt! Na dann! Ich hab mich diese Runde für ein sehr cooles Zerstack entschieden! Und zwar hier oben auf der kleinen Insel in der Tür! Also ich habe Cappy schon abgegeben und stehe in der Tür! Während Vic stattdessen ein ganz klassisches Versteck nimmt! Und zwar einfach hier in dieser kleinen Kante! Denn von da hat er auch einfach eine gute Übersicht! David hingegen hat sich hier oben an der Insel versteckt und dachte eigentlich, dass er da... Oh mein Gott, da kommt Chimtix! Oder? Oh mein Gott! Der ist gestorben! Der ist schon wieder! Bro! Der ist ja ultra well! Ich hab so Schiss gemacht! Ich muss einfach in mein Versteck believen so! Ich muss so aufpassen, meinen Controller nicht aus Versehen zu schütteln! Weil ich sonst in die Sub-Area reingehe! Er hat mir jetzt losgelassen! Ich darf ihn nicht schütteln, sonst gehe ich in die Sub-Area! Oh! Guter Troll! Sintonums! Guter Troll! Hä? LOL! Ist bei euch die Kanone, die zur Belkspitze schießt auch weg? Die ist einfach nicht... Äh... Ich seh die von... Also ich seh... Ich seh Kanonen! Ich seh Kanonen! Das ist sehr interessant! Und nachdem ich glaube ich dann irgendwann über 25 Minuten in diesem Versteck war und den ich niemand gefunden hat, wurden wir etwas kreativ und haben uns mit der Vogelscheuche angefreundet. Ich mach grad die insaneste Hausparty meines Lebens! Oh, ist das geil! Okay, alles klar! Dann suchen wir Hübi! Also Hübi ist irgendwo im Norden, oder wie? Ich chill sehr weit im Norden mit meinen Kollegen! Sehr weit im Norden! Also wenn ich auf die Karte gucke, glaube ich, kann man schon sagen, dass das Chat, das ist schon sehr nördlich, oder? Junge, Alter! Schimtek schön am rumgammeln und da drüben Ding auch schön am rumgammeln! Siehst du, dass ich springe? Ich seh, dass du springst! Kannst du mich sehen? Ich seh den Firebro rumhüpfen! Okay! Ah, der Cappy kotzt gleich! Dann lass ich ihn kotzen! Das kann nicht sein! Ich check's halt auch nicht! Wo ist der? Das ist schrecklich! Ich glaub, der ist ja nur bei mir, wenn er sagt, er sieht ein Hothead! Ne, das war schlimmstig, glaub ich! Ich bin im Bereich A4 bis B5! Das ist im obersten rechten Eck, die obersten vier Segmente! Jaja, da wollte ich eh grad hin! Ich glaube ganz ehrlich, dass er sich in irgendein Vieh verwandelt hat! Ja, er ist Wunderbrunn Hothead! Also, ich muss legit sagen, das Versteck ist krass! Also, es ist jetzt kein Lappenversteck! Okay, er hat sich in einen Vieh verwandelt! Er ist Wunderbrunn Hothead! Ja, safe! Da steht auch so eine Frage! Die Frage ist halt nur, wo! Oh mein Gott! Er muss irgend... Da bin ich! Ich kann doch unten sein! Ich hab doch oben alles abgemacht! Bruder, ich kann jemand von euch einfach den Sack küssen! Oh mein Gott! Hast du ihn? Hä? Nein! Alter! Hä? Bruder Schimtex, ey! Du bist echt ein süßer Typ, ne? Hä? Hä? Das kann nicht sein! Das muss unsichtbar sein! Schimtex, mach mal neue Freunde! Lern mal jemand Neuen kennen! Wo seid ihr? Schimtex, wo bist du? Bro! Das ist nicht... Wo ist er gewesen? Wo ist er? Oh mein Gott! David, du suchst! Wir nehmen jetzt irgendeinen Prompt und stellen uns einfach irgendwo hin, okay? Okay! Okay! Bis in drei Minuten! Ciao! Oh! Okay! Okay! Warte mal! Ich muss jetzt ein bisschen gucken! Ich hab... Ich hab... Ich hab was recht Besonderes, würde ich behaupten! Ich bin ja sauer, Marsch! Wobei! Uh! Uh! Actually insane! Actually insane! Oh! Oh! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Bro! Never findet der mich! Okay! Okay! Doch! Das müsste eigentlich... Alter! Der verhaut mir ein bisschen die Grafik von meinem Objekt! Ich hoffe, dass David das nicht so sieht! Ne! Okay! Oh! Scheiße! Ich glaub... Ey! Wenn... Wenn meins grafisch richtig fucked aussieht... Äh! Darf ich da ein anderes nehmen? Das kriegt der David nicht mit, ob wir switchen, oder? Weil... Also... Ich war ein Baum und meine Blätter waren richtig weird! Meine Blätter waren richtig weird! Okay! Dann nehm ich das! Ich geh auf die Toilette, weil ich hab ein perfektes Versteck! Also... Legit! Ich bin... Ich bin good to go! Boah! Das wird er niemals finden! Digga! Wir müssen ihm halt dann relativ schnell schon so Tipps geben! Digga! Haha! Yeaaah! Okay! Also ich hab einen Spot! Wir können David erlösen sonst! Ich hab auch einen! Wir können starten! Ich würd sagen, wir fangen dann schon recht früh an ihm zu sagen, wo wir sind und so! Ja! Ich komme! Jawoll! Oder ich erscheine! Beides! Äh... Die Frage ist natürlich, wie geht man so eine Suche an? Ihr könnt ja prinzipiell alles sein! Genau! Das ist das Prinzip! Ja! Das ist ein gutes Prinzip! Also ich muss einmal gegen alles laufen! Spazier doch einfach mal durch Städtchen! Mach ich! So ein guter Spaziergang! So Sightseeing mäßig! Bruder! Ich bin so gespannt auf... Nein! Never! Never wirst du das finden glaube ich! Ja alles gut! Ja alles gut! Nach 5 Minuten bekomme ich dann... Ja wir machen... Ich bin echt zufrieden bei meinem Versteck! Das ist so ehrelos! Das ist dieses... No way! No way! Ich würde mir einen Tipp geben! Also natürlich keine Sub-Area! Ich glaube bei Prop Huntle spielen wir keine Sub-Area! Aber ich bin auf jeden Fall in den Streets unterwegs! Also du findest mich nicht auf Häusern! Bist du auf den kalten Streets wie Streusalz? Ich bin auf den kalten Streets unterwegs wie Streusalz! Richtig! Ich bin auch auf dem Boden der Tatsachen! Da befinde ich mich tatsächlich! Okay! Sedi, wo bist du so? Ebenfalls! Okay! Alle in den kalten Streets so wie Streusalz! Das ist eigentlich ein guter Tipp schonmal! Das ist schonmal ein guter Tipp! Digga! Was kann man denn sein? Hm! Okay! Aber ich muss sagen, ich hab jetzt wieder Ultra... Ich hab Ultra Spaß gerade! Ich bin so froh das funktioniert! Ja! Übes, übes Faktor-Stream! Also ich sehe Pauline die Schnucklige auf jeden Fall! Und ich müsste nur mal kurz über die Straße hüpfen und wäre dann schon in der Nähe ziemlich nah bei ihr! Okay! Sie ist so nah und doch so fern! Aha! Ich verstehe! Ich glaube ich verstehe! Alter! Digga! Was passiert hier eigentlich? Das freu ich mich auch gerade! Nein! Nein! Du bist zuerst an mir vorbeigelaufen! Nein! Oh mein Gott! Digga! Never! Das war ja voll zufällig! Bro! Was bist du gewesen? Ich war die Parkour, Bruder! Parkour! Als auch so eine Parkour! Digga! Never! Never! Das war voll der krasse Zufall! Was? Nein! Ich sehe mich auch noch! Was? Wollte ich mir geben, oder? Junge! Ich war die Parkour! Okay! Okay! Achso! Ich war der hydrant! Ich bin einfach der fricken Terminator, Junge! Okay! Stimmt! Es gibt nochmal Tipps! Du hast mich jetzt schon ein paar Mal fast berührt! Und ich sehe dich auch gerade! Und ich sehe dich auch gerade die ganze Zeit! Also wirklich! 24,7 sehe ich dich! Also du bist der Nähe vom Rathausplatz? Ja! Okay! Warte mal! Ich habe vorhin gesehen! Ich habe Tisch gesehen! Ich habe Baum! Habe ich gesehen! Warte mal! So ein Tisch mit so einem Sonnenschirm! Nein! Let's go! Enter the Odyssey! Tell us when to go! Good luck! I would be scared if I am you! Just sing! Just sing! This is our main kingdom! Ja! Kommen wir! Wir starten jetzt einfach! Ich schreibe jetzt einfach Seaking! Egal, als ob ich auf die Uhr geguckt habe! Ich schreibe jetzt einfach Seaking! Hey! Oh! Let's go! Ich gehe jetzt direkt zur Kirche! Fuck it! Bei der Säule meinst du? Ich checke direkt die Kirche von außen ab! Ich glaube nicht! Doch! Da oben! Bei der Säule ist jemand! Ich tue jetzt auch als ob ich nicht! Warte mal! Kann da einer zur Kirche kommen bitte? Warte ich bin extra vorbeigelaufen! Ich bin noch nicht da hingegangen! Digga digga! Warte um! Ich gehe hoch! Ich tue jetzt auch als ob ich reingehe! Los! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Habe ihn! Let's gooo! Es war Crafty! Ja, kein Problem, ich sag's euch, rein in die Masse wie eine Teigwandtasche rauf, erstmal einen Döner. Hä, was machst du da? Du schwebst bei mir. Ey, ich bin gestorben, ich bin gerespawned grad. Wer bewegt sich da? Wo? Wo bist du? Ach, das ist einer von denen! Was, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? In der Lava Area. Am Ende oder am Anfang? Am Anfang, am Anfang. Der fliegt hier rum. Ich glaube, der ist so ein Knochen trocken, aber der ist sauroch. Boah, Bruder, das ist, das ist, das ist, der kommt da runter, ihr Bastarde-Move. I, no, I did not. Did you? No, that was such a... Did you die? Did you accidentally die? I died. No. No. Wir haben zwei schon? Nee, nur einen. Nee, zwei sind tot. Irgendjemand ist grad gestorben. Smallhand ist grad gestorben. Nee, 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 äh, Amethyst ist gestorben. Ich glaube, Amethyst ist von mir weggelaufen. Amethyst hat doch so ein, äh, Hochzeits-Thing. Ja, genau, genau, genau. Ja, okay, dann, dann, dann ist sie in der Lava-Welt gestorben. Okay, dann ist wahrscheinlich hier unten keiner mehr, oder? Wie ist er mit dem Kugel-Rilly da hinten zu der geheimen Truhe geflogen? Ja, aber hier sieht man ja sogar alles. Ich glaube, hinter der Kiste in der, ja, in der Mondhülle, in der Mondhülle, in der Mondhülle. Nein, der hat irgendwie eine Stromleitung genommen. In der Mondhülle ist noch jemand. Er war, der war bei dieser geheimen Kiste, wo man mit dem großen Kugel-Rilly hinfliegen muss. Aber wo geht er hin? Und der hat eine Stromleitung genommen. Der müsste jetzt irgendwo mittig sein. Der müsste mittig sein. Ich stehe am Eingang. Soll ich vor dem Ausgang von den Nudeln warten? Ja, aber das dauert jetzt, bis ich dem hinterher komme. Nein, der ist da, er ist da, er ist da. Der geht jetzt in Richtung der Kugel-Rilly-Area. Der ist kurz davor. Da ist halt diese Gitter mit diesen Tropen-Rigler. Und der ist jetzt, der ist jetzt beim Beginn der Kugel-Rilly-Area. Der fliegt mit dem Kugel-Rilly irgendwo hin. Der, der stellt sich wahrscheinlich hinter eine Mauer oder so. Ich weiß es nicht. Oh, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Der macht jetzt gleich Stromleitung, der macht jetzt gleich Stromleitung. Dann kannst du ihn am Ende abfangen. Ende der Stromleitung abfangen. Der macht Stromleitung. Yes, ich habe ihn. Ja, geil. Ja, jetzt ist es wieder Smallland, Bruder. Okay, Smallland ist Sub-Area-Bottom. Es ist da noch eine Mondröhre am Spawnen oben auf dem Berg. Ja, ja, genau. Ach, das ist die. Okay, ich hasse zwar die, aber ich gehe da jetzt hin. Das Problem ist, man kann hier die Kamera nicht so geil drehen. Also, wenn der da oben drauf schimmelt, heils da. Also, wenn der auf der 2D-Area... Wie kommt man auf die 2D-Area hoch? Oh, one of them is about the vault. They know I'm here. Do they know the trick, though? Do they know the trick? Bruder, ich habe das jetzt rausgefunden, wie der Schluss geht. Also, der ist auf jeden Fall nicht in der anderen Sub-Area. Maybe they'll just, what's it called? Uh, like, cap spin up or something. Okay, well, we have another person. I went through. I'm running, I'm running, I'm running. Is there anyone waiting? No, no one waiting. Er ist nicht oben. Ich bin oben. Ich bin bei dem Versteck, wo du den Screenshot geschickt hast. Ey, wer ist gerade im Mondking der Mitte? Äh, ich nicht. Hä? Keiner? Das ist halt schon krass. Keiner? Also, jemand rennt gerade in, äh, ich glaube, in die Mondhöhe rein. Nee, er springt hoch. Jemand geht zur Kirche. Oh, mein Gott, er war wirklich da, wo ich hochgesprungen bin. Ich habe ihn vertrieben von da. Ja, du hast ihn vertrieben, du hast ihn vertrieben. Muda, 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 ist das wie in der Geburt. Junge, aber wir haben ihn ja schon mal vertrieben, also, ne? Also, wir haben sein Hardcore-Versteck da oben gefunden. Oh, mein Gott. They're just... Oh, wait, they see me! Hey, Jungs, ich habe ihn gefunden. Er warf der Odyssey. Er war, er hat so gechillt in der Luft. Ja, Digga, what? Aber wir finden, also, wo, ist er in der Mitte? Ja, er flüchtet Richtung Kirche. Versuch mal, Richtung Kirche. Ich habe nicht Richtung Kirche geportet. Er hat sich die Flower geholt. Da unten, da unten hüpft er rum. Okay, er geht nach oben, er geht nach oben. Nee, er geht nach oben und wir sind da, wir sind da. Er ist oben. Boah, aber hier jemanden zu sagen, hier. Ja, Mann! Oh, Ping! Ich glaube, er ist, ich glaube, er ist rein. Er ist unter, er ist unter, er ist zu mir. Guck mal, da ist er. Richtung Swings, Richtung Swings, Richtung Swings. Das kann doch nicht sein, dass wir den nicht kriegen. Moon Kingdom ist so wack. Ja, er rollt wieder, er rollt wieder zur Kirche. Ey, 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 jumpt hoch. Kirche, Kirche. Bro, das kann nicht sein. Ist er in die Höhle rein? Ich glaube, er ist in die Höhle rein. Nee. Er ist in der Höhle gegen Ende. Bei Chuck kommt alle zur Höhle. Er hangelt, er hangelt an der letzten Area von diesem Buck-Ding, wo man so eine gerade Linie laufen muss. Okay, ich komme vom Eingang. Ich habe ihn! Jawohl, ich denke, es ist eine geile Sau! Hi, guys. These rounds just get more and more intense. What's happening? Yeah! Okay, ich gehe schon mal rein. Aber das mit Sub-Areas, oder? Ja, safe, safe. Wer hat Iron versteckt sich hinterm Zelt? Ich wollte gerade sagen. Ah, oh, 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 ja, ich weiß nichts. Dann würde ich sagen, let's fucking go! Here we go! Here we go, Freunde! So muss das. Bam, bam, bam. Schafft man einen Impossible-Jump zum Start der Area, wenn er reinkommt? Safe, oder? Okay. Warum seid ihr so ruhig? Ich bin gerade am Thinken. Ich bin noch nicht so zufrieden. Echt? Ich bin ganz zufrieden mit meinem eigentlich. Was gibt es denn so? Es gibt gar nicht viele Sub-Areas hier, oder? Drei, glaube ich. Nee, vier. Es gibt immer zwei Mondröhren. Es gibt immer zwei Mondröhren, oder? I don't know. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also entweder gibt es, also es gibt, es gibt zwei ohne Mondröhre und dann, ich weiß, dass die Frosch-Area ist ja auch eine Mondröhre. Also mindestens drei. Ah, schade. Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Das wäre sick. Das wäre wirklich krass. Ich vergesse, dass ich mich teleportieren darf. Okay, schade. Ja, man sucht halt immer recht langsam ab, wenn Sub-Areas erlaubt sind. Er will Mitleid erregen, dass wir gleich einen Tipp raushauen. Sehe ich genau. Ach ja, wann ist eigentlich Tipp-Seite? Äh, fünf Minuten haben wir immer jetzt gemacht. Ja, sagen wir in so zwei Minuten. Alles klar. Warum ist diese eine Tür offen? Tja, Bruder. Das fragst du dich jetzt. Mal angenommen, es wäre jemand durchgegangen und deswegen ist die Tür auf. Bei der alten Version war das doch nicht so, oder? Ja! Das war doch schön, ja! Hä? David wurde gefunden? Ja. Wo warst du, Bro? Ich hab drauf gehofft, dass du die Busche nicht absuchst, weil du abgelenkt bist von der Tür oben. Ich suche alles ab, Bro. Einfach einen random Busch? Ja, ja. Ich war noch nie hier. Was gibt's da? Also, Vic, ich glaube, Hübi müsste oben bei der Tür sein. Da hab ich ihn ja mal gesehen. Ja, ja, ich bin da auch drin, aber ich war noch nie hier. Ich weiß nicht mal, wie man hier weiterkommt. Vorstehen! Wait, bist du in diesem Level oder ist es Hübi, der da rumklettert? Ich bin da nicht drin, das muss Hübi sein. Ich bleib mal vor der Tür stehen. Okay, dann hol ich ihn mir mal ganz kurz. Mach mal, mach mal. Hä? Hab ich dich nicht berührt? Hä? Ich hab dich doch berührt. Wie ist das passiert? Ja gut, David. Also, der ist hier auf jeden Fall hier. Ganz gerne draußen warten. Ich warte draußen, ja. So eine Map ist das. Ist ja eklig. Wie ruhig Hübi gerade ist. Ich find's so lustig. Ja, Vic hat mich nur gesehen, weil ich grad ganz entspannt dem Tod entronnen bin, weil ich mal wieder Faxen gemacht hab. Digga, mir ist grad mein Herz in die Hose gerutscht. Meinst du Faxen wie Clowns in Büros? Ich war, Digga, ich war Ronald McDonald, Digga, im New Yorker, im New Yorker Wall Street Büro. Und ich hab jeden Kunden angefaxt. Oh mein Gott, hä? Das ist ja eigentlich schwer hier. Ja, Bro, ist übel schwer. Nee, es ist echt gruselig. Also, ein Fehler, du bist halt instant dead, so. Timo, gib mal einen Tipp. Wo bist du? Ich bin in der Sub-Area. Du bist auch in der Sub-Area? Okay. Digga, wenn ich flüchte, tu ich so, yo, ich bin raus. Ich schreie dann so, David hat mich nicht gesehen. Ich mach gleich Mindgames of Doom. Ich mach gleich Mindgames of Doom. Da sind wir wieder. Ich komm grad vor, als wäre das so ein Blind-Let's-Play. Okay, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Oh, scheiße, das ist David, das ist David, das ist David, ah! Ah, shit, 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 oh mein Gott! Jawohl! Ist Hübi draußen? Bruder, los geht's, Digga! Der ist nicht durch die Tür gekommen. Let's go! Ist er wieder drin? Oh mein fucking Gott, Digga. Ist er wieder drin? David ist einfach Nerd over News. Ja, ich hab ihn, aber wo ist der hingelaufen? Ja, keine Ahnung, wo ist denn der Ausgang? Bro, der ist niemals durchgekommen. Ich trau Hübi grad nicht irgendwie. Der ist niemals rausgekommen. Safe? Ja, aber er hat mich ja gesehen. Er ist 100% noch hier drin. Ja, 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 okay, okay, ich geh wieder rein. Er so, oh, ho, ho, schau, schau, David an. Hallo. Ich seh'n Schatten. Über mir ist, glaub ich, ein Schatten. Hä, du bist ja drin. Bei mir bist du in der Wand, Hübi. Egal, warte, ich geh jetzt hoch. Digga. Nee, das war einfach nur dein Schatten. Ja, also keine Ahnung, ob der schon runterspringt, aber ich geh mal weiter hoch. Also er ist auf jeden Fall noch drin. Also ist Hübi da noch drin? Ja, ja, er ist noch da drin. Also ich mein, er kann ja eigentlich nicht abgehauen sein. Das muss ja David mitgekriegt haben. Ja, das hätt' ich mitbekommen. Hä? Aber er wollte mich verarschen, der Hund. Ja, was machst du jetzt? Nein! Bro, du bist auf mich gesprungen. Hast du ihn gesehen gerade? Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, ich gehe gerade wieder hoch. Also er springt gleich wieder runter. Aber er geht wahrscheinlich zur Röhre. Das heißt, David, das ist dein Moment. Bitte mach mir nicht so viel Druck. Okay, er ist in der Röhre. David, er geht raus. Also jetzt muss er durch die Tür kommen, richtig? Ja. Oder? Nein. Ich glaube, nee, nee. Es ist ja eine Tür. Er spawnt am Anfang wieder. Oh, Marvin. Oh, nein. Ja, okay, okay. Ich gehe ins Wasser. Shit, 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 shit. Scheiße. Wie leise der auch ist. Ich snack gerade eine Traube nach der anderen, Digga. Alter. Bruder, das ist die befriedigendste Runde Heidenzik, die ich je gespielt habe. Das sagst du aber bei so vielen Runden, Meister. Ja, ja. Bro, mach nicht diesen. Wir wollen noch mehr Runden spielen. Wir konnten strecken, ich merke schon. Sub-Area oder nicht Sub-Area? Keine Sub-Area. Ach, hä? Bis er ist... Ah, der jumpt da oben. Der geht wieder zurück zu seinem alten Versteck. Ah, jo, der ist oben. Nee, doch nicht. Er hat sich anders überlegt. Er springt da hoch. Jetzt geht er zur Mitte. Zu diesem Hasen am Anfang. Ah, okay. Er geht jetzt zum Anfang. Er geht zur Odyssey. Also, wir spielen aber auch gerade die Brote. Alter, ich wollte gerade sagen... Smallin dreht sich im Grab um, wenn er euch sieht. Ich bin in einer Sub-Area. Ach, scheiße. Wait, ist er eigentlich zur Odyssey gegangen oder nicht? Ja, nee. Er hat sich dann direkt wieder umgedreht, als ich gesagt habe, er läuft Richtung Odyssey. Er ist in einer Sub-Area, ne? Bei der Odyssey. No. Hmm. Ist es normal, dass hier zwei Frösche sind? Und ich frage so, ist es hier normal, dass hier zwei Frösche sind? Ah, fuck, das ist zwei Frösche. Nice, Wurm. Ja, ja, der andere war bei mir noch da, weil ich diesen Ball getreten habe, nach dem und den gekapert hast. Nice. Oh, fuck, Alter. Zufall ist Zeit zwischen eins und zwei. Alles klar, David sucht. Oh, wow, geil. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Frohes Neues, Freunde. Los geht's. Ich habe ein Versteck, oh mein Gott. Aber das Versteck fuckt mich ab, weil ich ihn nicht sehen kann. Ich halte mir das nochmal als Rückzugsort. Okay, Risiko, Risiko. Okay, macht man Pipiums. Von da kann er nicht kommen. Oh mein Gott, da ist Schintex. Oh mein Gott. Ich sehe jemanden, aber ich will den Spot nicht verraten. Ich sehe auch jemanden und ich will den Spot nicht sagen. Bruder. Nein, 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 nein. Du kackst. Du kackst. Bruder. Ahhhh, Mann, oh, Bro, deine Farbe ist zu auffällig. Nein, 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 nicht an der Laterne hochklettern. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich dachte, es läuft keine Musik hier. Also, bei mir schon? Bei mir läuft's auch, okay. Nein, du hast den aufgemacht. Ich hätte doch einfach, ich hätte einfach flüchten müssen, aber ich dachte mir, komm, Alter, fuck it. Vor allem soll ich dir was sagen, ich habe die Mülltonne vorhin geöffnet, deswegen habe ich dich gesehen, wie du darin gehockt hast. Ja eben, ich wollte mich, also ich habe auch eigentlich, der Chat hat auch gesagt, yo, Digger, gehen die Mülltonnen. Ich so, nee, das war Davids Versteck beim letzten Mal, das ergibt keinen Sinn. Aber ich dachte, wir hätten auf der Flucht kommen, Alter, let's try it. Ich habe reingeschaut in die Mülltonne. Also, wir können jetzt zwei Optionen machen, Stimtex. Also, du kannst dich jetzt selber, oh, ich habe ihn erwischt. So eine Scheiße. Ich wollte dir die wahl lassen. Ich wollte dir die wahl lassen. Cooler Roller. Moin, Junge. Wie das aussieht, Digger. Das ist wie so ein Cyberpunk 2077-Bug. Oh, wait. Ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss. Oh mein Gott. Okay, David, wo warst du schon? Eigentlich, warte mal. LOL! Digger! Hä? Was bist du denn für einer, Vic? Hä? Du warst hier einfach. Wo bist du hin? Der ist hier am Anfang auf dem großen Platz. Da hinten ist er. Er ist am Anfang. Wo ist mein Motorrad? Er rollt jetzt in die Mitte auf einer Straße. Er ist hier vorbei gelaufen. Er war hier irgendwo. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Vic, warum warst du aus dem, bist du aus dem Baum raus? Weil ich dachte, du hättest dich da gesehen. Ich dachte, du springst jetzt in den Baum rein. Er ist eingesperrt. Er kommt da nicht raus. Er kommt nicht raus. Oh Gott. Der ist ja voll buggy. Digger, zu dritt Verfolgungsjahr. Komm schon. Mein Time to Shine. Ich weiß nicht, ob ich den 2D-Area-Jump machen soll. Ob die da trotzdem einfach hochgegangen sind. Ich gehe mal hin und gucke mal. Vielleicht sehe ich ja was. Ja, da sieht man nichts. Ja, komm. Fuck it. Was soll's? Okay, hier ist keiner. Oh mein Gott. Leute, ich weiß, wo einer ist. Ich weiß, wo einer ist. Aber ich habe jetzt so getan, als hätte ich den nicht gesehen. Oh shit, wo ist er denn? Eingang Mond-Dings. Höhle? Er ist im Schatten links. Ich habe den halt komplett gesehen. Ich überrasche ihn von oben. Ich überrasche ihn von oben. Okay, da ist keiner. Ich bin so dumm. Ich bin so ein Volleyer. Ist er weg? Ist er weg? Nein, ich bin an ihm vorbeigerutscht und bin jetzt wieder in der Mondhöhle. Ja, aber jetzt denkt er so. Jetzt denkt er, du weißt nicht, wo er ist. Ja, ja. Hoffentlich. Ja, komm, ihr holt ihn. Ihr holt ihn. Der steht da bestimmt noch. Warte, unten am Anfang. Unten Eingang. Am Anfang auf der linken Seite. Und ich warte unten bei der Mondhöhle, falls er hier spawnt. Gut. Ich bin reingerutscht. Nichts passiert. Nein, er ist weiter links. Okay, er ist hier. Er ist hier. Ich habe ihn berührt. Okay, okay, okay. Er ist wahrscheinlich rein, als du gekommen bist. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Jimmy Boy, yo. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe das Gefühl, die Runde ist vorbei, bevor ich da hochgeklettert bin. Okay, warte mal. Ist hier jemand? Nee. Hier ist wirklich jemand. Oh, hier ist jemand. Wie geil. Ich habe direkt zwei. Ja, ich habe ihn berührt. Ja, ja. Okay, er fliegt da am Anfang. Er fliegt da am Anfang. Er ist ein Knochen trocken. Er fliegt weg. Er ist ganz am Anfang. Komm schon. Ja, er dreht wieder um. Das war klar. Oder am Anfang. Bro, what the fuck? Komm vom Anfang am besten rein. Ich glaube, es wäre nicht schlecht. Wir fliegen die ganze Zeit rum. Fucking bullshit. Ich kann ihn nicht berühren. Wir sind am Anfang mit Knochen trocken. Von hinten kommen wir nicht weit. Ich habe ihn berührt. Ich bin auf ihn gesprungen. Das hat sogar den Bounce. Ach, Mann. Ey, das ist doch dumm. Ah, ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich berühre ihn halt 300 Mal. Bro, mich halt im Knochen trocken geblieben. Boah, das ist die nervigste. Ja, okay. Dann warte ich mal hier auf ihn. Warum kann er so hoch fliegen? Es ist doch jemand unten. Bro, ich will ihn nicht berühren. Mach ich diesen dummen Kacken. Ja, ich bin einfach Kopfgeldjäger. Ich finde dich überall. Hüpft da unten einer? Ist jemand am Anfang der Mondhöhle? Jemand hüpft am Anfang der Mondhöhle rum. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so einer, ist, den wir noch nicht haben, oder? Das könnte David sein, aber der ist aber gerade gemutet, glaube ich. Ich bin jetzt gerade in der Röhre. Der macht da irgendwelche Jumps. Vielleicht ist das er, den wir schon haben. Vielleicht ist es dieser Lamato. Ja, Mann. Nein, jetzt habe ich das. Oh, Mann. Was denn? Oh, Bro. Ja, ich dachte, das wäre jemand, den ich noch nicht habe, aber den hatten wir schon. Ja. Warum schild er nicht bei der Ops? Okay, jemand schreibt gerade, bei mir im Stream wäre einer zu sehen gewesen, der auf der Overworld. Ist OP. Okay, was ist ein OP-Versteck? Hä, wo soll er sich denn in der Kirche verstecken? Ich sehe hier alles. Ich glaube, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Let's go! Der ging in diesem Brautstrauß über der Tür. Lol. Really real. Also, ich bin kurz davor zu fragen, bist du an dem Versteck, wo wir überhaupt die Chance haben, hinzukommen? Ich habe vielleicht eine Idee. Ich habe eine Idee, was man versuchen könnte. Kommt man mit dem Knochentrocknen irgendwie höher? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Einfach mit dem Knochentrocknen hier übel weit in die Pampa fliegen oder hinter den Spawn. Ja, also genau, hinter dieses Konstrukt da, wo du bist. Das wäre halt krass. Jungs, ich habe ihn. Ich weiß, wo er ist. Wo? Wo? Guck mal, da unten. Siehst du diesen Block dort in der Lava? Ah, ja, ich sehe ihn. Da hängt er. Ich habe es mir sogar gedacht. Warte mal, wo hängt er? Welcher Block unten? Wo ist ein Block in der Lava? Die Säule. Freut mich! Wuhu! Da ist er! Brrrr! Das ist er! Was? Junge, 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 Junge! Und ich habe mir sogar gedacht auf den Säulen. Aber die Säule habe ich irgendwie ausgeblendet. Ich weiß nicht warum. Duuude, we are so fucking dumb, it's insane. Bro. I mean, the hiding spot was good, but it wasn't that good. No, it's like, it's so simple, you even... Yes, 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 yes. ... ... ... zwischen 1 und 4. Bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Es ist die 3, das ist weg. So, dann, ich würde sagen, machen wir drei Minuten, drei oder vier, je nachdem, wie viel du uns gönnst. Ich gönne euch drei Minuten. Okay, auf geht's. Nein! Oh shit! Oh, das tut mir leid, ich war doch im falschen Team. Oh nein, oh nein. Sorry, Digga. Du kannst suchen. Ja, ich fange an. Oh boy, oh boy. Okay, ich weiß, wo alle sind. Ich weiß, wo alle sind. So, erstmal nachgucken. Bei der Odyssey ist niemand. Okay. Das gute alte Versteck. Das kann ja nicht so lange dauern. Oh shit. Nein, nein, guck mal. Alter, was tust du? Du spielst mit dem Feuer. Alter, was meinst du? Ich weiß es nicht. Mit wem redest du überhaupt? Ich sehe, was du tust, Meister. So, mein Freund. Du bist auch bestimmt da oben. Oh, schau mir, jetzt wird es brenzlig. Von hier habe ich eine relativ gute Übersicht, aber hier ist einfach... Oh, wait. Spürst du Vicks Atem schon? Wait. Hm. Was geht ab, Bro? Nein! Was geht ab, Bro? Du fängst mich niemals. Ich werde dich sowas von fangen, Alter. Junge, ich bin der King der Schwerellosigkeit. Alles gut. Ich bau gegen den unsichtbaren Gegenstand. Der war unsichtbarer Gegenstand. Ich hab dich berührt. Nee, also bei mir warst du sehr weit weg. Wie das aussieht. Oh nein! Oh my God. Let's go. Aber du hast Schimpf-Text gesehen, ne? Du hast ihn gesehen. Der war irgendwie im selben Versteck. Der ist geflohen. Der war auch da oben. So, ich habe jetzt noch eine Idee, wo jemand sein könnte. Bist du auch wieder am Versteck, David? Also, ich bin wieder in einem Versteck drin. Ich denke, die Map ist zu klein, dass wir die nochmal spielen. Fällst du runter, Bro? Fällst du runter? Oh, ich saß da jemanden, ne? Ja, ich habe jemanden. Hä, wie habe ich dich nicht berührt? Ja, egal. Ich kriege dich schon, mein Freund. Okay, okay, okay. Nein! Alles gut. Ich wollte beides. Er ist ja drin. Nein, er lebt noch. Nee, nee, nee. Er rennt noch weg. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, Bro. Alles entspannt. Ich bin ganz entspannt. Wo ist er hin? Okay, er springt hoch. Er springt hoch. Alles gut. Okay. Er ist ganz oben, er ist ganz oben. Er ist ganz unten, er ist ganz unten. Alles gut, alles gut. Der Mann auf an sich. Mann, wie machst du mich denn die ganze Zeit, Digga? Das kann doch nicht sein. Hey, ich sage dir, ich sage euch. Da, ey, da, alles gut. Der ist oben. Oh ja, der sitzt da. Yo, die und die Koordinaten. Da bewegt er sich gerade. Ja, Bro, du bist nicht... Alles geht, ich gehe, ich gehe. Bruder, ey, in der Schwerelosigkeit jemanden fangen ist so Cancer, Mann. Ja, das ist wirklich, das ist sauschwer. Boing. Hey, wo ist er? Er rennt drüber zur Küche. Das kann doch nicht sein, dass immer einer von euch mich sieht. Wo ist eigentlich Shimtex? In der Zeit, müssen wir doch irgendwo mal gesehen haben. Ah, da ist er. Okay, ich habe ihn fast den Weg abgeschnitten. Oh, ey, Freunde, Shimtex, das ist in der Odyssey. Ich will nicht jetzt dafür so. Ich bin Kameradenschwein. Ich warte hier, ich warte hier. Nein! Ich habe ihn, ich habe ihn. Nein! Hast du David? Hast du David? Nein. Ich bin gestorben. Sehr gut. Aber den fangen wir trotzdem noch. Pass auf, ich gehe andere Richtung. Ich gehe andere Richtung. Ich sage es dir, das ist... Scheibenkleister. Wie viele Halle haben den selben Punkt gemacht? Yes! Er ist ganz oben. Er ist ganz oben. Ja, und jetzt gleich springt er runter. Ja, er springt runter. Er ist bei der Odyssey. Die Odyssey ist wie ein Magnet für Shimtex. Moin, mein Moin. Oh, schwarz. Ja! Oh, hier muss ich sogar meinen Controller gar nicht berühren. Oh, shit, man. Ich könnte schwören, ich habe gerade jemanden gehört. Nein! Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Stimmt, aber bei den anderen Vasen kann ich besser flüchten, True. Da kann ich schnell... Oh, ja, True. Ich verstecke mich hinter den Münzen, falls jemand kommt. Digga, ich habe richtig Angst, auszusehen, meinen Controller zu schütteln und runter zu rollen. Boah, ich habe auch so Schiss. Nein! Nein! Nein, er hat mich! Oh, krass. Ich hätte das probieren sollen. Shit! Verdammt! Okay, Leute, ihr müsst das machen. Digga, ich habe voll Paranoia. Ich bilde mir ein, Sprünge zu sehen. Oh, nein! Das ist keine Einbildung! Wait, was? Ist bei dir jemand? Ja, ich stehe kurz vor dem Boss, vor so einem Feuer. Nein, sie sieht mich nicht. Oh, Alter, sie hat mich wirklich nicht gesehen. Let's go! Tschüss! Oh, ich höre Jumps. Ich höre Jumps. Hey, jetzt war es noch umreitet mit Jinx. Nein, aber das ist bei mir! Das war's the German David route. Nein! Nein, nein! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Fuck. Scheiße. Ist das der Shop? Nee, oder? Oh, nein! Geht ins Casino! Oh, nein! Oh, fuck. Leute, jetzt wird gleich unser Versteck auf die Probe bestellt. Ich werde mich nicht bewegen. Lasst mich nicht im Stich, Jungs. Okay, Bro, ich glaube, der geht jetzt Richtung Casino. Freunde, wir bleiben einfach sitzen. Wenn wir gefunden werden, werden wir gefunden. Ich vertraue, also, wenn wir flüchten, dann haben wir halt so maximal noch eine Minute oder so. Jumi, wo bist du? Im Casino in der Stadt. Er geht ins Casino. Bro, er geht ins Casino. Okay, ich bleib sitzen. Er ist im Casino. Er ist im Casino. Ich bleib einfach sitzen. Ausharren, Digga. Habe ich gerade auch gemacht. Das funktioniert. Nein, er checkt ab. Er checkt ab. Ich bin geflohen. Oh, er hätte mich erwischt. Er hätte mich erwischt. Er hätte mich erwischt. Er hätte mich erwischt. Bist du geflohen? Ja, ich fliehe. Ich fliehe. Schnell, ab in die Sub-Area, Bro. Ich bin in die Mondröhre gegangen. Oh, nein! Oh, nein! Da gehen zwei rein, Bro. Da gehen zwei rein. Nein, die sind beide drin. Ich bin am Arsch. Oh, nein! Ja, nein! Sie chased mich. Oh, nein! Nein, ich bin tot! Seine Campi hat mich nach oben gebounced. Und deswegen habe ich die Kontrolle verloren. Also, ob ich jetzt der Einzige hier bin. Der Einzige hier bin. David, wo bist du? Ähm, ich bin, Digga, kurz vor dem Bosskampf. Verstecke ich mich hinter so einer Fackel. Digga, die haben jetzt wieder drei von vier nach acht Minuten gefunden. Ja, die machen uns komplett fertig, wirklich. Okay, die kommen jetzt in die Boss-Area, Bro. Ah, shit! Okay. Ah, Digga, ich sehe schon da oben welche. Digga, er hat mein Versteck. Nur in Deck, weil er gebockt ist. Nein! Arena? Arena Room? Oh, hey! I see! Ja, ja, ja. Ja, jetzt hat er gesagt, er ist in der Pyramide. Einer geht jetzt auch ins Loch. Ja, die kesseln dich jetzt ein, Bruder. Feierabend. Bruder, alles gut, Digga. Nein! Haben sie dich. Ah, damn. Okay, dann geht mal kurz alle in Suche, bitte, damit ich alle Namen sehe. Also, wir haben doch schon Domi. Domi und ich suchen doch. Ach, du willst? Ja, ich will suchen. Okay, alles klar. Ja, dann bin ich jetzt relativ weit oben. Also, ich glaube, auf der zweiten Insel von oben. Okay, ich bin jetzt auf der Souvenir-Shop-Insel. Verrückt. Ich finde dich gleich, mein Freund. Immer, wenn du sowas sagst, bist du in der Nähe. Ist das so? Ist das so? Ich hoffe, dass ich nicht rausgeflogen bin. Fail to reconnect. Scheiße. Ich glaube, ich bin rausgeflogen. Naja, blöd. Ja, gut, dann F6. Let's go. Hier ist halt wirklich nicht viel zum Verstecken auf der Souvenir-Insel hier. Er weiß nicht, dass man hier runter kann. Okay, also verlass ich jetzt die Souvenir-Shop-Insel. Nö, die schwebt bei mir einfach als Mario rum. Ist die Position so offensichtlich? Nee, also ich habe dich halt nur zufällig als Mario gesehen. So, eigentlich müsstest du ja was anderes sein. Ja. Das ist doch ein Spiel. Aber die Frage ist, ob das auch ohne... Ja, das ist schon sehr offensichtlich. Vor allem, man sieht das halt voll, wenn man da langläuft. Wie lächerlich ist das, Mann? Das ist so wenig Fläche und wir finden nichts. Ah, jetzt. Lächerlich. Eieiei. War das gerade ein echter Vogel oder war das ein Spieler? Also, du bist als Vogel vorn an der Wand lang und warst dann bei diesen Bällen und dann warst du auf einmal weg. Ich war nämlich hinter dir. Du hast mich, glaube ich, nicht gesehen. Äh... Nein, Mann, ich wusste es! Wo ist denn der? Nein! Ja, ich habe genau den Fluchtplan gehabt. Aber richtig geil. Ist ja jemand gestorben? Hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich auch hinter den Start will, oder? Nein, du hast dich dahingestellt. Ich dachte mir so, du holst jetzt den Mond und gehst wieder. Ich dachte... Ja, ja, ich wollte auch, aber dann dachte ich mir, Moment, kann man dahinter? Fuck my life! Richtig geil! Ah, das ist scheiße. Ich habe leider keine Ahnung, wo die anderen sind. Wie viele fehlen denn noch? Wer versteht das denn noch? Nur ich wurde gefunden. Ja, und ich bin gestorben. Also, ich bin so... Ja. Hallo, Vic! Was geht's, Digga? Oh mein Gott! Oh mein Gott, du gabst nur den her, Alter! Bei den Bällen, bei den Bällen! Ja, genau, sauber, sauber! Ja, mach mich, mach mich! Du gehst da her, Digga! Brauch nicht, weiße... Oh mein Gott, auf einmal kommt ein Vogel aus dem Nichts. Sefi fehlt noch. Ja, wo Sefi ist, habe ich keine Ahnung. Ich habe auch ein Bombenversteck, also... Was? Ein Schmutzversteck? Ein richtiges Bombenversteck. Bombenversteck. Ist das jetzt gemeint, von wegen, es ist geil? Wie schlau sich jetzt alle fühlen, weißt du so? Ah, Bomben. Ah, Bomben. Es gibt hier eine Area, da kommt man nur ganz schwer hin. Habt ihr die ganzen Kisten schon aufgemacht mit den Bomben? Oh. Ähm. Ganz am Anfang habe ich damit angefangen, aber nicht alle. Okay. Okay, Leute, wenn ihr dieses Rätsel erratet, gebe ich euch einen Tipp. Okay, Bruder, ist das einfach jetzt Gollum aus der Hobbit, oder was? Wenn ich dieses Rätsel errate, dann finde ich dich auf der Odyssey, du Sohn. Ich habe ihn. Ja, da ist alles nice. Oh mein Gott. Ich habe jetzt wirklich irgendwas... Ich habe mich zu sehr auf diese Pompke verstanden. Oh, David-Runde. David-Runde, auf geht's. Hey, Jungs, ich habe übel die gute Idee. Erzähl mal. Also, wir könnten ja auf den Hutturm hoch, dann irgendwo in die Pampa, in den Nebel, einfach mitten im Nichts springen und dann Screenshot-Modus aktivieren. Hä? Genau das wollte ich es machen. Seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Ja, dann versuche ich mal mein Glück. Und die drei Kontrahenten von David haben sich an folgenden Stellen versteckt. Ich bin auf die Spitze des Hutturms gegangen, weil ich von da aus alles gut im Blick habe. Vic hat sich gemeinsam mit einem Paragoomba mitten im Nebel versteckt. Und Chimtex ist an die Stelle gegangen, wo er beim letzten Mal schon war. Und zwar ganz außen am Turm, ebenfalls mit dem Paragoomba im Nebel. Oh, David startet die Flying Goomba-Aktion. Oh, die Flying Goomba-Aktion, okay. Oh, boah, ich höre irgendwas flattern. Dann ist er bei dir, ich höre auch irgendwas flattern. Ich auch. Oh, das ist voll gruselig, weil das klingt so, als wäre das neben mir, aber das ist, glaube ich, gar nicht neben mir. Ja, ja. So ein Horrorfilm-Titel, das Flattern. Ich will es mir reinziehen. Alfred Hitchcock, das Flattern. Mann, ich will wissen, wo David ist. David, wo bist du? Ist der überhaupt noch hier, oder? Ist er wieder abgestürzt? David, der ganze PC ist langsam abgestürzt. Er macht einfach no you, er versteckt sich jetzt vor uns. Ich ändere die Regeln schon wieder. Okay, ich zeig mich jetzt, David. So, zeig mich. Mach nochmal, mach nochmal. Base Reveal. Ah, ich glaube, ich... Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo Vic ist. Doch, das müsstest du sein. Ja, okay, ich weiß, wo du bist. David, hast du mich gesehen? Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Bruder, David, was machst du eigentlich so? Du bist einfach nicht mehr vorhanden. Okay, warte, Hibi. Nein. Warte mal. Hat gerade irgendjemand irgendjemand gefunden? Stimtex, bist du gestorben? Ich bin verreckt. Hä? Bist du wieder zu tief geflogen? Nebi, wo bist du? Nebi, wo bist du? Nebi, bist du geflogen? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, schade. Ich bin tot. Nein, ich... No! Yes! Oh, ich hab ihn. Oh, mein Gott. Oh, fuck my life. Äh, Jungs, der schimmelt im Nebel, wenn du, wenn man quasi ihm meldet... Oh, ich seh ihn, glaub ich. Ich seh ihn, glaub ich. Ne, das bin ich. Das bin ich. Ich bin... Ich bin das. Ne, ich glaub, ich seh ihn. Ich hab... Wirklich, ich seh dich, Bruder. Es gibt keinen. Komm, du schimmelst da schön im Nebel rum, ne? Du versuchst es kurz. Ja, Bruder, Bruder, ich seh ihn. Ich bin über ihn. Oh, mein Gott. Ich bin direkt über ihn. Oh, mein Gott. Da ist er unten. Oh, mein Gott. Er ist unter mir, er ist unter mir. Nein, er fliegt zur Brücke, er fliegt zur Brücke, er fliegt zur Brücke, er fliegt zur Brücke. GTA, das ist so GTA, Helicopter Chase. Glaub, ja. Das hat keinen Sinn. Da, 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 hier. Ne, da ist ein Schatten. Ich seh ihn ganz genau da. Ich bin gestorben. Alles gut, ich bin gestorben. Oh, boy. Schomm ist die 1, Wick ist die 2. Zufallszahl zwischen 1 und 2. Ich halte es in die Cam. Es ist die 1. Es ist Schomm. Nein. Geil. Nicht diese Scheißwelt anfangen. Okay. Wer möchte den Anfang machen? Ich mach. Jubi, Faguren. Okay, Sefi. Okay, Sefi. Hä? Hüpf mal. Was zum Fick? Oh, mein Gott. Oh, nein. Okay, du musst. Oh, Digga, du. Eigentlich müsstest du in die Sub-Area. Bro, du bist so lost. Mate, mach nochmal neu. Das ist ein Sub-Area-Prob, ja. Okay. Aus Fairness. Oh, strong. Ultra-strong. Okay. Okay. Ich mach als nächstes. Was? Oh, Mann. Aber auch eigentlich geil. Hä? Doch, das geht fit. Bruder, mit Arbeit. David, soll ich? Ja, okay. Ich mach mal was. Oh. Oh. Oh, wir müssen uns zusammen irgendwo platzieren. So, und jetzt David noch. Oh. Okay, das ist asozial. Aber alles sehr groß, ne? Alles spielbar. Oh, David, ich hab ein krasses Versteck für dich eigentlich. Guck mal, am Ende dieser Arena, da sind die überall die Dinge. Oh. Also, das machen wir doch mal. Also, ich könnte halt hier ein asoziales Versteck nehmen. Also, ich kann halt mit der Tür zu 95% in die Wand reinglitschen, aber das will ich nicht. Ich. Ich mach das. Ich mach das. So instant am Anfang. So, Entity, der will ich halt nach zwei Sekunden raus oder, oder Ding. Das ist eigentlich strong. Hier und dann Sevi so auf der anderen Seite. Es ist risky, aber es sieht legit aus. Ja, ey, das Problem ist, ich hab keine Animation. Die anderen haben so eine Windanimation. Oh. Ich hab, ey, das ist mein riskantestes Versteck auf jeden Fall bisher. Vic, wir haben voll verkackt, Digga. Nein, das wird's. Da baumelt was. Wir haben das nicht. Ach so, ja, 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 ich weiß, was du meinst. So, hi. Wie sieht's jetzt aus? Kann ich raus? Du kannst. Du kannst. Du kannst. Ja, ja, du kannst. Okidoki. Ich weiß, wo fangt man hier überhaupt? Junge. Okay, aber wenn ihr hier Tipps geben müsst, dann grenzt ihr euch ja extrem ein. Die Tipps sind hier sehr hilfreich, das stimmt. Ihr seid wahrscheinlich eh alle an diesem einen großen Fleck, wo so voll viel Shit abgeht. Hä, wo? Was meinst du? Hahaha, komm. Mann, ich weiß ja nicht mal, was ihr sein könntet. Hä, wer ist gestorben? What? Hä? Ich dachte mir so, wait, die Dinger haben keine Lampen. Oh mein Gott. War die da Spide entdeckt? Ja, ich hab mich da hingeportet. Ich war direkt da und dann hat die als Einzige keine Lampen. Aber ich dachte so, das sieht ein bisschen gut. Ja, ich dachte, du checkst das vielleicht nicht, weil wir haben ja beide keinen und dann sieht das trotzdem symmetrisch aus, so mäßig, weißt du? Ja, ich war mir unsicher. Das haben sie zwei Sekunden, bevor du gestartet bist, sehen die gerade so, yo, wir haben keine Lampen. Und dann warst du, yo, los geht's. Ja, krass. Nein. Easy game, oder? Scheiße. Chat, wir haben das Schwierigste, wir haben das Schlimmste überlebt. Jetzt ist unser Versteck strong. Irgendwas muss hier sein. Nein. Nein. Hä? Die Hitbox. Hä? Was hab ich denn überhaupt berührt? Bruder, ich war die Tür. Was? Ich war die Tür. Hier war eine Doppeltür. Ich stand einfach so, so quasi, aber halt ein bisschen besser. Aber nicht so in die Wand reinglitschen, sondern also meine ganze, so stand ich. Ja, so, so. Oh mein Gott. Und ich war so, okay, entweder findet er mich nicht oder ich bin in zwei Sekunden raus. Ja, das war wirklich hier der Mist. Okay, also ich hab mir das Versteck bisher nur bei dir im Stream gesehen, David. Aber in real sieht's nochmal deutlich besser aus. Heftig, oder? Das hab ich mir vorhin auch gedacht. Das sieht, das sieht, also, äh, es gibt einen minimalen Indikator, aber auf den achtest du nicht, wenn du's nicht weißt. Was macht ihr da? Oh, ich schomm. Also, ja, nee, nee, alles gut. Bruder, wer ist das? Junge, was macht ihr hier? Warte, warte. Ja, ein bisschen Begleiter spielen. Bruder. Ach, komm, ey. Was ist denn hier los, ey? Das ist wie fast in die Siegstelle, Alter. Als ob du jetzt jedes von diesen Scheiß-Stangen-Dusen hast. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, Bro, schau dich um. Ja, tu ich doch, hä? Also, ich bin's dir jetzt fast auf die Nase. Also, es ist eigentlich alles recht symmetrisch hier, würde ich behaupten. Vielleicht sogar zu symmetrisch. Es ist so, es ist alles sehr, sehr gleichmäßig und symmetrisch und dann sticht vielleicht halt etwas hervor. Boah, ich muss aber sagen, das würde mir gar nichts sagen. Ja, also, ich versuche, ihn sehr, sehr gentle darauf hinzuweisen. Das macht die Gleichmäßigkeit. Über dir fliegt eine riesige Pyramide. Oh, du hast mich. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Stimmt, Text. Alle Flaggen sind weiß-rot, weiß-rot, weiß-rot. Und dann war weiß-weiß. Keiner Sau auf. Nee, nee, tut's auch nicht. Aber deswegen haben wir auch versucht, dich so darauf hinzu... Crazy, crazy. Cooles Verständnis. Ich finde es interessant, dass Hübi... Ich glaube, ich weiß, wo Hübi ist. Aha, was war denn hier? Ah, lol, da bist du, Hübi. Digga, ich höre jemanden laufen. Da war doch gerade jemand auf dem Turm. Hundertprozentig. Ich sehe grüne Landschaft auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich wusste es. Du Penner, die Penner, Digga. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ey, das sieht so witzig aus von dir. Nein, 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 nein. Bist du entkommen? Bist du entkommen? Naja, also ich bin noch nicht tot. Ich habe jetzt irgendein Fall, Fett-Move. Ich bin gerade richtig temtet, aus meinem Versteck rauszugehen und einfach euch zuzugucken. Das klingt viel zu interessant, was ich mache. Ja, Hübi. Okay, 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 okay. Wo bist du, du Penner? Ja, ich habe ihn verloren. Aber er müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Oh, Mann. Das kann nicht sein. Wollen wir eine Regel machen, dass David eine bessere Chance hat? Jeder von uns muss jetzt sein Versteck wechseln. Ab jetzt. Jetzt verlassen. Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe doch jemanden rollen sehen. Oh, Junge, ich hasse es, Sura zu sein. Es ist so eine Kacke. Und in keine Bäume rein, ab jetzt. Als Regel. Nein. Nein. Wait. Lass mich in Ruhe. Junge, jetzt. Junge, schluck Schnecken, Junge. Ich finde die Verfolgungsfassung. Nein. Warst du weg, was ist passiert? Ja, ich habe mich einfach selber umgebracht. Wo warst du? An der Edge habe ich mich festgehalten. Ah. Finally. Ich hatte voll das krasse Versteck, obwohl es nur ein Plan B war. Also Hübi ist jetzt hier irgendwo und nicht bei einem Baum. Junge, ich bin psychisch am Ende nach diesem Stream. Vielleicht hat er mein altes Versteck genommen. Actually. Nee. Schade. Im Stream. Schimtix, du suchst auch, ne? Mhm. Ja. Du hast mich nicht gesehen. Okay, krass. Ich bin hinten in der Nähe von diesem Irrgarten da. Also ich kann euch sagen, ich bin da nicht mehr, weil ich bin einfach übel an dir vorbeigerollt. Also ich war wieder auf dem Turm oben, auf den du hoch wolltest. Und als ich gesehen habe, du willst da hochkommen, bin ich einfach losgerollt. Und ich dachte echt, du verfolgst mich. Hi. Dann bitte einmal wieder in einer Reihe aufstellen. Wir stimmen mit dem ersten Sucher. Guck mal, ich habe schon kratzes Versteck. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Ich muss sagen, diese Sprechblase bezeichnet das in Wicks Aufnahme eingefügte Menü sehr schön. Danke, Wick. Schade, dass man den Namen sieht. Nee, wenn du eigentlich im Gegnerteam bist, nicht. Warte mal. Wenn ich auch... Genau, wenn du im anderen Team bist, dann nicht. Das sieht aus, das ist geil. Das wäre mir nie aufgefallen. Das wäre echt voll smart. Ich bin die 1. Wick ist die 2. David ist die 3. Shimtix ist die 4. 1. Oh, Maschallah. Ich bin der erste Sucher. So, 5, 4, 3, 2, 1. Wir marschieren los. Da oben hat man eigentlich eine ganz gute Perspektive. So, jetzt schauen wir mal. Erst mal den Blick schweifen lassen. Hä? Mein Controller hat gerade vibriert. Warte mal, vibriert der nochmal? Ja. Ah, da Maschallah. Mein Controller hat vibriert, wenn du Stammattacken machst. Schön. Das passiert übrigens nur, wenn ich in deiner Nähe bin, ne? Oh. Nein, war ein Joke. Kann doch sein. Man selbst die Verwirrung ist verwirrt. Theoretisch, die Kanten kann man ja eigentlich ganz gut abchecken. Also, ich vermute euch eigentlich... Eine Vermutung habe ich ganz stark. Du hüpfst aber sehr fröhlich herum, Hübi. Oh, okay, okay, okay. Ja, so. Nächster Checkpoint, sehr gut. Okay. Hm. Maschallah, Digga, was geht? Junge, ich habe dich nicht kommen sehen. Ich habe dich gar nicht kommen sehen. Ich habe extra die Fresse gehalten. Ich habe gehört, dass du irgendwie irgendwo hinspringst. Ja. Ich habe dich gesehen, bin extra so weitergelaufen, damit ich von hinten quasi nicht reindroppe. Oh, genau da, wo hatte ich Schiss. Yes! Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo einer sein könnte. Springst du gerade hoch? Springst du gerade hoch? Nee. Also, ich bin bei der Kirche. Okay, dann ist das Schimtex. Ich bin bei der Kirche. Nee. Wohin läufst du? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Woher läufst du? Er ist da oben, er ist da oben. Wo soll ich sein? Er springt runter, er springt runter. Wo soll ich sein? Oh, du musst gesagt... Oh, nein, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Also, ich habe nicht gesehen. Ich komme dir entgegen, ich komme dir entgegen. Ja. Wir senden zwischen ihm. Alter, Schimtex, wie magst du es am liebsten? Er rennt, er rennt. Er mag feuchte Schmatze sehr gerne. Er ist gleich am Anfang, er ist gleich am Anfang. Ich wollte so richtig smart zurückschicken. Oh mein Gott. Ohne Scheiße, ich habe so Herzrasen. Das ist so geil. Also, eigentlich vermute ich David irgendwo bei der Kirche, wenn ich ehrlich bin. Ja, meinst du, er kommt da hoch? Oh, stimmt. Ja, ich glaube nicht. Ich habe doch da gerade was gehört. Ich höre doch da jemanden laufen. Ich schwöre, da war jemand. Ja, er ist bei der Kirche. Ich wusste, er ist bei der Kirche. Er springt runter, er springt runter. Okay, okay, okay. Bruder, Schuss. Ja, Mann, 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 Mann. Junge, Nico, speed in deine Arsch, Digga. Ich komme dir alles rein. Nein, ich fall runter. Nein, nein, nein. Bist du runtergefallen? Ja. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Er ist tot, er ist tot. David ist tot. Nein, ich habe mich gerettet. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich sehe mich, ich sehe mich. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Hey, ich bin nicht. Ich bin nicht. Nein, nein, nein. Junge, 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 Junge. Junge, Junge. Oh mein Gott, lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Hä, ich war auch neben drin. Ist dein Spiel verpackt? Nee, Digga, ich bin zu krass, Mann. Ich habe dich wunderbar berührt, Mann. Ich habe dich auch safe berührt. Nee, du hast mich safe nicht berührt, Digga. Ich habe es nicht gesehen. Das kann nicht sein. Nein. Ja, jetzt, oder? Ich bin tot. Hä? Digga, was ist das? Das kann nicht sein. Jawohl, das ist für mich. Ich bin super. Ich bin jetzt super, eigentlich, Mann. Du bist super, ja? Nee. Also ich glaube, eigentlich, hier irgendwo wäre ein gutes Versteck. Aber es ist irgendwie, es gibt super wenig, wo man sich irgendwie reinstellen kann oder oder dahinter oder irgendwie so. Oh, okay, ich try was. Ich try was, Guys. Aber dann habt ihr leider nichts Interessantes zum Angucken. Ich brauche Leben. Neun von zehn Versteck? Tatsächlich losgelöst von der Erde. Krass. Boah, das wäre eigentlich stark gewesen. Ich bin gemutet. Warum geht er nicht rein? Weil wir ohne Sub-Area spielen, Kaso. Wir spielen ohne Sub-Area. Er hat es geöffnet. Er hat es geöffnet. Aber er... Bruder, du bist ultra korrekt. Aber wenn du von Vic kommst, also du wusstest aber, dass ich da drin bin, oder? Du wusstest, dass ich da drin bin. Dann ist das halt so. Bro, ich habe dich voll berührt. What the fuck? Das kann doch nicht sein, dass ich wieder als Erster gefunden werde. Oh, nein! Nein! Nein, ich kann mich! Hä, ich berühre dich so krass. Bruder, bei mir hast du mich noch nicht berührt. Ich schwöre. Ich war in dir tausendmal. Hä? Ich bin vor dir. Ich laufe... Bro, ich laufe vor dir, damit ich dich berühre. Mach mal. Ich stehe neben dir. Ich stehe in dir. Das ist so krass, Digger. Keine Ahnung. Ich springe auf dir. Ja, crazy, Digger. Ich bin der düngste Mario Odyssey-Spieler der Welt. Ich betone. Bro, was hast du getan? Ich wollte... Oh, mein Gott. Ach so? Wann kommen die ersten Tipps? Moment, ich mache gerade Faxen. Ich glaube, Hibi ist einfach nur ein Hothead. Ich bin kein Hothead. Okay, krank. Okay, ja. Okay, ich habe jetzt genug Faxen und Stream gemacht. Okay, Tipp. Ich war auf jeden Fall schon mal... Ich habe wieder Wichsmorschus. Und zwar ganz, ganz dünne. Okay. Es kam sogar einer deiner Zuschauer rüber und hat mir 100 Bits gespendet, um mein Versteck zu loben. Was? Also, ich bin mit dem Hothead von ganz oben runtergejumpt. Aber oben war es noch nicht. Da habe ich alles abgesucht. Nein, also jetzt nicht vor kurzem. Also, es ist jetzt schon ein bisschen her. Also, das war bevor du David gefunden hast. Hä? Oh shit, ich habe ihn gekillt. Oh man, ich habe meinen ganzen Bildschirm mit GIFs vollgeklatscht, die sogar räumlich ins Bild passen. Also, ich bewege mich wirklich kein bisschen. Ich würde euch so gerne einen Screenshot von meinem OBF schicken, aber dann seht ihr, wo ich bin. Ich habe den Hammerbruder gar nicht freigeschalten, das merke ich gerade. Jawoll! Was ist? Er hat mich. Hä? Ich stand in der Tür hinten beim Käse, in der schwarzen, also in der Tür, aber nicht in der Loading Zone, im schwarzen Schatten der Tür, wenn man sie öffnet. What the fuck? Und man muss wohl ganz, man muss wohl ganz kurz meine Nase im Schatten gesehen haben, als ich die Tür geöffnet habe. Okay, I'll go in the Odyssey. See ya. Goodbye. Okay. Wait. You should tell me where you're hiding. You're in the right, you're in the right Discord Coral, don't move. Okay, okay. Maybe, maybe, maybe. On the island? On the top, I would hide on the top. Okay, okay, I'll hide on the top. I'll hide on the top. Okay, if I don't fight... Oh, jetzt ist er gegangen. Ich wollte noch eine Wette mit ihm abschließen. Bruder, wo ist die... Ich finde die Stop-Area nicht. Hä? War die nicht hier? Wo ist die Stop-Area? Hapsi, Hapsi. Hapsi, Hapsi. Hapsi, Hapsi, Hapsi. Hey, Smallin, do you know MarioFan 888? He's a big musician in Germany. A very famous musician in Germany. This is our Taylor Swift. Ich geh jetzt in den Shop. Irgendwann müssen sie sich in diesen scheiß Shop feststellen. Ja, ja, genau. Ich hab auch in den Shop gedrückt. Nein, keine Schau. Ist da oben bei der Odyssey so ein rotes Etwas ist? Ah, es ist jemand im Shop. Es ist jemand im Shop. Ich bin dabei raus. Er lebt, aber er ist im Shop. Er ist im Shop. Er ist im Shop. Kommt hoch, ich warte draußen, warte. Er ist noch nicht rausgekommen. Doch, doch, Smallin. Smallin war im Shop. Er hüpft runter Richtung Odyssey. Er bleibt oben. Er ist gepunkt. Er ist gepunkt, der Ehrenlose. They're chasing me. They're chasing me. Auf der Brücke, auf der Brücke. Richtung Odyssey. Richtung Mondröhre. Er ist nicht in die Mondröhre. Hinter der Odyssey. Hinter beim Cooper Free Running. Männer, ich brauche eure Hilfe. Er rollt Richtung Brücke. Richtung Brücke. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Ne, ne, alles gut. Ich lieg grad voll auf ihn zu. Ah, nein. Ich hatte ihn fast. Er ist runtergejumpt. Er ist jetzt bei der Mitte. Scheiße, er ist wieder oben. Richtung Brücke, glaube ich. Ich bin jetzt schnell. Oh, mein Brücke hat einen. Er ist first gestorben. First gestorben. Smallin auf dem Weg nach oben. Weil ich bin ganz oben. Nein, 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 nein. Er ist unten bei den Stämmen. Bleib mal hier stehen. Ich hab ihn. Nein, Ping. Ping. Ich hasse den Ping. No, no. 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 Er ist auf dem Käfig. Er ist gepunkt. Er ist gebunden. Er ist ne Lava. Er muss ne Lava. Jawoll. Man muss das Vieh einfach nur jagen, bis es sich selber erledigt. So, nicht anders. Okay, Amethyst und Crafty. Ah, ich sehe Amethyst. Ich tue aber so, als ob ich es nicht sehen würde. Wo ist Amethyst? Über dir, Vic. An der Säule. Die Säule, wo sich dieses Ding dreht. Ah, echt? Ja, ja. Pass auf, pass auf. Ich hole die jetzt. Ich hole die jetzt. Unter dieser drehenden Plattform, wo der Mond ist. Da ist sie. Okay. Ich gehe auf die Plattform. Nein, ich bin gebongt, aber ich habe sie vertrieben. Ja, okay. Amethyst läuft. Okay, sie läuft wieder Richtung Odyssey. Sie läuft auf der Brücke. Auf der Brücke. Äh, ich habe sie verloren. Jawoll. Ich habe sie. Let's go. Ich habe sie gefuckt. Oh nein, hier ist Klepto. Oh nein, das wusste ich nicht. Jetzt habe... Junge, jetzt muss ich diese Klepto-Scheiße machen. So eine dumme Scheiße. Nein, der ist hier bestimmt. Ich komme auch. Ich bin auch da. Weg hier. Könnte der da auf der anderen Seite irgendwie sein? Das ist ein Mond. Ja, der ist hier. Oh mein Gott, der ist hier, Leute. Der ist in der Sub-Area. Der ist, aber ja, ich brauche Käppi. Okay, aber kommt, kommt. Der ist hier. Ich bewache den Ausgang. Ich bewache den Ausgang. Okay, warte, ich bin tot. Ich muss erstmal meine Käppi wiederbekommen. Einer von uns muss Käppi bekommen. Äh, 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 geht Richtung Ausgang. Äh, geht Richtung Ausgang, das Hottet. Äh, geht Richtung Ausgang. Was? Ich war in ihm, Alter. Shit. Ja, warte, ich habe Käppi. Bleib, bewacht den Ausgang. Okay, los, hol ihn dir. Hol ihn dir, Bro. Hä, Bruder, oh Mann, Alter, wie soll ich den denn jetzt kriegen? Ich versuche mal, in ihn reinzudeifen, aber das ist... Nein! Er geht durch die Röhre! Ja, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Let's go, TG. Das haben wir gewonnen. Das haben wir eindeutig gewonnen. Alter, wir haben gewonnen, Mann. Während David nun Sucher ist, verstecken sich unsere wackeren Recken erneut. Und ich habe mich dafür entschieden, mich als Wolke zu tarnen und mich auch so zu verhaltener, in der Hoffnung, dass ich einfach nicht auffalle. Vic hingegen hat sich ein ziemlich klassisches Versteck genommen. Er ist zur Insel hoch, auf der das Gemälde ist und hat sich dort in der Truhe versteckt, da bei David die Truhe normalerweise als geschlossen angezeigt wird. Und Shimtex hat sich auch die Hilfe von einer Verwandlung geholt, sich mit der Wolke die Treppe passend hingeschoben, sodass er ebenfalls zum Kaskadenland-Gemälde kommt und hat sich nun dort versteckt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Here we go again! Wo ist David? Er ist voll geil. Also auf der Map siehst du halt super viel. David, wenn du da jetzt diesen Stehweg machst, da ist der Captain Toad. Ja. Danke. Ja, kann ich? Ich hasse es so sehr. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich musste da hin, weil da drüben die Treppe von diesem Eisblock ist. So, und wenn er nach oben hüpft, dann würde er mich berühren. Meine Frage, hat David die Möglichkeit, sich überall zu teleportieren? Hast du einen Spielstand, wo du dich überall teleportieren kannst? Äh, nee, zum Beispiel auf die obere Insel habe ich gerade nachgeschaut, kann ich mich nicht teleportieren. Ja, okay, das ist natürlich gut. Digga, no joke. Ich wusste es, dass du da oben bist. Man hat deinen Schatten von unten gesehen. Stimmt, man sieht wirklich deinen Schatten unterm Eis. Ja, true. Ja, man sieht das. Ja, scheiß, muss ich jetzt runterkommen? Ja, musst du. Aber was, wenn du jetzt einen Impossible Jump machst? Ja, halt die Fresse. Kränchen, Kränchen. Ja, okay, 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 ich verpiss mich. Hast du den Schieb-Schieb geholt? Ja, alles gut. Und bei dir? Du auch alles chillig. Oh mein Gott, es ist einfach wie beim letzten Mal. Letzte Runde und David wird wieder ehrenlos Hops genommen. Ich hasse es so sehr. Das Ding ist, ich sage das jetzt gemutet. Mein Spiel ist Buggy, weil ich sehe deren Kaperung nicht. Er ist ja eigentlich ein Fisch, ne? Und eigentlich müsste ich das auch als Fisch sehen. Also er schwimmt als vorne im Wasser, als Cheep-Cheep rum. Also mein Spiel ist irgendwie broken, aber sie sehen auf jeden Fall die Kaperung. Ich wusste es, Digga, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste nicht, ob du es weißt und deswegen bin ich geflohen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das kann doch nicht sein, Digga, ich fahr doch in dir. Ja, Mann, nein, ich bin Fisch, Junge. Junge, es sieht so strange aus, wenn du in den Fisch wegschwimmst, ne? Oh mein Gott. Nein, wer was? Hä, Digga, was ist denn mit beiden passiert? Digga, was ist denn mit beiden passiert? Hä? Was ist denn mit beiden? Was ist denn mit beiden? Was ist denn mit beiden? Sind die beide tot? Digga. Bro, die sind verfolgen. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, weil, also, wir, diejenigen, die es versteckt haben, bei mir stand da nur Schirmtext. Hübi stand da bei mir nicht. Bei mir standen alle drei. Okay, okay, das ist dumm. Oh, Digga. Ey, Hübi, das sah so aus, als ob du im Batmobil unterwegs bist mit diesem Fisch. Ey, no joke. Also, als du auf diesen Eisberg hoch bist, wusstest du, dass ich die Wolke bin? Äh, nee, ich wollte mir, weil du meintest ja, hö, 24,7. Also wusste ich, wenn ich mir eine Highposition verschaffe, vielleicht sehe ich dich irgendwo. Du hättest die Wolke nicht, hättest du die Wolke nicht abgecheckt, Junge? Äh, ich wollte die nicht abchecken. Junge, bummst mein Leben. Um mein Gewissen zu beruhigen, habe ich mir jetzt im Schnitt nochmal die Wolkensituation aus Davids Sicht angeschaut. Und er sieht einfach meinen Namen und meinen Schnurrbart und sagt, er hätte die Wolke nicht abgecheckt. Also, ich habe mich zwar geärgert, dass ich geflohen bin, aber ich wäre 100% aufgeflogen. Dementsprechend im Nachhinein, muss ich sagen, alles richtig gespielt. Wenn ich in der Wolke geblieben wäre, wäre ich gestorben. Ja, Schimtex, das wird jetzt ärgerlich. Schimtex ist beim Gemälde oben bei der Holztreppe. Da, wo man die Holztreppe pusten kann. Der steht jetzt oben beim Gemälde. Na, wie geht's? Positioniert euch mal unten. Ich schieb die Holztreppe rüber. Junge, jetzt kreisen wir in ein, Alter, wie ein... Er flüchtet, er flüchtet, er flüchtet. Ich fliege auf ihn zu, ich bin über ihm. Flüchtet der? Ich sehe nichts. Er läuft, er läuft, er läuft. Ich bin über, ich bin Helikopter, ich bin Helikopter. Ich bin genau über ihn. Junge, du bist eine Wolke, du bist einfach so ein Polizeihelikopter. Ja. Ich brauche dieses Polizeiteam, Junge. Junge, wo ist der? Da, ich sehe ihn. Ich bin das Fisch im Wasser. Ich bin Polizeihelikopter. Ich kriege ihn. Tja, Digga, ja, 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 ja. Jawoll, 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 jawoll. Zahl von eins bis drei. Zwei Schimtex sucht. Oh, damn, perfekt. Let's go! Ja! Okay, dann bis gleich. Let's go! Oh ja, stimmt! Oh, ich kann... Oh ja, eigentlich will ich das... Okay, doch, das Versteck will ich nochmal tryen. Oh, shit. Hmm... Ups. Nee, ich... Ich geh jetzt los. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Versteck. Ja, geht so. Ja, ist absolut krass, mein Versteck. Nee, ihr seid safe. Alle in Sub-Areas. Also, wenn die Möglichkeit jetzt besteht, dass man in Sub-Areas kann, ihr seid 100% überall dort. Vielleicht? Vielleicht nicht. Gott, nein! Was? Das ist ja die schlimmste Sub-Area der Welt. Das ist ja wirklich die miserabelste Sub-Area überhaupt fürs... Oh, nö. Was gibt's hier alles für Sub-Areas? Was gibt's hier alles für Sub-Areas? Es gibt die 2D, dann die mit dem Dino, wo du die kleinen Viecher kaputt rennen musst. Ja, genau. Und der bin ich gerade. Und die meine ich auch. Den finde ich gar nicht mal so schlimm. Hä? Weil hier kannst du ja in jedem dieser Blöcke sein. Ah, true you are. Aber die kannst du mit dem Dino echt schnell umrennen. Warte, ist das die Dino-Sub-Area? Ja. Hä? Alter, mein ganzer Chat so, nimm die Dino-Sub-Area, die kennt keiner. Ja hä, das ist einfach eine Random-Tür beim Checkpoint. Alter, ihr seid alle solche Heuchler, Freunde. Ihr seid solche Heuchler. Ob hier wirklich keiner war. Ich dachte, safe. In dieser Super-Mario-Odyssey-Area sind zwei Monde. Aber weißt du auch, wie man sie bekommt? Bleib bis zum Ende dran. Liken und abonnieren für mehr. Wie so ein Short anfangen. Ja, genau so soll es auch sein. Haben wir schon Tipps gegeben? Ne, aber wirbt mal Zeit. Haut mal raus. Ich bin auf der Oberwelt. Ich bin auch auf der Oberwelt. Ich bin in der Sub-Area. Wirklich? Okay. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich bin so im nördlichen. Also obere Hälfte. Ich geb dir noch einen Tipp. Ich hau noch einen Tipp raus. So, und zwar bin ich nicht nur in CDE, sondern in 345 auch noch. 345. CDE 345. Timo, soll ich dir einen Tipp geben? Yes, Sir. Warst du wirklich in jeder Sub-Area drin? Hä? Ich dachte, du bist in keiner Sub-Area. Wer weiß. Hä? Du hast doch gesagt, du bist in keiner Sub-Area. Ja, ja, ja. Ich bin... Freunde. Ich bin in keiner Sub-Area. Hä? Das ist vielleicht in der Nähe einer Sub-Area. Oh, wait. Vielleicht ist er irgendwie... Ja. Petra hat geschrieben, Shim-Text hat noch niemand gefunden. Ach, krass. Hm. Ja, crazy. Okay. Den hab ich auch nicht mitbekommen. Mann! Bleib doch hier! Hä? Hey, ich berühr dich doch! Bro! Das ist so ein lahmarschiges Kackversteck. Als ob ich ihn gar nicht gesehen hab. Ja, Dinger, du bist ja tausend ohne meinen Tipp. Wärst du da nie hingekommen. Ja, aber das ist ja so billig eigentlich. Kennt ihr diese Sub-Area, wo man diese Ketten unter einer... aneinander schleudern muss? Ah! Oh, ich hab ihn! Ah! Shintex, ich geb dir noch einen Tipp. Noch einen Tipp. Okay, krass. Ich bin nicht in 3, 4, 5, sondern in 3, 4. Okay, nee, warte. Der ist total hohl, weil in 5 ist nichts, seh ich gerade. Okay. Äh... Okay, passt auf. Ich bin in 3. Drei. Drei. Welche Buchstaben? Die unteren. C, D, E, 3. Warte mal, Map war doch Steuerkreuz unten, ne? Nein, Minus. Minus. Ah, Minus. Ach stimmt, aber ich kann euch zugucken. Oh mein Gott, ich kann euch ja zugucken. Echt? Ja. Die spawnst du da nicht? Oder stehst du da nicht auf oder so? Nee, nee, ich die spawne nicht. Das ist die Tür. Ach so, die Tür da unten. Da warst du doch nicht? Nein, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo ist diese zweite Kacktür? Hast du ihn gefunden? Nein, aber hier muss Vic drin sein. Okay. Aber das ist voll geil. Wenn ich euch zugucke, dann seh ich auch eure Perspektive quasi. Äh... Hübi, bist du Sucher? Ja, Hübi, du bist Sucher. Hübi, du bist Sucher. Ich seh da ein Versteck, Bro. Nein! Du bist im Wasserfall drin. Nein! Der wird schon wieder am Cheaten. Nee, diesmal bin ich nicht schuld. Wo ist er? Wo ist er? Er ist im Wasserfall. Im Wasserfall? Was? Bro, keine Ahnung, man. Hast du dich da reingeslitscht? Nein, ich hab den Namen einfach gesehen. Ah, Mann, weil ich in den Verstecker, in diesen Beobachtungsmodus gegangen bin. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Aber oben im Wasserfall, Timo. Oben im Wasserfall? Ja, der stand da irgendwo in diesen Knochen oder so. Ich glaub, Hübi ist auch nicht mehr dort bei diesen Knochen. Ich seh da zumindest. Ja, nein. Der ist safe weg. Ja, als ob er da so bleibt. Eier aus Stahl hätte er, wenn er's machen würde. Hübi, wenn du Eier hast, Hübi. Wenn du Eier hast, geh zurück zum Knochen. Hm, okay. Ich bin legit interessiert, dahin zu gehen. Risiko, Risiko. Oh. Komplett useless. Ah. Okay. Hm. Äh, Timo, bist du da unten? Ja, das bist du, ne? Ja, ja, das bin ich. Okay, okay. Er ist doch nie im Leben noch hier, oder? Ich dachte, du hast mich gefragt grad. Mal wieder. Oh. Ich hab weggegangen, Timo. Scheiße. Was? Wo war er denn? Am Ende der 2D-Area kannst du so nach oben springen. Und hier ist ne Röhre und saß er hinter der Röhre gerade. Ja, das ist da, wo die Lila Coins sind, oder? Ja, ja, ja. Aber, äh, ich hab die ganze Zeit gehofft, dass die Hitbox nicht so groß ist. Weil du warst so vor der Röhre, aber hast mich trotzdem berührt. Ja, mein Schlong ist so groß, der hat dich berührt. Willst du mal wieder Zeit für nen neuen Tipp? Ja, klar ist mir mal wieder Zeit für nen neuen Tipp. Alter, ihr seid jetzt zu dritt, Digga. Und ihr habt vorhin mein Wasserfallversteck gefunden, so. Hä, hä, so als... Ja, okay. Ich bin wieder im südlichen Teil der Karte. Oh, okay, nice. Aber bei drei Suchern müsste es doch reichen, oder? Er ist wirklich dort. Er ist wieder mein Knochen. Ich hab ihn im Auge. Ich springe aber nicht auf den Zug. Oh, er hat Eier. Und man zieht halt gar nicht, wenn er runterspringt. Ja, eben. Deswegen behalte ich ihn mit dem Auge. Keine Ahnung? Zu mir hoch? Oh, er springt weg. Ja, David, magst du im Wasser warten? Er springt weg. Wo ist er? Er läuft Richtung Dino. Achso, okay. Da oben. Verdammt. Er ist bei den Kettenhunden. Er geht zur Brücke hinter. Nein, er ist hinten. Er ist hinten, ganz hinten. Bei dieser Röhre, wo David war. Er geht in die Röhre rein. Das ist in der Subway. Welche Röhre? Bin ich blöd? Die Mondröhre? Nein, diese Röhre, wo du dich in der Nähe versteckt hast, David. Achso, hier, Bro. Hä? Ich dachte, die waren beim Wasserfall. Wie habt ihr das denn so schnell gemacht? Wo man die Dinger hinschleudert, die Kettenhunde gegeneinander schleudert, aber der verlässt die gleich. Nein! Yes! Das hab ich gar nicht geschafft. Jetzt haben wir das nicht geblättert. Oh, shit. Dann suche ich. Okay, alles klar. Dann gehe ich auf die Suche. Und die anderen drei haben sich für folgendes Versteck entschieden. Shimtex ist an die Kante gegangen, wo man von der Rutsche nach oben runterrutscht und hofft, dass ich mich nicht nach hinten umdrehe. Vic, an einer ganz ähnlichen Stelle, hat sich aber hinter dem Torbogen versteckt, um immer außerhalb meines Sichtfeldes zu bleiben. Und David ist im Anfangsbereich gegeben, aber ganz oben an der Stange. Okay. Die Gegend hier ist gar nicht so groß. Das heißt, ich kann sehr gründlich vorgehen. Okay, okay. Wo versteckt ihr euch? Aber so dein Sommeroutfit ist auch nicht so warm. Ja, ist auch. Ja. War noch im Urlaub vorhin. Ja. Willst du uns suchen oder Mario Odyssey durchspielen? Ich finde gerade Mario Odyssey durch. Aber ich habe jetzt eigentlich den ganzen Erstbereich abgesucht. Aber jetzt steht die alle unten in den Unkleiden oder was? Ja. Ich dachte wenigstens, dass einer hier oben wäre. Ja. Ja. Nein, warum habe ich dich nicht? Ja. Nein. Ich habe dich die ganze Zeit gesehen. Ich wollte dich in Sicherheit wiegen, du kleine Sau. Ich habe dich von Anfang an gesehen. Ah, die Penner, Digga. Vor allem im Chat alle so macht, Digga. Das ist voll das gute Versteck. Ja, was auch ein gutes Versteck ist, ist Chimtex. Der denkt da runter. Nein. Da ist da keiner. Ich bin einfach viel zu smart für euch. Das ist eine Sub-Area, Bruder. Das ist eine Sub-Area. Das ist eine Sub-Area. Ja, okay. Easy, Digga. Der Weg ist hier auch. Der war ursprünglich an diesem Tor hier, wo ich gerade bin. An diesem Bogen. Ja. Der muss hier irgendwo sein. Ich wollte gerade sagen, weil der kommt auch nicht mehr zurück eigentlich, ne? Ich dachte doch, du kannst auch die grüne Röhre aus. Und dann bist du wieder... Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade rausfinden, was mit der grünen Röhre passiert. Ah ja, die bringt einen nach oben. Okay, okay. Dann wird er wahrscheinlich im Oberbereich sein. Oh, er ist gerade runtergejumpt. Er ist gerade runtergejumpt. Das ist er. Mann, ich wollte ihm silent folgen. Tut mir leid, tut mir leid. Alles gut, alles gut. David, bist du oben? Bewach die Röhre im Hauptraum. Was? Mann! Ihr seid doch hier gelandet. Ihr seid doch hier gelandet. Du bist ja paralysiert ganz kurz. Oh, das ist ja so gut. Ah, der Bock stark stimmt. Ich mach genau das. Alles oder nichts. Ich will es einfach mal probieren. Ich will es probieren. Es ist Bayblades. Bayblades. Bayblades, Bayblades, let it rip. Alle in Verstecker, Tim sucht. Und der erst, also bis Tim einen gefunden hat, darfst du dich nicht bewegen. Genau. Drei Minuten Timer läuft. Go. Okay, auf geht's. So, meine Freunde, fürchtet mich, es geht los. Zit-zit-zit-zittern. Mein Mario zittert echt die ganze Zeit. Es ist ganz schön k-k-k-kalt hier. Wir warten einfach ein bisschen an der Odyssey. Wir warten an der Odyssey. Irgendjemand wird schon disconnectiert. Ach, du Heilige. Jetzt fühle ich mich aber wirklich auf dem Mond. Oh Gott. Okay. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Ich bin noch nicht so weit weg von der Odyssey. Ich seh's. Was ist los? Was ist passiert? Seid ihr echt da alle auf der Insel von der Kirche, oder was? Ah, guck mal. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn jetzt krieg. Ja, ich springer ihn auf ihm rum. Hä? Jetzt vielleicht? Ah ja. Ich bin hier drinnen, aber es passiert nichts. Ja, okay, aber zählt, oder? Ja, ja. Alright, so. Ab jetzt darf man noch wieder abhauen. Oh nein, der ist wieder da. Ja, jetzt nochmal Sefi. Dich hab ich. Oh, Sefi gefunden? Wo sind wir schon drei? Auch in der Kirche, da an einer Ecke. Ich will einfach mal Sefis runtergefallen, oder? Sefi kommuniziert nicht mit uns. Oh, ich kommuniziere schon. Aha, aha, aha. Nein, das gibt's nicht. Das ist normaler Frosch, oder? Ja, das ist normaler Frosch, bro. Das ist keine Ahnung, oder? Sefi, da oben ist jemand. Das gibt's doch nicht. Ich bin auf dem Dach der Kirche, aber jetzt kommt's um den nicht, Alter. Das muss, das muss David sein. Ja. Wie kann der denn hier so abhauen? Das war letztes Mal auch schon auf der Kirche. Nein, Sefi hat mich. Aha, Alter, David. Wie bist du da weggekommen? Ah, schwieriger Hase, Junge. Also, ich geb' euch mal einen krassen Tipp. Okay. Nerden nicht haben das selbe Versteck. Ach, du Ficker. Hä? Wo hast du dich versteckt, Nerdy? Ja, aber... Nicht da, wo du dich versteckt hast. Aber ich seh dich. Ach, dann sind's doch vier Sucher und vier Verstecker. Ah, okay. Sein Versteck ist schon... Was sagen die denn? Hä, was ist mit meinem Versteck, Nerdy? Das ist Imba. Weißt du, wo ich bin? Ja, klar. Hä, woher? Ja, na ja. Das ist gut sichtbar. Irgendwie in der Glocke. Habt ihr schon in der Glocke geguckt? Oh mein Gott! Was ist mit meinem Versteck, Digga? Guck mal, Hübi ist direkt am Anfang bei der Odyssey. Der hat sich bei diesen Personen dort versteckt. Ja, ich glaub, das Versteck ist immer. Ey, du Wichser! Ey, du Sackgesicht! Junge, wo? Scheiße, was tut er, was tut er, was tut er? Verdammte Kacke. Oh nein. Ich muss ihn beobachten. No way! No way! Bist du tot? Nein, aber ich weiß, wo... Ich hab jemanden gefunden. Ey, ey, ey! Jungs, kommt mal bitte zum Anfang. Die sind hier oben auf diesem Gesteinsding ins Kirchen. Waren, Jungs, kommt! Wo seid ihr denn? Bitte, helf mir doch, Junge! Wohin denn? Jetzt ordentlich sie am Anfang. Hier, Hübi, jumpt hier rum. Oh, Hübi, das ist so uncool. Okay, ich geh links rum, aber wir müssen... Nein, 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 alles gut. Alles gut. Nein! Oh, ich hab Nerdy gefangen. Er ist gegen mich gerollt. Okay, ey, die Jungs, die sind in der Mitte. Alle dahin. Ja, Safi. Ja, Safi haben wir schon... Junge, jetzt verpischt dich. Was soll? Nein! Oh Mann, ich bin tot. Hä? Jetzt vorbei, jetzt vorbei. Junge, wenn du jetzt... Ich bin gestorben? Wieso bin ich gestorben? Tim, komm schon, komm schon. Weil ich reagieren kann. Junge, ist gleich zu krass. Ich bin schon wieder vorbeigesprungen. Das würde mich jetzt wundern. Er springt drunter zur Odyssey. Er springt drunter zur Odyssey. Die Richtung, die Richtung. Die Richtung, die Richtung. Die Richtung, die Richtung. Er springt wieder... Nein! Ich bin jetzt fließt! Nein! Ich mach fantasisieren! Ja! Oh mein Gott! Ach, Schimpfix hat der AMB auch noch nicht. Der Schimpfix ist jetzt der Letzte. Hey, Schimpfix! Bist du hier drin? Oh mein Gott! Alter, Leon! Gebt dir mal dieses Versteck! Imagine, hier wär jemand drin so. Ja, ich bin reingefallen, aber ja. Egal! Alter, wär das unfair! Halt die Fresse! Okay, das wär das intenseste Versteck aller Zeiten gewesen. Jetzt hör ich schon wieder In-Game-Sound von irgendwo. Soll ich euch nen Tipp geben? Ich geb euch den ersten Tipp, okay? Ich bin zu 100% bei der Kirche. War ich die ganze Zeit. Ich wusste, dass das er da irgendwo ist. Oh mein Gott, ich glaub, ich seh ihn. Oh mein Gott, ich seh ihn, ich seh ihn, glaub ich. Halt die Schnauze! Das ist Doktaugen. Halt die Schnauze! Ah, da ist Schimpfix, du Ehrenloser! Ich seh ihn auch, Alter! Ich seh ihn auch, Alter! Du Ehrenloser! Holy Shit! Props! Ich hab das mal irgendwo gesehen, ich weiß aber nicht mehr. Ah, ja, ey! Informiert sich hier! Junge, Junge, Junge! Wunderbar! 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 Ich liebe dich! Ich, ich, ich habe eine Hund! Ich, ich, ich habe eine Hund! Ich, 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 ich habe eine Hund! Ich, 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 ich habe eine Hund! Ja, ja, das ist das! Oh! Wir haben Google Translate da! 3, 2, 1, hier wir gehen! Good luck! Hat hier eigentlich irgendjemand ein kratzes Versteck? Nein! Nein! Das, hier habe ich auch kein Versteck gefunden! Ich, ich überlege, ob ich, äh, das mache, was ich am Dienstag gemacht habe! Ich gehe in das Sub-Array da hoch und spring da runter! Ja, ja, wo waren wir am Dienstag? Aber ich meine, das werden die auch checken, aber ich glaube, das ist das Beste, was ich bieten kann! Oder, stimmt Texas, das ist so hohl! Das ist wirklich dumm! Das ist so unglaublich dumm! Wir gehen beide ins gleiche Versteck! Ja! Bro, wollen wir das? Aber, aber, aber wir machen Big Brain draus, wir, wir trollen die richtig hart! Glaubst du, glaubst du, wir beide, wir beide verarschen die Franzosen! Wir machen das! Bruder, wir werden beide gleichzeitig! Okay! Gott, ich habe absolut keine Ahnung, ich glaube, die suchen jetzt gleich! Ja! Schreibt schon rein! Oh Mann, hinterm Braunkleid ist voll beschissen, Alter! Bro! Oh Mann! Junge, ich nehme das Tod! Ich nehme jetzt das Todzelt! Das Problem ist, die kennen gefühlt jede Map auswendig, so während wir gefühlt am Dienstag das Spiel neu gelernt haben! Das ist wirklich so! Ich habe so ein richtiges Uga-Bunga-Versteck! Ich bin einfach im Shop! Ist egal! Ist egal! Ist egal! Das ist eine gute Frage! Die Verkäufer sehen mich an! Sehen die mich auch bei denen an? Junge, ein Franzose ist hier vorbeigelaufen am Todzelt! Junge, es hat funktioniert! Toad! Ich liebe dich! Ah nein! Du hast Todzelt gemacht? Ja! Er ist vorbeigelaufen! Junge, das war eines unserer ersten Verstecke aller Zeiten! Ja, das stimmt! Oh mein Gott! Ich werde verfolgt! Ich werde verfolgt! Oh mein Gott! Zelt weh! Ich habe so Angst! Lauf! Los Mario! David, ich komme gleich an dir vorbei! Alles klar, aber ey! Mach nicht zu viel Drubel! Alles gut! Geh nicht zum Land! Zelt! Ich höre es schon! Oh mein Gott! Okay! Wir sind wieder vorbei! Ja, okay! Easy, 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 easy! Ich nicht verlauft! Ich feiere! Oh, Victor, schaust du! Okay! Ich auch nicht! Oh mein Gott! Ich bin oben! Huh! Richtig, genau! Aber ey, dickes Herz! Geht an alle Chats raus! Ah! Ich bin so am fliehen! Die sind alle hinter mir her! In dem Video? Wuuu! Wer macht? Die haben mich immer noch nicht! Hahaha! Das zählt! Das ist ja keine Sub-Area, oder? Ich glaube, die können mich nicht berühren! Okay, ich sage dir mal kurz Bescheid! Ja gut, die haben mich! Viel Glück! Oh, jemand hat die Sub-Area betreten! Oh shit! Oh shit! Eine Person hat die Sub-Area betreten! Wo siehst du es? Ich sehe unten! Ah, da hinten! Der checkt das Dach! Ey, ich überlege, ob ich jetzt aufs Dach gehe! Ich überlege, ob ich jetzt aufs Dach gehe! Ich glaube, ich gehe jetzt raus! Warte mal, ich warte, bis der sich noch bewegt! Aber wenn du halt rausgehst, da sind halt drei Leute draußen, ne? Oh mein Gott! Was zum Teufel! Der ist genau da! Der hat dich abgefangen! Nein, der war zufällig dort! Oh nein! Bro, wo ist er? Wo ist er? Der muss doch da jetzt gleich kommen! Oder sehe ich ihn nicht? Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er! Oh Bro, ich muss da aufpassen! Puh! Oh shit, oh shit, oh shit! Okay, ich habe keine Ahnung, ob der mich gesehen hat! Nein, ich bin gebombt! Fuck! Bist du auch am Abhauen? Ja! Oh nooo! Oh mein Gott, die machten uns so fertig wirklich! Also die machten uns vor allen Dingen mehr fertig als Small End! Die sind echt crazy, ey! Anderes Level-Tri-Hard! Ja! Oh, der hat mich mit seinen eigenen Cap gebaut! Nooo! Ich wurde gefangen! Ich bin noch... Ah, jetzt ist er oben! Jetzt ist er oben! Die Frage ist, hat er mich gesehen? Okay, er geht... Geht er raus? Er geht... Er geht raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh wieder nach oben! Okay! Oh! Jemand ist wieder in meiner Sub-Area! Der hat wieder nachgekommt! Shit! Wenn jetzt noch ein zweiter kommt, bin ich am Arsch! Oh shit, nein! Jetzt ist noch einer drin! Okay, ich bin am Arsch, Digga! Ja, der steht jetzt... Der steht jetzt da und beobachtet während der andere... Ja, ich bin am Arsch! Okay! Oh nein, der ist wieder runter! Der ist wieder runter! Oh mein Gott! Oh sche... Oh, da kommt der! Fuck! Da kommt der! Okay! Oh shit! Oh shit! Da ist jetzt ein zweiter! Ja, ich muss... Ich muss hier bleiben und hoffen! Oh mein Gott! Soll ich jetzt auf deine Reaktion... Sehr stark, Bro! Sehr stark! Nein! Da kommt noch einer! Was? Da kommen jetzt drei drin! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich glaub, die haben mich gesehen! Ich glaub, die haben mich gesehen! Ja! Nein! Sie kommen! Oh no! Shit! Off, lol! Der hat mich von oben gecatcht! Mashallah, der war krass! Jungs, sie haben Angst! Was soll ich tun? Bro, einfach nicht bewegen! Nicht flüchten! Auch wenn sie kommt! Das ist so ein versteckter... Das musst du aussitzen so! Bekommt man direkt Zeltweh in der Hose! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh nein! Er ist auf das Oga Bunga Versteck gekommen! Ey, aber trotzdem! Super! Nee, jetzt war nicht komplett! Ich mach... Oh! Oh mein Gott! Okay, ich hab... Alles gut, alles gut, alles gut! Also, fünf Sekunden noch! Ne, ihr könnt kommen! Ihr könnt kommen! Okay, let's go! Oh! Ich hab ein Versteck genommen, wo ich mir denk, das könnte als Sardinenbüchse dann ganz lustig werden! Okay, okay! Ich hab eine ungefähre Idee! Oh mein Gott! Das ist so crazy, wenn du einfach direkt von Anfang an von vier Leuten gesucht wirst! Ja, schon geil! Reichen Sieg Hardcore-Version! So viele Orte gibt's hier doch gar nicht! Als ob ihn noch niemand hat! Also, ich hab echt kein Hardcore-Versteck! Also, das ist wirklich... Das ist eigentlich ein Billow-Versteck! Ja, ich denk, glaub ich, zu kompliziert! Das ist so... Ja, ich stell mich da mal hin! So, so, so... So ein Versteck ist das! Also, am nähersten dran war bei mir bisher Vic! Was?! Also, das ist echt wirklich... Also, wenn ihr das Versteck sehen würdet ihr euch denken... Oh, boy! Ich hab vielleicht ne Idee! Also, ich seh... Ich seh euch auch regelmäßig! Okay, okay! Aha, aha! Okay, ich hätt echt nicht gedacht, dass... Also, ich seh grade... Ich glaub, das... Ich glaub, das ist David! Ich glaub doch... Also, ich glaub, David ist der... Oh, jetzt seh ich auch Vic! Was?! Also, äh... Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin auf der Overworld! Ich bin in keiner Sub-Area! Okay! Aber die Frage ist von wo? Okay, ich bin... Ich bin nicht mehr allein in der Büchse! Äh... Sefi und Nescu Vic haben sich zu mir gesellt! Waaat! Waaat! Sogar gleichzeitig, ne? Aber du hast, glaub ich, zuerst mal rührt! Bro! Oh, Bruder! Hahahaha! 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 Junge, ihr seid so häufig da vorne in die Tür, rein und raus, da oben rumgelaufen! Hahahaha! Das kann man auf alle Fall... Jawoll! Ja, Jungs, was geht? Ja, Alter! Was geht? Junge, David, du bist der offizielle Trottel! Ach, verdammt! David ist die Eins, Vic ist die Zwei, Schimtex die Drei! Und es ist die Drei-Schimtex-Suit! Alter, okay! Okay, in die Odyssey und zwei Minuten! Ey, ich vertrau auf meine Skills! Der wird loslaufen und dann... Ich bin einfach immer so... Warte mal so... Ich stehe einfach immer so zur Odyssey, dass er mich nicht sieht! Das ist, glaub ich... Ich glaub, das könnte funktionieren! Also entweder werde ich direkt das Erste gefunden, oder ich hab gewonnen! Auf geht's! Auf geht's, okay! Okay, wo seid ihr denn? Bruder, geht euer Herz gerade auch übel? Hahahaha! Ja! Ich check halt nicht, was er macht! Hahahaha! Glaub ich hab mich getäuscht, da war keiner... Naja, schade! Oder war da doch einer! David! Nein! Aus welchem Loch bist du gekommen? Das kann doch nicht sein, hä? Boah, ich hab... Egal, ist das denn Kacke! Naja... Alter, Verstecken ist übelst aufregend, man! Also mein Gedanke ist auf jeden Fall, dass Shimtex diesen Ort schon abgecheckt hat! Das Ding ist, David ist jetzt halt auch noch Sucher, ne? Aha! Wer ist denn da? Buder, nein! Was ist das? Super! Warum suchst du noch mal? Du warst das schon! Oh mein Gott! Ekelhaft! 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 Warum suchst du zweimal an derselben Stelle? Ja, ich geh jetzt aber nochmal hin! Ey Jungs, ich hab ihn! Er ist hier um! Er ist hier um! Er ist tot, oder? Nein! Scheiß jetzt! Oh Mann! Nein! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist unten bei der Röhre! Kacke, ich weiß nicht wo ich bin! Welche Röhre? Der läuft ja rum! Ne, das ist Fibi! Scheiße! Welches Outfit hat der? Er ist der Gangster, ne? Ja, ja! Richtig, genau! Ich hab so Angst! Er war in der Nähe bei Captain Toad, glaub ich, irgendwo! Ja, hier ist er! Hier ist er! Hier ist er! Bei Captain Toad an der Röhre! Er läuft in die Mitte! Hier wird sie in die Mitte! Ja, das ist doch eigentlich hier! Oh mein Gott! Super! Es ist halt zwischen 1 und 2! Ich halte die Kamera! Es ist die 2, David! Du suchst! Das Problem ist nur... Wer bist du denn? Wer bist du? Alles cool? Ja! Wie macht man das? Wie kommt man... Oha! Oha, Digga! Das ist so ein tighter Sprung! Ich hab so einen Scheiß versteckt! Aber gibt's denn hier einen Rückweg? Ich glaube, nein! Ich hab... Es ist voller Marsch! Da muss es doch irgendeine... Warte mal, ich hab ne Idee! Ich hab die Map schon mal in dem Video gespielt! Wait! 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 There's n Peace-Rutsch! Hä? Ne! Ich glaub da... Was erscheint denn hier? Pass auf! Jungs, 30 Sekunden noch! Sorge! No! Nein! Wirklich? Aber jetzt kann ich mir doch mal überlegen, ob ich das wirklich tun will! 2! 2! 1! Let's go! Let's go! Boah! Ich hab gar keine Ahnung von der Map! Ich hab mir die gar nicht angeschaut! Hey! So! Hello! Hä, was ist denn so lustig? Digga, was passiert bei euch? Ich habe auch so enttäuscht wie ich. Hä? Alter. Das ist, das ist, Junge. Aber das Gute ist, das Gute ist, ich meine, das ist so kacke. Das heißt, für andere wird es auch kacke. Ja, stimmt eigentlich. Okay, wollen wir Tipps geben? Ja, lass mal Tipps geben. Der eine oder andere von euch mag sich jetzt vielleicht fragen, hä? Warum geben die jetzt so früh schon Tipps? Naja, was wir euch jetzt hier irgendwie nicht so ganz erzählt haben, ist, dass wir hier 20 Minuten zurück aus der Runde einfach rausgeworfen haben, weil David einfach 20 Minuten gar nichts gefunden hat und auch noch dazu technische Probleme hatte. Es war eine ziemlich langwierige Runde. Dementsprechend kommen wir gleich zum spannenden Teil. Ja gut, also, David, du brauchst den Hammerbruder und musst etwas kaputt machen. Da findest du mich. Digga, ich habe alles kaputt gemacht am Anfang. Ich kann den gleichen Tipp geben. Ich auch. Okay, 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 okay. Beweg dich lieber mit dem Hammerbruder voran. Junge, ich höre richtig Davids Gehirn rattern. Schimmtex, Idee, Idee. Ich mal was, ich mal Buchstaben in den Schnee und du musst rausfinden, was es ist. Okay. Okay, warte, ich gehe rüber. Ich muss mich aber anders positionieren. Ja. What? Okay, das war der erste. Ja. Ja, ja, okay. Ich habe es richtig rumgeladen. Pass. Hä? Das war der zweite. Das ist eine dumme Frage. Okay, das war der dritte. Ja. Lol, what? Scheiße, das musst du gespiegelt sehen. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Okay, warte, ich mache nochmal, aber ich fange jetzt woanders an. Okay. Warst du schon in der Röhre? Okay, hast du? Ja, ja. Okay, ich fange. Nächster. Ui. Okay. Okay, ja. Und. Okay. Ja, was war das denn gerade? Aber ich kann mir vorstellen, was du mir gerade sagen. Okay, warte, ich mache nochmal, ich mache nochmal. Okay, ich fange hier an. Ich fühle mich gerade so dumm, es tut mir leid. Okay, ich mache nochmal. Es hört sich so an, als wärt ihr einfach auf so einer großen Schneefläche, wo man euch easy sehen kann. App dich, oder? Ich mache mal nur so. Checkst du? Ist das ein kleiner oder ein großer? Groß, ich mache immer nur groß. Was habe ich geschrieben? Ritzig. Ich habe absolut nicht in meinen Chat geguckt oder so. Alter, du hast nicht erkannt, dass du Ritzig geschrieben hast. So, ich spiele jetzt Spielchen, Junge. Ich bleibe hier in der Röhre. Ey, Vic, wie hast du dich vorhin versteckt? Ich war ja hier schon und ich habe genau die Ecke abgesucht. Hey, Junge, das kann doch gar nicht sein, Junge. Hä? Digga, hä? Hä? Warte mal. Okay, ich kann ihn nicht fangen, Digga. Aber du bist ja auch in meinem Team. Also bei mir bist du in meinem Team. Ah, ich bin Sucher. Ja, okay, du hast mich gefangen, du hast mich gefangen. Ey, Schimtex, wenn du Ehre hast, wenn du Ehre hast, machst du mal Stampfattacke. Okay. Ey, warte mal, warte mal. Das war gar nicht so weit weg von mir, glaube ich. Jetzt kommen schon Leute hier rüber so, man, David, bitte weile dich doch mal. Ey, wie kommen wir mit dem Hammerbruder hier rüber? Ja, gar nicht, das ist auch mein Problem. Doch, doch, das geht, das geht. Aber wie? Ich habe das schon mal durchgespielt. Normalerweise ist da am Anfang so ein Schalter, warum ist der hier nicht? Ey, ohne Witz. Schimtex, hast du den Schalter weggenommen, oder was? Sorry, Mann. Komm, gönn halt, gönn halt. Okay, pass auf, die sind wahrscheinlich da drin. Bleib da, wo du bist. Noll, wie hast du das denn geschafft? Das sind sie. Nein! Oh Mann! Ja, du schimt Dix! Nein, ich brauche die Puppe, ich bin zweimal letzter gewesen, Digga. Ich brauche die. Okay, hebe's tot, hebe's tot, let's go. Und Schimtex stirbt jetzt. Mann, natürlich waren die da drin. Ich bin nicht mal mit dem Hammerbruder rübergekommen, um das kaputt zu machen. Alles klar, we fucking did it. Das ist Zeit zwischen Eins und Sechs. Die Zwei sucht und das ist... Sefi. Okay. Sefi. Maschallah. Drei Minuten in die Odyssey. Drei Minuten in die Odyssey mit dir. Drei Minuten in die stille Ecke. So, ich glaube, das waren drei Minuten, oder? Seid ihr ready? Ja, eigentlich nicht. Ich bin ready. Okay, okay. Oh. Nein! Das hat ja eine Sekunde gedauert. Ja, okay. Ja, ich bin gestorben. Aber du warst stets bemüht. Das zählt. Hey, ich will ja nichts sagen. Aber ich bin der, der am schnellsten jemand gefunden hat. Alter, du hattest Glück, weil ich gerade in der Sekunde davor gestorben bin und mich hingehen musste. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis aus Blutschweiß und Tränen. Irgendwie, es kommt alles mal zurück, kommt dann irgendwie so. Irgendwie so. Wie ein Frisbee. Wie ein Frisbee, ja. Hä, Digga, aber ein Frisbee kommt gar nicht zurück. Ah, scheiße, sorry. Das ist mein Fehler. Wo? Ja, da ist doch jemand drin. Hey, der, wer im Wriggler drin ist, der sollte eigentlich tot sein jetzt. Ja, aber du bist tot. Ja, aber warum kann ich dich nicht fangen, wenn du im Wriggler drin bist? Ich habe keine Ahnung, aber ich haue jetzt der ab. Was ist hier los? Ich liebe jetzt, wie Wriggler einfach die offizielle Bezeichnung mittlerweile ist. Bruder, genau so muss das aussehen. Der Twopen-Wriggler. Der Twopen-Wriggler. Der Quoten-Wriggler, Alter. Robert. Oh, das ist schön, Digga, ist so schön. Ey, wir müssen wirklich mal Hide and Seek Mario 64 edition machen. Die PC-Version kann der wohl. Ja, da gibt es doch auch, es gab doch auch schon Mario 64 online, oder? Achso, das ist ein richtiger eingebauter Modus, oder was? Es ist was Insanenes passiert, das glaubt mir niemand. Okay, hau raus. Was ist passiert? Ich kann, ich sage das nach der Runde. Okay, ey, Jungs, es ist was geisteskrank, übel, heftiges passiert, aber ich sage es euch nicht. Ich sage es euch morgen, Digga. Weil ich es euch nicht sagen will. Ah, jetzt sich auch mal jemanden rumhüpfen. Achtung, Leon. Sefi scheitert grad, glaub ich, noch die Wand hochzukommen, aber Leon, ich würde jetzt übel aufpassen an deiner Stelle, weil Sefi kommt jetzt echt nah an dich ran. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hä? Hä? Hast du irgendwie gestorben? Natürlich, Digga. Hier. Natürlich, Digga. Hast du mich gesagt, waren die Blöcke nicht mehr da? Ich will nicht gucken, aber da haben mich schon drei Leute gefunden. Das ist so buggy, ey. Nein, nein, wo warst du? Wo warst du? Stimmt, Tix? Ich war... Ja, da, wo ich ihn gefunden habe. Hinter so Blöcken. Hä? Blöcke, die man mit diesen Viechern da kaputt machen muss. Ja, ja, genau. Und da habe ich dich gefangen. Ja, merkt ihr, wie Sefi Schlongard wieder so zehn Zentimeter gewachsen ist und wie seine Stimme sich gleich ändert? Das ist eine stolze Stimme, die da rauskommt. So, so dieses... Ja, ja, Digga, natürlich. Das habe ich natürlich ganz eindeutig so gemacht. Neu, Digga. Okay, Leon, das rauskommt. Oh, da warst du noch drei. Oh, scheiße. Ich glaube, Leon weiß, wo ich bin. Oh, scheiße. Ich weiß tatsächlich nicht, wo du bist. Nein, ich weiß tatsächlich nicht, wo du bist. Sehe ich das richtig, dass sich noch vier verstecken und vier suchen? David, Tim und ich. Genau eine kurze Frage wegen den Regeln. Wenn jemand vor jemandem flüchtet und dabei stirbt, ist er dann gefangen oder nicht? Ja, ja, ja. Sterben ist gefangen. Ja, aber dann... Moment. Dann ist aber Tim und... Moment. Man zählt sterben als gefangen. Wenn man einfach so stirbt oder wenn man bei der Flucht stirbt? Wenn du stirbst. Ach so, dann bin ich... Okay, dann bin ich gefangen. Ja, du warst ja vor mir und bist dann in den Sohn reingefallen. Ja, Sefi, ich habe es verstanden. Ich wollte noch in den Sohn, weißt du? Ey, Sefi, wie viele Leute hast du gefangen in dieser Runde? Und vor allem in welcher Zeit? Kannst du das mal bitte erzählen? Wen suchen wir jetzt eigentlich gerade noch? Äh, Vic und... Wen noch? Äh, mich. Mein Game ist gerade gecrashed. Also ihr habt gleich vielleicht gute Chancen. Das hätte ich nicht gesagt, weil jetzt kennen sie die Odds. Ja, eben. Ja, Digga, ist ja assoziat oder nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht. Okay, danke. Würdest du was nie im Leben machen, David? Ich mach's eiskalt. Für wen hältst du mich? Du hast Timo im Double-Team. Im Double-Timo. Äh, äh. Naja, ich bin anscheinend back im Business, ja? Eventuell. Die haben dich nicht gefangen? Ich weiß. Ja, warte mal, warte mal. Ey, Jungs, ich muss erst mal hier Verstecker reinmachen, okay? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Habt ihr jetzt Pech gehabt? So, ich bin nicht sie... Haut ab. Ey, was für... Er cheatet, er cheatet. Was für ein Cheaten, Junge? Er hat den Modus... Ja, zeig mir die Regel im Regelbuch. Wir haben keinen Regelbuch. Was willst du mir von Regeln erzählen, David? Das ist mein Regelbuch heute. Junge, haut ab. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Warte mal rein, Geil, Ed. Jetzt bin ich nicht in die Modus reinmachen. Ja, los. Warte mal jetzt. Okay, Moment. Oh, als wenn ihr den Namen vorher nicht angezeigt habt. Oh. Oh, ich werd so safe sterben. Ich hab dich wortwörtlich berührt. Hä? Rindin-Modus? Scheiß drauf hier. Ja, schau, schau. Ja, guck mal, es funktioniert wieder nicht. Ach, David, Mensch. Ich kann das alles nicht mehr. Wie knapp war es bei dir schon mal? Ich fall... Ich bin schon zehnmal vom Glauben weggefallen. Okay, krass. Das ist, glaub ich, die krasseste Runde überhaupt von allen bis jetzt für mich. Digga, ihr standet 50 Mal neben mir. Also eigentlich ist mein Versteck nicht so krass, muss ich zugeben. Ähm, Hybi. Wenn du Eras gibst, du Tipp. Wenn du Eras gibst, du Tipp. Dann geb ich auch einen. Okay. Äh, ich kuschle einen Baum. Ich kuschle mit einer Wand. Ja, ne Wand, Digga. Ich kuschle mit Sauerstoff. Junge. Nein, ich hab mich stoppt. Er ist hier ganz hinterm Baum. Scheiße, wie komm ich da jetzt weg, ist die Frage. Okay, jetzt, ich rüberkomme, ich glaub in die Mitte. Ich weiß noch nicht, wer es war. Ich denk, was war Hybi, weil er an einem Baum war. Und jetzt ist Baum aber auch nicht der krasseste. Nein, da ist der Simprix wie Sau. Oh, no. Ich dachte, ich wäre safe. Aber im Weg jetzt mal real talk. Also mit diesem, wenn du Eier hast, gibst du Tipp. Und ich auch, hast mich überhaupt genommen, weil dein Tipp einfach nichts. Hä, doch. Ich spiel Mario Odyssey. Ja. Wenn du Eier hast, gibst du Tipp. Ich spiel Videospiele. Okay, pass auf. Ich geb noch einen Tipp. Ja, jetzt gibt er Tipps, wo er gewonnen hat. Ich bin in der Nähe von einer Checkpoint-Flagpole. Flagge wäre auch zu langweilig zu sagen, Checkpoint-Flagpole. Oh, ich habe eine Idee. Das wollte ich auch machen. Das wollte ich auch machen. Ja, ich wusste es. Das wollte ich auch machen. Oh, no. Ey, das ist so krass, wie viele an dieser Tür vorbeigelaufen sind und niemand, niemand diese scheiß Tür aufgemacht hat. Okay, ich habe gesteckt. Ey, Hübi, cooles Dach. Bro, wo, 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 wo? Okay, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Digga, bist du... Oh, ich habe eine Vermutung, wo du bist. Ähm, Moment. Digga! Oh, hi. Wo, hä, wo chillst du? Hier, Moment. Oh, ich sehe dich. Hübi, ich sehe dich auch. Wo sind wir alle an zehn Worten? Ey, wichtig aber. Flüchten auch nö über die Dächer, ne? Wenn man auf die Straße runterfällt, ist Feierabend. Okay, alles klar. Also Straße gleich dead. Ja, ja, die Straße ist Lava. Oder nee, pass auf, warum mache ich nicht einfach diesen? David, wenn du Eier hast, machst du das auch. Warte, warte mal. Ja, aber, 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 Ding. Nee, nicht hier. Wo bist du? Achso, ich sehe das. Oh mein Gott. Ich sehe das, ich sehe das. Oh mein Gott. Hä, wo bist du? Wo bist du? Ah, es war so klar. Es war so klar, dass du in dem Baum da bist. Nein. Oh mein Gott. Oh, das war smart. Das war ein starker Sprung. Oh, nicht stark genug. Bro. Digga, gar nicht gesehen. Einfach Assassin's Creed. Oh, oh, oh. Jübi. Come on. Nein. Nein. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Nein. Oh mein Gott. Schnell fliehen. Bleib doch mal stehen. Ach, es geht. Habt ihr gerade eine Verfolgung? Ist die ja? Shit, ich habe ihn verloren. Ich habe den Boden nicht verstanden. Nein, ich bin auf den Boden runtergefallen. Nein. Oh Gott. Der Boden ist Lava. Ah, ich erlebe dich. Äh, warte, ich kill mich. Vic hatte kurz Angst. Heißt, ich bin irgendwo an Vic vorbeigelaufen. Nee, ich hatte Angst, weil ich musste mein Versteck verlassen. Weil David und Hübi wussten, ja, die guckten nach. Also die beiden wussten, wo ich war. Aber wenn er das gesehen hat. Der kann ja nicht so weit gekommen sein. Dann kann er, dann, von wo kann der hier hin? Kommt man da rüber? Nee, da kommt man nicht hin, hä? Von wo könnte er hin? Aber man kann hier rüberjumpen. Der kann hier rein? Der kann ja von ganz oben theoretisch runter. Ja, richtig. Ich bin ja auch rübergejumped. Hier. Ey, wenn wir aber zu dritt suchen, müssten wir das schon hinkriegen. Aktivier doch den Schalter, wenn du cool bist. Du sagst, Gesicht. Warte mal. Er kann mich sehen. Sieht so ritzig aus. Gibt es hier noch irgendwo Bäume auf dem Dach oder so? Stimmt. Jetzt muss man wieder an solche Dinge denken. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ja? Ja, ich wusste! Was? Ich häng dir so am Arsch, Digga. Ich find dich jedes Mal. Wer war? Wo ist er? Der fällt runter auf die Straße. Du fährst ihn runter. Er ist, äh, boah, das ist so schwer zu beschreiben. Er ist in der Mitte an einem ganz äußeren Gebäude. Er flüchtet. Er ist jetzt sehr in der Mitte an dem Gebäude. Shit, 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 shit. Du hast es da hoch geschafft. Halt doch. Okay, er ist in der Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hab ich's überlegt? Er ist bei diesem dreieckigen Gebäude in der Mitte. Dreieckigen Gebäude in der Mitte? Schau auf die Karte. Es gibt nur ein dreieckiges. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, ich sehe ihn. Oh mein Gott, das war so geil gerade. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Ach du Scheiße. Jimtix ist die Eins, ich bin die Zwei, Vic die Drei, David die Vier. Nein, die Zwei, ich bin's. Oh, kacken. Aber Bro, irgendwie musst du immer als Erster suchen. Ja, schon, ne? Boah, es gibt hier so viele Verstecke. So, okay. So, und bevor wir jetzt anfangen zu suchen, hier eine kurze Übersicht, wo alle sind. Und David hat sich überlegt, dass er sich bei Captain Toad platziert, aber nicht direkt bei ihm, sondern so ein bisschen auf diesem Schrägdach, damit er sozusagen alles noch ein bisschen besser im Blick hat und besser flüchten kann. Jimtix dagegen ist sehr weit nach oben gegangen, auf die Pagode und hat sich hier in der Nähe von diesem goldenen Bowser-Kopf versteckt. Wir sehen, dass sich ja an der Stelle noch versucht hat, oben drauf zu kommen, aber er hat dann relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert, so wie er will. Und dann hat er sich einfach unten in die Ecke gekuschelt, weil er auch von da die Map sehr gut überwachen konnte. Und Vic war ein ganz smarter Dude, der ist auch von der Pagode, auf der Schimtix oben war, nach unten auf diesen Torbogen gesprungen und hat sich hier sozusagen meinen Blicken entzogen. Ist jetzt Kai, Kai so, halt den Sieg. Wird mir schon stinken, wenn ich du wär. Wir spielen Mario Odyssey, halt den Sieg. Aber ich hack mir einen Arm ab, wenn ich niemanden finde. Ein Tod gleich ein Finger weg. Lass jetzt ein Like und ein Abo da. Boah, ist das groß. Seit wann sind diese Gebäude so überdimensional riesig? Ja, ne? Hä, hab ich gerade was gehört? Ich dachte, ich hätte gerade was gehört, aber vielleicht war ich das auch noch selber. Ich dachte, ich hätte gerade ein anderer Mario gewesen. Okay, alles gut. Alles gut. Ich fühle mich gerade so, als ob ich eine Bank ausgeraubt hätte und von dem Bullen mich verstecke. Ich habe wieder jemanden gehört. Ich glaube, das ist die Paranoia, die kickt. Hä? Bin ich jetzt wirklich Paranoia? Chat, habt ihr das auch gehört? Vic, warst du das? Vic, wo bist du hin, du Sohn? Was ist dein smartes Versteck, was du nimmst? Du bist hier. Du bist hier. Red jetzt mit mir. Oh mein Gott, mein Herz. Da ist jemand. Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott, der Bomb. Alter, wer wurde gefunden? Ich habe Stimtex gefunden. Du hast dich aber bewegt, oder? Ich habe mich bewegt, ja. Okay, das ist mega wichtig, dass ich dich jetzt schon gefunden habe. Aber dadurch, dass du halt auch so weit hoch kannst, hast du halt auch eine gute Übersicht. Also darf man jetzt auch nicht, auch nicht, äh, gleich mal kleinreden. Also ich habe ja auch, ich habe angefangen. Na, David, das geht, Digger! Oh Mann, ich hätte mich bei Captain Toad verstecken sollen. Alter, was für Kaiser, Digger. Das ist einfach Beginnerschwierigkeit. Ja, halt dein Maul, Mann. Junge, ich habe null gecheckt, dass du von oben beginnst. Tja, das ist einfach... Junge, ich gucke wieder grüßt. Ich habe nur Mario-Jump gehört. Ich dachte so, Digger, von wo kommt das denn? So, also Vic war vorhin ganz oben, aber der hat sich bewegt. Und ich meine, er kann legit überall sein. Ich kann dir einen Tipp geben. Hau auf, hau auf. Mach die Karte auf. Das ist sehr ärgerlich. Mach die Karte auf. Und ich bin in dem Bereich, wo diese drei rote Flaggen sind. Also dieser, wo, wo, wo es auch so lila ist, weißt du? Ja, okay, das sind zwar nur zwei rote Flaggen, aber du hast halt mal wieder ein bisschen zu viel Whisky-Cola konsumiert. Ein bisschen mehr als Whisky-Cola. Da warst du ja vorher auch schon, ne? Genau, genau. Also in dem Bereich insgesamt bin ich. Ja, ja, ja. Äh, ja, Jungs. Äh, Schirmchecks, folg mir mal. Hübi, folg mir mal. Ey, Jungs, Jungs, da hinten ist er deine Ecke. Verdammt, wir hätten uns besser abstrechen müssen. Ich wusste auch, dass er da ist. Ich wollte woanders... Oh, ja, da ist er. In der Luft, Marien. Das überlebt er nicht. Das überlebt er nicht. Nein, das überlebt er auch nicht, weil ich da bin. Äh! Oh, er hat es, er hat es gemacht, er hat es gemacht. Oh, ich hab mich da lang rumgeblieben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Okay, er ist, er ist im Blitz, er ist im Blitz, er düst nach oben. Okay, er flüchtet über das Dach. Er geht zurück, er ist gepompt, er ist gepompt. Ich bin in dir drin. Ja! Jawoll, sehr schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss kurz zeigen, wo ich mich versteckt habe. Jetzt springen wir hier rüber, auf dieses Dach. Ja, ja, da oben habe ich dich gesehen. Jedes Mal, wenn du hier warst, bist du auf die andere Seite, ja. Hier, und jedes Mal, wenn du da drüben warst, also wenn du da warst, war ich hier. Du hast jetzt ja nur Mut. LoL, das ist ja super smart. Okay, David, ab mit dir in die Odyssey. Alter, wir hören uns in drei Minuten, cheerio! Ich bin so froh, dass ich nicht David bin, jetzt gerade hole ich jetzt. So, jetzt kommt die Ziehung, Freunde, jetzt kommt die Ziehung. Ich ziehe es erst, ist okay? Okay. Zieh. Oh, die ist, die ist strong. Ja, Sefi. Okay. Oh, okay, 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 und jetzt? Okay, okay, okay. Ach komm, so eine Scheiße. Ja, cool. Ich habe ja gar nicht versucht. Ich will es in den Video, jetzt. Ey, Chimtex, versteck dich mal. Okay, wo, wo? Was? Wo stellt man die auf? Jübi, du und ich können uns eigentlich nur an einem Ort verstecken, ne? Ja, na, warte mal. Also das wäre, das wäre ein krasses Versteck. Also ich glaube, also was heißt krasses Versteck, aber ich glaube, da würde ich ganz solide stehen. Aber ich glaube nur, der Ort wird von David auf jeden Fall priorisiert. Der wird halt diese Stadt priorisieren. Ne, vielleicht kannst du dich noch irgendwo anders integrieren. No joke, vielleicht denkt er, dass das real ist. In keiner Welt denkt er, dass es real ist. Ich sehe es schon wieder, wie er mich hier findet, Alter. Digga, ich fühle mich auch überall, ich fühle mich überall so richtig, einfach so nach dem Motto, ah, das sieht er. So immer so dieses, das sieht er. Also es ist, ich habe jetzt so ein Versteck, so nach dem Motto, wenn du es weißt, würdest du schon sagen, so, ja, doch, kann man wissen. Aber ich glaube, das, 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 das übersiehst du. So, das übersiehst du, glaube ich. Digga, Chimtex, ich sehe dich. Ja. Ich bin auch so richtig zentral, als wäre das so wirklich dort. Die geheime Sphinx so. Digga, du hast, Digga, du hast so reingeschissen, ne? Das ist ja schlimmer als dieser Dinokopf gerade. Freunde, ich komme. Boah, das wird jetzt spannend. Ja, ich wünsche dir viel Glück, das wirst du brauchen. Ja, du musst ja echt jeden Kleinscheiß hier ablaufen. Nope. Nope. Aua. Ich werde so safe verrecken gleich. Hä, wo kriegst du den Schaden? Von den Kakteen oder was? Ja, ja, ich laufe die ab teilweise. Ah, true. Aber ich glaube, David, um dir sozusagen die, das, das Sterben ein bisschen zu sparen. Ich glaube, sollte jemand ein Kaktus sein, erkennst du ihn, glaube ich, daran, dass er nicht so Erde unten dran hat. Ja, ich habe auch schon überlegt, aber ich dachte, vielleicht ist es trotzdem mit unten dran. Also ich glaube, wenn jemand, ich kenne ja die Prompts alle, die es so gibt. Wenn jemand ein Kaktus ist, hat er, glaube ich, keine Erde unten dran. Das spart dir dieses ewig lange Sterben. Ja, okay, easy. Okay. Boah, das wird so lange dauern. Ups, mein Fehler. Hey, du könntest alles sein. Hm. Krass, wie du gerade am Gamen bist, David. Wirklich der Wahnsinn. Ja? Man sieht es in deinem Gesicht, wie sehr du gerade wie du Spiele spielst. Wie ich denke. Ja. Danke. Hey, warum ist es immer so, Alter? In welcher Welt bin ich nicht Nummer eins, die rausgeflogen ist? Das ist sehr godlos. Wie stark, Alter. Das ist sehr, sehr stark. Das ist wirklich godlos. Ja, auf geht's in den Norden. Puh, das könnte auch alles sein, ne? Ja, weil man halt echt nicht weiß, was man sein kann, ne? Es ist so godlos. Es ist so godlos. Vor allem, man kann ja auch im Busch sein. Man kann wirklich alles sein. So ein Schaf, Digga. Oh, was? Sefi? Sefi hat sich aber nochmal versteckt. Ja, voll die Scheiße. Wow, ich habe mich gerade voll gefreut. Das ist ja so godlos. Ich laufe fünf Minuten mit einem fucking Schaf mit Sombrero hinterher. Und du hast... Junge, ich dachte, geil. Der Typ ist so ein Troll. Der Typ ist so ein Troll. Waren hier schon immer zwei Bänke? Warte, ich mache nochmal kurz seinen Stream auf. Warte. Loy. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Bro, ist mir ja noch nie auf. Das sieht ultra sass aus. Ja eben. Deswegen dachte ich so, Bro, du musst ja jemand schimmeln, aber nein. Digga, das sieht ultra sass aus. Bro, als ob hier oben im Busch ist. Loy, Alter. Digga, diese ganze Säule sieht so sass aus. Okay, pass auf, komm, ich weiß, wie es ist, im Bruch zu sein. Okay, jetzt. Ja, komm, mach mal jetzt mal ein bisschen hier Butter bei die Fische. Ich genieße die Frischluft. Ich sage mal so, started from the bottom, now we're here. Bro, genieße die Frischluft. Er muss ja wahrscheinlich weiter oben sein. Also brauche ich Glideon dafür? Äh, nö, nö. Ich bin komplett ohne Glideon an meinen Ort gekommen. Was gibt's denn hier? Started from the bottom, now we're here. Hä? Könnt ihr mich sehen? Nein. Nö. Ich glaube, ich glaube, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also du übersiehst, glaube ich, etwas. Ja, safe, weil ich sehe nur Sand. Ja, also wir haben jetzt den... Started from the bottom, now we're here. Ja, also... Plus frische Brise. Ja, erstmal wahrscheinlich weiter oben. Junge, ich bin auf dem Holzpfad. Digga! Ey, Bro, Bro, mir wird... Digga, du redest die ganze Zeit davon, du schaust nicht nach oben. Du redest immer... Ja, irgendwo oben, aber du bewegst die Kamera nicht hoch. Bro... Oh Gott! Ist das geil! Ja, was denn? Junge! Geil, Digga, geil! Junge! Oh, ist der nur offensichtlich gewesen, Mann? Also das Schimtext mit dieser Swings. Er hat diesen Swings gezogen und wir sind so, ja, okay, GG, eine Minute maximal. Oh, nee! Mein Spiel ist abgestürzt, aber ich gucke noch bei dir im Streamen, ob man mich sieht. Digga, 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 Digga. Hä? Ja, Bruder, das bin ich, das bin ich. Ja, okay. Die zweite Bank, die zweite Bank, aber mein Spiel ist abgeschmiert. Okay, okay. Bro, oben, ich gucke einfach nicht nach oben, Junge. Ich glaube, jeder ist in der Odyssey, du kannst gehen. Go, go, okay. Go! Go! Let's go! Oh, hier ist jemand. Wo? Nee, das ist nur ein Kooper. Das ist nur ein Kooper. Ja, Bruder! Ich dachte schon, ja! Ey, ich sag's euch, sobald wir den ersten finden, man, das wird so ein Highlight-Moment. Ja, so rumbrüllen, man. Nach zehn Minuten oder so. Alter, hoffentlich bin ich das, man. Okay, also in der Mondröhre draußen ist, glaube ich, jetzt mal keiner. Also, ich hab da jetzt niemanden gesehen oder so. Boah, das ist so eine stressige Area, wo ich gerade bin. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock hat, sich hier zu verstecken, wo ich gerade bin. Okay, ich komme auch runter in die Stadt weg. Also, ich habe eine Mondröhre, da wo man so Blumenpfade erzeugt. Ich bin nicht in der Stadt, ich bin nicht in der Stadt. Nee, aber du warst ja draußen, ich war draußen. Und deswegen wollte ich dir jetzt sagen, dass ich in die Stadt gegangen bin. Wo du halt in eine Sub-Area kannst. Ich hab jemanden, ich hab jemanden, ich hab jemanden. David, wo du dich versteckt hast, in der Stadt bei den Stangen da ganz oben. Ach, yo, da ist jemand. Ja, ich kletter hoch, bleib du unten, ich kletter hoch. Ja, ich tue so, als ob ich ihn nicht sehe. Okay, Alter, wie bei mir damals. Junge, let's go, let's go, let's go. Okay, er geht runter, er geht runter, er geht runter. Ich hab ihn, ich hab ihn, es war FUR. They found me, they found me, they found me. Nooo. Ich hab FUR, let's go. Jawohl, der Omi. Very nice, man. War mir den Ernst. Junge, that was actually a pretty nice moment. Der Ghost the Dog in the Pan crazy, man. Junge, Pog in den Chat, man. Pog in den Chat. Amethyst, Sub-Area, not Chivarilla. Also zwei sind Sub-Area, not Chivarilla. Okay, okay, ich geh raus, ich geh raus. Ich mein, du kannst noch mal rein. Crafty ist im Selbstversteck wie ich. Ah, ich kann, ich sie 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 sie. Er rollt zur Röhre. Pass auf, ich komm, ich komm runter. Ich hab ihn fast. Hä? Ich komm zur Unterstützung. Ich hab ihn, ich hab Crafty. Let's go, Crafty. Hast du ihn, hast du ihn? Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, da ist Shim-Tags. Und die sind beide draußen, da können wir jetzt alle raus teleportieren. Alter, wir machen das. Wir sind besser als gedacht, holy shit. Es gibt so eine Ranke, weil wir die Nuss pflanzen, stimmt's. Oh, true. Oh mein Gott. Aber ist sie auf der rechten Hälfte? Ja, ist sie, ist sie. Oh, nee, die haben sich die Mühe gemacht, das stimmt. Aber, aber Alter, hier. Sub-Area würde wirklich überhaupt nicht so, als könnte man sich hier verstecken. Ja, oder gerade die, wo du nicht denkst. Nee, da kann es nicht sein, da kann es nicht sein, da kann es sein, da kann es sein, da kann es sein. Okay, so, ich bin in Grave-Danger right now. Eine Person, eine Person haut ab, glaube ich. Ja, eine Person haut ab. Oh! David, hast du ihn? Hä? Was, ich hab ihn berührt, ich hab ihn berührt? Nein, David, ich hab ihn berührt. Guckt euch meine VOD an. Nein, ich hab ihn berührt, jetzt runter. Haut ab, haut ab. Junge, David macht einfach den Nerd over News. Oh nein, Alter, du hast den Nerd over News gemacht. Wo ist die Person? Keine Ahnung, ich schau im Shop nach. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es, egal wer es ist, es gibt immer noch jemanden. Ja, das ist Amethyst, die wir gerade jagen. Ja, Smallland werden wir nie finden, so. Okay, ihr verteilt, ich suche nach Smallland, der schreibt nämlich gerade wieder einen Tipp. Ich schau mal, ob sie den Crafty und Chimtex macht und genau zum selben Versteck mit diesen Kisten gegangen ist. Das wäre funny. Uh oh, uh oh, jemand ist in der Box. Oh. Sie ist wirklich bei den Kisten? Wieso geht jeder zu den Kisten? They've seen me. You can do it, you can do it. Kommt runter zur Gerutsche. Bleibt unten, bleibt unten. Die rollt nach unten. Sie ist beim Tor. Oder beim Bogen halt. Aber sie geht durch die Röhre, glaube ich. Hä, aber ich hab niemanden gesehen, bin ich überhaupt verbunden? Oh, scheiße, wie gut die abhauen kann. Shit, aber es sind wirklich alle mal in diesem einen Versteck. This is the second time I've lived when I really shouldn't have. I'm now at the top of the tower looking at the door. Junge, das ist Next Level Shit, was hier gerade passiert. Das ist wirklich, wie du es geschrieben hast, das ist Kreisliga gegen Champions League. Ja. Oh, die haben Bilder reingeschaut. Oh, Bilder. Die haben Bilder reingeschaut. What? Smallland ist auf dem Tor. Ist das nicht out of... Ach, man muss out of bounds, um da hinzukommen, oder? Aber wo ist das Reihe 4? Ach, das ist der Raum, das ist der Raum, wo das zweite Race ist. Ist das der hier? Ja, das ist hier. Bruder, ich seh ihn einfach nicht. Ich seh ihn einfach nicht. Da oben ist... Aber da muss man doch out of bounds gehen, um da hochzukommen. Digga, was ist das denn? Ja, das dauert ewig, bis ich da hochkomme, Bruder. Ich habe Amethyst gefunden. Amethyst rennt raus. David, bist du bereit? Das ist mein Moment, Junge. Sie kommt. Er guckt runter, er guckt runter. Das kann doch nicht sein. Runter, runter, zum Rennen, runter, zum Rennen, runter, zum Rennen. Oh, sie habe mich einfach übersprungen. Was soll ich tun? Ich war so wundervös. Sie ist, glaube ich, hier wieder in die Röhre raus. Ja, ja, alles gut. Ich habe hier extra gewartet. Ich habe hier extra gewartet. Alter, du Genius. Amethyst ist draußen. Hä, wo ist sie hin? Oh, ja, ist runter, ist runter. Hibi. Ja, er ist runter. Nein, Bro. Kann es sein, dass sie wieder rein ist? Amethyst ist bei mir. Amethyst ist... Ja, aber da war gerade jemand, ja. Smallland ist irgendwo unten. Ich warte an der Tür. Ja, was für unten, Alter, der Raum ist ultra klein. Wo soll der denn sein? Ah, hier ist es hinter dem Podest. Ja, moin. Hast du ihn? Ich berühre ihn, aber ich kann ihn nicht fangen. Ich habe ihn berührt. Ich schwöre, ich habe... Er stand gerade still. Ich habe ihn berührt. Ich schwöre es. Wir haben einen Hack an. Ich springe einfach die ganze Zeit jetzt. Jetzt habe ich ihn. Ja, aber wo ist Amethyst? Amethyst war gerade ganz kurz im zweiten Rennraum drin. Ja, aber die ist wieder raus, ohne zu spawnen. Ja. Ja, Jungs, da ist jemand rumgelaufen. Folgt mir. Hier ist jemand in diese Sub-Area reingegangen. Ja, okay, okay, okay. Ich schwöre es, los, geh rein. Ich schwöre es, los, geh rein. Ja, ich schwöre es, ja. Ja, hier, hier ist sie. Ja, sie geht runter. Hier, sie ist sie. Hab sie, hab sie. Let's go. Super ist die Zahl zwischen 1 und 3. Ich sage, ich muss. Oh, ich habe gar keinen Bock, ne? Zwei, ich bin's. Ja, okay. Drei Minuten in der Sone. Ich komme. Ja, komm doch. Komm doch. Oh, ich habe mich erschrocken. So, Freunde. Das wird easy. Das wird richtig entspannt. Ja, voll. Glaubst du, das wird so ultra einfach? Ja. Hast du ein krasses Versteck oder was? Oh, ist okay. Ist okay. Erstmal gestorben in irgendeiner Unsichtbahnbahn. Man kennt den Hasen. Warte mal. Ich sehe eine Käppi in der Luft schweben. Was ist das? Ich sehe... Hat jemand eine orangene Mütze? Ich sehe eine orangene Mütze in der Luft schweben. Wo? Wir haben noch einen Mitspieler in der Lobby. Bro, ich weiß nicht, was du meinst. Du siehst irgendwelche Kettenhunde in... Alter, Schimtex, warum schwebt deine Mütze hier rum? Hä, die ist hier. What the fuck? Okay. So, das sieht natürlich schon sehr sassy aus. Yes, let's go. Hä, wo bist du denn? Hey, Bruder. Da, da, da ist er. Da ist er. Okay, okay, er schleudert sich. Wir schleudern uns hinterher, Chad. So, let's go, let's go, let's go. Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ich verliere ihn. Shit, chat. Ich weiß nicht, wo er ist. Miss, 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 miss. Doch, ich weiß, wo er ist. Nein, 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 nein. Das war Mitgeensticht. Das ist so close, Digger. Es ist so close. Oh, nein, 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 nein. Habe ich dich. Ich habe dich, oder? Oh, shit. Alter, das ist einfach too easy. Schimtex ist einfach immer so ein leichtes Opfer. Wenn ich das Schimtex findest, musst du so, okay, in zwei Sekunden habe ich ihn, weil er nicht weglaufen kann. Ja, ist klar. Okay, weißt du von jemandem, wo er ist? Okay, Stimtex. Stabil. Danke für die Mithilfe bei der Suche. Stimtex! Einmal Applaus! Guter Tipp! Als ich vor dir geflüchtet bin, war Vic, glaube ich, in der Nähe der Odyssey. Das wäre verrückt. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Da ist er! Er fliegt! Wie kommt der so hoch? Wie kommt der so hoch? Okay, der ist bestimmt auf den Turm hoch. Das ist ja blöd für dich. Du kommst ja gar nicht so hoch. Behalt ihn im Blick, Meister. Ich krieg das schon irgendwie hin. Er ist oben auf dem Turm jetzt. Kein Problem. Ich hab mir schon einen geholt. Kommt da runter, ihr Bastarde! Was soll das? Ich frage mich mal, wo David ist. Wo hat er diese Riesenhöhe? Ist er immer noch da oben? Ich weiß es nicht. Das ist so funny, die zu beobachten. Aber ihr könnt ja David suchen. Halt dein Maul, hä? Oh, da kommt Hübi. Ja, komm doch! Oh, doch! Bruder, ich komme. Ich hab keine Angst vor dir. Oh, shit, Digga. Oh, shit. Er ist über der Odyssey. Er ist über der Odyssey. Ey, das ist so ätzend, ne? Du kommst halt an jemanden als Fahrer. Gucken wir einfach nicht ran, ne? Also, ich verfolge ihn. Also, das ist jetzt... Das ist eine Frage der Zeit. Nein, ich bin ausgestiegen! Oh, ich bin so dumm, Alter. Ich bin ein dummer Mensch. Let's go! Aber ernsthaft, also, wie soll man da an jemanden rankommen? Man ist genau gleich schnell. Ja, Bro, wo ist denn David die ganze Zeit? Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr mich die ganze Zeit jagt. Ja, aber mein Gott, wir sehen dich. Also, wir können ja nicht sagen, wir wissen, wo du bist. Wir kommen nicht an dich ran. Okay, dann nehmen wir dich einfach nicht. So, wir schenken dir die Punkte, weil wir keine Lust haben. Warum suchst du mich denn, ne? Lass mich doch jetzt mal fucken. Ja, Michael, ich glaube, er ist so hochgegangen. Ja, scheiße, Bruder, ne? Ärgerlich. Bruder, da ist irgendwas unter Wasser. Oha, was ist das? Da ist Rico Haber unter Wasser. What the fuck? Ah, ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber du stirbst, wenn du versuchst, da hinzukommen. Hä, was ist das denn? Junge, einfach Atlantis 2.0? Wo ist der David? Eben war er doch noch hier. Wo ist der? Achso, hier ist er! Bei der Odyssey gibt es ja diesen Zaun. Er ist hinter diesem Zaun gewesen. Hinter dem Zaun war ich. Oh, Schwein gehabt, Digga. Wuhuuu! Verdammt, da. Auf geht's. Na dann, dann such mal. Und Shimtex muss uns an folgenden Stellen suchen. Ich bin auf die Insel gegangen, wo ich mich auch schon letzte Runde versteckt hatte, als Vic im verlorenen Land gesucht hat. Vic hingegen hat sich in einem Stein versteckt, den man mit einem Käfer wegspringen muss. Sehr smartes Versteck, wenn er mich fragt. Und David ist ganz in den Norden gegangen und hat sich dort in der Treppe versteckt, wo man normalerweise einen Mond findet. Da ist er noch. Oh, lol. Wer hat wen gefunden? David! David redet nicht mit uns. Lack doch mal stehen. Ist der auf Mute? Der ist auf Mute. Ich bin verreckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. For fuck's sake. Jetzt ist noch jemand gestorben. Oh, nö, Digga. David, bist du gestorben? Ja, David ist gestorben. Oh mein Gott. So eine Drecksrunde schon wieder. Heute ist echt nicht Davids Tag. Ich muss dir was zeigen. Ubi, ich muss dir was zeigen. Ich schicke dir ein Bild. Okay, okay. Moin, du hast das fotografiert? Ja. Du hattest die ganze Zeit dein Handy auf den Bildschirm gerichtet? Gerade eben. Okay, pass auf, Jett. Hast du David fotografiert, wie er neben dir war, oder was? Vielleicht. Oh mein Gott. Das wäre ein Ross-Buff. Das sind die schmackhaften Momente in Hide and Seek. Da ist er. Nein, ich wollte mich gerade in den Tipp geben. Ich bin da, wo ich letztes Mal war. Er ist Richtung Mitte der Map. Oh shit, 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 shit. Oh, boi, boi. Wo ist er rübergeflüchtet? Er ist tot. Du bist ja gestorben. Du bist ja gestorben. Oh, ich bin gestorben. Oh nein. Das war's mit meinem Versteck. Ja, du musst fürchten, Digga. Du musst fürchten. Oh, das war so knapp, Mann. Er ist noch da. Er ist noch da. Er ist noch da. Hä? Aber habe ich dich da nicht berührt, oder was? Nee, nee. Wer ist gestorben? Ich bin gestorben. Der ist auf dem Berg. Der ist hinter dem Berg. Da, wo man den Knopf aktiviert, um hoch zur Wand springen. Jetzt ist jemand gestorben. Ja, ich. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Alles chillig. Er ist hier. Er ist hier bei dem Ding. Ich hänge hier am Arsch. Ich hänge hier am Arsch. Er hüpft nach unten auf die Brücke. Auf die Brücke. Da, wo du mich verfolgt hast. Schirmtext. Jetzt rollt er, aber da ist eine Sackgasse. Da kommt er nicht mehr zurück. Passt auf. Wir müssen ihn da jetzt einkerkern. Der steht da hinten an der Insel einfach. Tjavik. Wir käseln ihn rein. Ey, 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 ey. Jetzt fällt er auf den Baum. Ich bleib hier. Junge, wir jagen den wie ein wildes Tier. Ja, das. Brune, jetzt bist du am Arsch. Alter, kann ich Odysee überhaupt? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir uns hopsen. Oh mein Gott. Alter, ich habe meine Ehre abgegeben und bin einfach. Gebt doch, Alter. Darf ich bitte einfach sterben? Oh mein Gott. Das war so witzig. Alter, ich beende jetzt den Stream echt mit einem gebrochenen Herzen, Mann. Oh mein Gott.